Alles wurde schon gesagt, aber noch nicht von allem. Identifiktion. Hast du Gedanken oder haben deine Gedanken dich? Die Magie des Lebens und wie wir sie zu oft verkennen. Das Leben steckt voller Magie. Es ist magisch da unerklärbar. Was ist Magie anderes als die Wunder, die wir noch nicht für möglich gehalten hatten, bevor sie in unserem Leben erschienen? Ich würde sagen, wir alle sind Zauberer. Leider vergessen wir dies so gern, während wir unsere eigene Magie doch in jedem Moment meist unbewusst anwenden oder der Magie anderer erliegen. Mit meinen Worten kann ich dir zum Beispiel ein Fragezeichen, ein Lächeln, Verwunderung oder Wut in dein Gemüt zaubern. Und das geht schneller, als du vielleicht denkst. Behaupte ich heute, 1 plus 1 ergebe 1. Welche erste Reaktion erscheint in deinem Geist? Es könnte sein, dass du dies als falsch abtust. Es könnte sein, dass du immer aufgeregter wirst, je mehr ich behaupte, es sei so, weil es für mich halt so ist. Vielleicht lachst du oder willst mir widersprechen, indem du versuchst, mich von der Richtigkeit eines anderen Ergebnisses zu überzeugen. Es kann sein, dass du angreifst. Manch traurige Gestalten tun dies sogar körperlich, wenn sie auf der kognitiven Ebene nicht mehr weiterkommen, dass du mich verurteilst. Hilft dir das wirklich weiter, wo du noch nicht mal weißt, in welchem Kontext ich meine Aussage betrachte? Nützt es dir etwas, dich darüber aufzuregen, wenn der vermeintliche Fehler ja bei mir liegt und nicht bei dir? Hast du überhaupt schon alle Informationen, um einwandfrei werten zu können? Wie funktioniert dieser Prozess des Wertens eigentlich? Du könntest ja auch allen Thesen offen gegenüberstehen, egal wie absurd sie im ersten Moment klingen mögen. Jede These hat ihren Grund und ist schon durch ihr Dasein berechtigt. Hätte Mensch vor 500 Jahren behauptet, die Erde sei eine Kugel, wir wären ausgelacht worden. Wir verlachen gerne diejenigen, die einer anderen Glaubensrichtung angehören, doch hat uns das nicht genau hierher gebracht? Zurück zur Fragestellung. Ich könnte sagen, ich habe ein wenig mit meiner Magie gespielt und dein Bewusstsein auf etwas gelenkt, was vorher nicht in deinem Bewusstsein war. Selbst wenn du meinst, du hättest keine Meinung dazu, habe ich dich dennoch mit meiner Aussage beeinflusst. Genauer gesagt, ich habe dich manipuliert, über etwas nachzudenken, worüber du gerade eben noch nicht nachgedacht hattest. Genau genommen tun wir das alle die ganze Zeit. Manche manipulieren mehr, manche weniger. Da müssen wir noch nicht einmal in Richtung der Medienkonzerne oder der Politik schielen. Von, oh, schau mal, ein Eichhörnchen, bis hin zu, ja, schlechtes Wetter heute. Oder der Frage, wie es dir geht. Jede Aussage zielt darauf ab, andere Menschen in die eigene Geschichte einzubinden. Sich mitzuteilen, Aufmerksamkeit zu erhaschen, Gefühle auszudrücken. Ich spiele am liebsten mit offenen Karten. Ich möchte gern deine Aufmerksamkeit erregen, dein Unterbewusstsein ansprechen, dir Muster aufzeigen, die durch uns alle in der Welt sichtbar werden. Dieser Text zielt darauf ab, unsere Realität in Frage zu stellen und einen Ausweg aus dem ewigen Kampf zu finden. Warum reagieren wir so, wie wir reagieren? Und muss das so sein? Hilft es mir, mein Leben so zu gestalten, wie ich es mir vorstelle? Oder bin ich doch in einem ewigen Kampf für meine Überzeugungen gefangen und nerve die anderen mit meiner Sicht auf die Dinge? Darf man eigentlich auch keine Überzeugung haben? Kann ich keinem Lager angehören? Oder gehöre ich dann schon wieder zu den Leuten, die sich allem enthalten wollen? Spalte ich oder vereine ich mit meinen Ansichten? Löse ich wirklich Konflikte, indem ich sie immer wieder betrachte? Oder fessele ich mich dadurch an eine Form der Wirklichkeit, die mir gar nicht praktisch weiterhilft, mich vielleicht sogar schädigt? Für Überzeugungen, die heute als lächerlich gelten, wurden früher Kriege ausgefochten. Glaubenskriege. Über das, was wir heute als selbstverständlich betrachten, werden unsere Urenkel nur bedauernd den Kopf schütteln. Ob nun Verbrennungsprozesse, die unser Wetter verändern, oder die Frage, warum wir andauernd unerhebliche Informationen über energiefressende, schwer kompostierbare Geräte austauschen. Also einen riesigen Umweg in Kauf nehmen, während wir doch die ganze Zeit über die Sender und Empfänger zwischen unseren Ohren mit allem und allen verbunden sind. Und die mir wichtigen Daten sowieso überall im kollektiven Bewusstsein abrufbar sind. Wenn wir übersetzt gesagt, dass Internet und Kommunikation sind, wenn der Quantencomputer, den Wissenschaftler zu entwickeln versuchen, vielleicht schon vorhanden ist. Agieren wir nicht jetzt schon wie die einzelnen Gehirnzellen eines Supercomputers namens Schöpfung, die nur noch gekoppelt werden müssen, oder besser, die ihre bestehende Verbindung zum Kollektiv einfach nur annehmen dürfen? Vielleicht werden diese, sich heute als getrennt betrachtenden Zellen, die Verbindung einfach irgendwann erkennen, für wahrnehmen und nutzen. Lächerlich? Oder einfach nur realistisch, wenn wir uns darauf einlassen, verbunden und nicht mehr voneinander getrennt zu sein? Warum sich nicht einfach mal das Naheliegende vorstellen? Ich fand mich schon oft in Momenten wieder, wo Gedachtes im Raum schwebte. Ein Mensch es aussprach und alle wussten, dass sie ebenfalls gerade mit demselben beschäftigt waren. Als würden sich gleichartige Energien verbinden oder immer verbunden. Woher kommt eigentlich der Wunsch, immer alles beweisen zu wollen, oder besser, beweisen zu müssen, damit wir dann endlich akzeptieren, was wir sowieso beobachten und nutzen? Überzeugungen trennen Familien, beenden Freundschaften, weil wir es so wollen oder weil wir glauben, keine Wahl zu haben. Überzeugungen bestimmen unser aller Leben und die meisten haben wir uns noch nicht einmal selbst ausgedacht, sondern einfach übernommen. Wäre ich nun heute davon überzeugt, dass kein Arzt, keine Meinung, keine Impfung, kein Medikament, sondern einzig und allein mein eigenes Heilsystem, mein Immunsystem, mich vor Krankheiten schützt, werde ich verlacht, obwohl mein eigenes Immunsystem das einzige ist, was ich wirklich selber kennen und beeinflussen lernen kann, da es direkt etwas mit mir und meinen Lebensumständen zu tun hat. Eine Impfung kann schützen, doch woher weiß ich denn wirklich, ob sie es tut oder ob es nicht doch meine eigenen Abwehrkräfte sind? Ich muss es einfach glauben. Warum glaube ich nicht zuerst an das, was ich selber wirklich in mir habe, spüren und beeinflussen kann? Wir kämpfen immer noch die Kämpfe unserer Ahnen weiter und wissen oftmals noch nicht einmal warum oder dass wir es überhaupt tun. Wir kämpfen um und für Technologien, die unsere Lebensgrundlage zerstören. Das muss man erst einmal vor sich selber rechtfertigen. Das braucht eine große Portion an Kreativität, die wir sicher auch irgendwann für den Erhalt unserer Spezies nutzen werden. Ich bleibe da optimistisch. Um zur anfänglichen Fragestellung zurückzukehren. Was wäre, wenn 1 plus 1 gleich 2 ist? Auf der Ebene der Logik und der Mathematik. Doch könnte 1 plus 1 nicht auch wieder 1 ergeben? Richtig sein, da zwei einzelne Teile in der Summe wieder ein Ganzes ergeben, wenn wir den Blickwinkel ändern. Um noch ein anderes Bild zu verwenden. Kannst du das Licht erklären ohne die Dunkelheit, in der es erst scheinen kann? Können Schatten an der Wand sichtbar werden ohne das Licht? Kann ich ein guter Mensch sein ohne die anderen schlechteren Menschen, ohne die meine Aussage keinen Vergleichswert hätte? Ist eine Seite der Medaille wirklich besser als die andere? Oder ist alles, was ich denke, fühle, erlebe, auch Teil meiner Vergangenheit und mit einer anderen Prägung wäre ich vielleicht auf der anderen Seite? Gibt es überhaupt eine andere Seite? Vorwort mit dem Herausgeber. Also ich oder das, was sich dafür hält. Mein Name tut hier nichts zur Sache. Wenn ich schreibe, dann schreibt etwas in mir und durch mich hindurch. Ich denke nicht viel, es fließt. Und genau dort darf man anfangen, zwischen den Zeilen zu lesen. Denn das Unerklärbare kann halt schlecht mit Worten erklärt werden. Wie soll Mensch beschreiben, dass etwas aus einem heraus fließt, ohne dass selbiger weiß, wo es hingeht und was es soll? Wenn der Prozess in sich schon voll befriedigend und sinnstiftend ist und ich mir dabei eher zuschauen kann, als mich anstrengen zu müssen? So einfach seine Brötchen zu verdienen, kann doch nicht normal sein, oder? Und doch könnte es jedes Wesen hier auf seine Art. Es ist hinter, unter und zwischen den Buchstaben versteckt, formt Bilder im Kopf, findet Zugänge zum Unbewussten und zeigt Türen auf. Gleichzeitig ist das Spielen oder Lesen der Wörter auch eine Technik, um vollkommen im Moment anzukommen, ohne irgendwo anders hinzuwollen. Ich finde zu mir. Ich finde Zugang zu meinem inneren Frieden, der immer da ist, egal wo ich bin. Ich trete beiseite, löse mich auf, bin doch aber voll präsent. Welch ein paradoxes Bewusstsein. Ich bin im Jetzt und nirgendwo anders. Und da ist es halt genauso, wie es jetzt ist. Nur zu sitzen und zu meditieren hat bei mir noch nie sonderlich gut geklappt. Dafür sind verschiedene Aspekte in mir zu unruhig und wollen eher ausgelebt, statt in die Stille gezwungen werden, wie ich es in meiner Schulzeit über viele Jahre erleben durfte. Jedes Wesen darf und muss eigene Möglichkeiten des reinen Daseins entwickeln, um Zufriedenheit mit sich zu finden. Kein Konzept, keine Technik, keine Denkschule, keine Philosophie, keine Disziplin wird uns jemals ausreichen, wenn wir nicht eigenständig unsere Spiele in und mit ihnen finden. Worte sind nur Hinweisschilder, nicht die Lösung selbst. Was wir suchen, finden wir in dem, wie sie in uns anklingen. Wir versuchen, Gefühle mit Worten zu umschreiben, doch können diese Worte nie das ersetzen, was wir wirklich in uns spüren. Vielleicht sind Geschichten, also das kunstvolle Formen von Wortketten, welche den Betrachter auf sich selber zurückwerfen, eine Technik der Selbstreflexion. Oder ich schreibe mir meine Welt, wie sie mir gefällt oder gefallen würde, um Astrid Lindgren zu zitieren. Wir finden uns in Märchen, Geschichten und Metaphern wieder, geben unsere Erkenntnisse weiter. Vielleicht schreibe ich das, was ich selber gerne lesen würde, was ich spannend, interessant, neuartig, anregend finde. Warum sollte ich mich auch hinter einem Pseudonym oder einem alter Ego, also einer ausgedachten Figur verstecken? Ich bin doch selbst die ausgedachte Figur in diesem Lebensspiel. Ich tippe auch, damit mein Verstand etwas Sinnvolleres tut, als sich in Sorgen und Ängsten zu verstricken, denn das tat er früher oft und ohne mein Beisein. Manchmal finde ich diese Freiheit des Nicht-Denkens, des reinen Daseins, im ausgelassenen Tanzen, beim Sex, in tiefen Gesprächen oder beim Gitarrespielen, um nur einige Möglichkeiten zu nennen. Keine Wertung und kein Hinterfragen mehr. Musik machen hat, zum Beispiel, eine ähnlich befreiende und selbstgenügsame Wirkung auf mein Bewusstsein, wie es für andere das Versinken im Handwerk ist. In den Momenten und Zuständen bin ich exakt richtig dort, wo ich bin und wie ich bin. Weniger zu zweifeln und mich einfach auszudrücken, wurde zu einer lebendigen Idee meiner Existenz, und dazu musste ich mich vergessen. Nicht nur die Wege zu beschreiten, die ich schon kenne, sondern das sprechen zu lassen, was gesagt werden möchte, das ist das wirkliche Abenteuer, denn das wollen gar nicht alle hören. Finde ich meine Kanäle des wahren Selbstausdrucks, werde ich selbst zum Kanal, trage ich meinen Teil zur Gesamtsituation in dieser Welt bei. Noch krasser ausgedrückt, trete ich an den Rand, schaffe ich es, leer zu werden, kann etwas Größeres durch mich hindurchwirken. Ich konnte meine Hände schon beim Gitarrespielen beobachten und wusste nicht mehr, was da passiert. Zeit und Raum lösten sich auf. Ich versank in einer Musik, die sich durch mich ausdrücken wollte. Ich erdachte sie nicht. Ich wurde das Instrument für Schwingungen, die doch schon da waren, bevor ich sie spielte, welche einen Spieler und einen Hörer gleichzeitig brauchten. Ich zupfte, experimenteller, intensiver und schönere Tonfolgen, die ich mir nie träumte, hören zu werden. Meine Finger waren jenseits dieser Welt und wurden gespielt. Das Leben benutzte mich. Mein eigenes kleines Wollen und die Bilder, wie es eigentlich sein sollte, traten endlich beiseite. Vollkommen verrückt, eigentlich nicht erklärbar, doch so echt und wahr, wie ich es noch nie spürte. Da ist immer mehr in uns, hinter uns, unter uns, um uns herum. Da ist auch die Sicherheit und die Freude am Leben, wenn wir es zulassen und dem Moment hingeben. Anders kann ich es mit Buchstaben nicht ausdrücken. Für mich begann dort erst die wahre Schönheit der Musik. Mein Leben entspannte sich auch in anderen Bereichen, als ich mich leer machte und von Erwartungen löste. Sind wir nicht selber eine Art von Musik? Schwingt das Leben nicht zwischen verschiedenen Polen hin und her? Sind wir nicht Instrumente, welche Töne in die Welt aussenden? Wer jetzt glaubt, er müsse jahrelang an seinen Musikinstrumenten üben, um einen solchen Zustand zu finden, der irrt. Gewaltig. Das genaue Gegenteil war der Fall. Ich musste die Gitarre nach langjährigem Unterricht für zehn Jahre aus der Hand legen, mich erst von meinen Komplexen befreien, nie so gut sein zu können, wie ich wollte. Ich durfte mich von den Gedanken befreien, etwas darstellen oder üben zu müssen. Denn dies muss man nur, wenn man zu wissen glaubt, wo man rauskommen möchte. Ich möchte dieses Lied spielen. Ganz normal, ja. Könnte aber auch übersetzt lauten, ich traue mich noch nicht, meine eigenen Lieder zu entdecken, die doch schon immer in mir schlummerten. Die kann man aber nicht üben. Die kann man nur spielend entdecken. Man darf verrückt genug werden, sich etwas Neues entfalten zu lassen, den Rahmen zu sprengen. Spiele und genieße einfach Töne. Spiele mit deinem Körper. Sei das Instrument der Schöpfung. Werte dich nicht ab für dein Können oder Nichtkönnen. Spielen hat kein Ziel, ebenso wie das Leben kein Ziel hat. Es will sich durch uns ausdrücken und erlebbar machen. Ein Ton ist nicht besser als der andere. Und falsche Tonfolgen gibt es erst recht nicht. Es gibt nur ein konditioniertes Gehör, welches falsch erst lernen musste. Es ist die Schönheit des Moments, die Entspannung des Egos, nicht das und doch das gespielte Selbst, welches unser Innerstes anstrebt. Unsere Stimme pfeifen, pfeifen, klimpern, mit den Fingern trommeln, einen Ton so lange spielen, hören, verkörpern, in ihm versinken, bis wir der Ton selber sind. Unter anderem dort ist dieses mysteriöse Dasein zu finden. Warum sonst sind Urvölker tanzend, lachend, weinend, schreiend, wütend, gelöst, singend, ums Feuer gehüpft? Denkst du, die haben das zum Spaß gemacht? Ja. Zum reinen Vergnügen, zur Selbstaufgabe, für die Hingabe. Zur Verbindung mit den Elementen und dem Größeren, welches alle Elemente erst erschuf, welches wir selber sind. Sie tanzten sich von ihren Gedanken frei, damit sie das Tiefere erleben konnten. Schwer zu greifen, doch erlebbar, wenn der quatschende Verstand, die Stimmen im Kopf, endlich schweigen. Oder wenn wir endlich mit ihnen singen. Oder schreiben. Oder reden. Oder? Lacht nun dein Herz, oder kommt dir das alles seltsam vor? Was fühlst du gerade? Nicht, was denkst du gerade, was du fühlst, sondern was fühlst du wirklich in deinem Körper? Kannst du es wahrnehmen, ohne zu benennen, ohne zu werten? Wo sind Lösungen mehr zu finden als dort, wo wir wirklich an unsere Intuition, unsere eigentliche Quelle und unser Herz angeschlossen sind? Und wie könnten wir dieser Welt mehr helfen? Als mit einer Änderung des allgemeinen Bewusstseinsstroms. Weg von leidvollen Mangelzuständen hin zu einer Fülle, die uns teilen lässt, weil ja sowieso genügend da ist. Hin zu den Wesen, die wir wirklich sind. Ich verwende das Wort Mangel für jeden Zustand, welcher nicht die hundertprozentige Akzeptanz des aktuellen Momentes beinhaltet. Sozusagen die Illusion des Nicht-Glücklichsein-Könnens, weil etwas fehlt oder zu viel ist. Sehr oft versucht mein Verstand, das Glücklichsein in der Zukunft zu finden und hat an meinem Jetzt etwas auszusetzen. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind. Zum Beispiel meine Aussprache, die Artikulation. Bin ich in Ruhe, erwacht meine Kreativität. Und bin ich kreativ, bin ich meistens auch innerlich ruhig. Und gleichzeitig freudig erregt. Ich spüre das pulsierende Leben. Die Einzigartigkeit des Ausdrucks meiner Hypnosen, in die du als Leser versinkst. Auch wenn du dir nicht bewusst bist, dass du dich mit jeder Zeile von einem fremden Bewusstsein hypnotisieren lässt. Also immer, wenn du etwas liest, hörst oder ein YouTube-Video betrachtest. Unser Bewusstsein ist ständig auf der Suche nach Input. Aber nach was wohl genau? Keine Bange, ich hab keine bösen Absichten. Ich muss nichts fordern, dir nichts aufzwingen, dir nichts verkaufen. Nichts wollen, nicht ziehen oder etwas produzieren. Es spielt, es schreibt. Mit Freude und Leichtigkeit wächst dieses neue Wortspiel aus sich heraus. Ich beschreibe meine und vielleicht Teile unserer Zukunft. Auch um mich daran zu erinnern, wo ich jetzt noch nicht bin. Um nie den Fokus zu verlieren, in welcher offenen, erwachten Gesellschaft wir doch leben könnten, öffneten wir uns gegenseitig die Augen. Anstatt weiter in altbackenen Schleifen zu agieren. Es ist sogar Teil meiner Arbeit. Arbeit von dort aus ist pure Lebensfreude und per Definition dann ja auch keine Arbeit mehr, oder? Bewusstseinsarbeit und Aufklärung ist ebenso wichtig und förderlich für unsere Gesellschaft wie die Befriedigung unserer Grundbedürfnisse. Vielleicht ja sogar noch wichtiger, damit die Befriedigung unserer Grundbedürfnisse uns nicht mehr die Lebensgrundlage entzieht, uns also langfristig tötet, statt uns erhält. Es muss keiner Form folgen. Es hat kein Ziel. Außer Ausdruck des Inneren zu sein. Also eigentlich alles, was wir immer tun und sind. Wie immer. Das Schreiben, das Lesen, das Leben. Wenn ich aus meinem Frieden heraus lebe, kann ich alles in Gelassenheit, Akzeptanz und Liebe tun. Was genau ich tue, ist nicht so wichtig, sondern die Qualität, mit der ich es verkörpere. Mit welcher Freude ich meinen Weg beschreite und ob ich diese Freude dann auch weitergebe. Trage ich negative Energie oder positive Energie in dieser Welt? Bin ich Hilfe oder Teil des Problems oder beides? Sachen, welche niemand wirklich braucht oder welche einen Gedanken des Mangels, der Angst, also des Gewinnens in sich tragen, die brauchen Werbung. Man muss sie uns erklären, verkaufen wollen, einreden. Die Wahrheit, kleines Sternchen, braucht keine Werbung. Ein Brot auch nicht. Wir essen es einfach, wir können es backen oder wissen, wo es im Dorf zu finden ist und gehen dorthin, wo es uns besser schmeckt. Ebenso wie sich eine wahre, eine ehrliche Geschichte von selbst weiterträgt. Sie verteilt sich automatisch durch ihre innere Wertigkeit, ist sich selber genug und bringt dem Erzähler den verdienten Lohn. Jetzt kommt die Auflösung des Sternchens. Was ist wohl die Wahrheit? Die Wahrheit? Nichts hier ist wirklich fest oder beständig. Alles ist Veränderung. Warum dann auf Standpunkten stehen bleiben und oftmals darunter leiden? Geht es nicht genau darum in den meisten guten Geschichten? Der Held erlebt einen Schmerz oder einen Verlust und wächst dadurch? Letztens wurde ich gefragt, für welche Zielgruppe denn dieses Büchlein geschrieben sei. Ich selber hatte mir diese Frage nie gestellt und konnte sie dementsprechend nicht beantworten. Ist Zielgruppe nicht immer jemand, der Interesse hat, es zu entdecken, den das Leben zu dieser Art von Geschichte führt? Hatten Märchen eine Zielgruppe? Müssen es alle oder viele sein? Oder reicht es, mit den eigenen Worten, mit dem eigenen Sein, nur einen einzigen Menschen zu berühren, um ein sinnerfülltes Leben zu leben? Muss Kunst für einen Betrachter gemacht sein oder steht sie für sich allein? Kann sie überhaupt bewertet werden? Muss sie bewertet werden oder ist sie einfach ein Stück Zeit, in der sich die Betrachterin oder Leserin selbst entdecken darf? Können Botschaft und Botschafter getrennt voneinander betrachtet werden? Es ging mir also nie um Richtigkeit, nie um Vollständigkeit oder einen höheren Anspruch, geschweige denn eine moralische Überlegenheit. Wir alle wirken am Weltgeschehen mit, mit unserer Denkweise. Falls dich meine Worte in irgendeiner Form angreifen oder verletzen sollten, dann war dies nicht meine Absicht. Ebenso bin ich kein Freund von Dogmatiken und Verhärtungen, außer wenn sie im Liebesakt nötig sind. Kleiner Scherz am Rande. Daher verwende ich manchmal genderneutrale Sprache, manchmal die weibliche, manchmal die männliche Anrede, so wie es gerade passt. Dass Gott nicht wirklich männlich und Gleichberechtigung wirklich wichtig ist, sollte im 21. Jahrhundert allen hier langsam klar werden, oder nicht? Ich kann mich auch innerlich über ein fehlendes Komma oder die lapidare Sprechweise echauffieren, aber es ist gut möglich, dass dies einfach nur von der tieferen Bedeutung des Gesagten ablenkt. Die Frage ist, ob ich mich wirklich auf die Botschaft einlassen will, die mir das Universum immer wieder um die Ohren haut, egal von wo die Information kommt und ob mal ein Buchstabe fehlt. Da gesellschaftliche Muster in uns allen abgespeichert wurden und wir auf dem Weg dahin, uns selbst zu entdecken, anecken müssen, um zu wachsen, kannst du auch jedes Anecken an meine Worte als Hinweis betrachten, dass dein Verstand gerade wertet und weiß, wie es anders sein müsste. Daran ist grundsätzlich nichts verkehrt. Es stellt sich aber die Frage, ob es dienlich ist, wenn du in dir etwas Neues entdecken möchtest oder ob es einen Schutzmechanismus darstellt, der uns vor Neuigkeiten schützen will. Das Ego kennt so einige Schutzmechanismen. Sich aufregen, Empörung oder Entsetzen, Abwehr, Übelkeit, Kopfschmerzen, Plötzliche Müdigkeit, um nur einige Beispiele zu nennen. Psyche und Körper sind untrennbar miteinander verbunden und Worte werden immer auch körperliche Reaktionen hervorrufen, manchmal sehr subtil, manchmal aggressiv. Beobachte dich gern beim Lesen. Wie fühlst du dich? Welche Worte lösen welche Reaktionen aus und sind diese Reaktionen wirklich du? Wenn ich falsch liege, was immer passieren kann, dann ist das ja mein Problem und nicht deines, oder? Meine persönliche Lieblingserkenntnis der letzten Jahre Doppelpunkt Immer wenn ich mich über etwas aufrege, ist dies etwas, was ich an mir selber nicht erkennen möchte. Das, über was ich mich aufrege, muss also selbst in mir vorhanden sein, sonst könnte das Gesagte nicht mit mir in Resonanz gehen. Hätte ich damit nichts zu tun, könnte ich ja auch einfach nur milde schmunzeln über diese interessante Fantasiegeschichte, die mir da gerade zufliegt. Also betrachte ich Aufregen, Empörung, Widerstand, Anspannung und so weiter als meine Schutzmechanismen, die mich immer wieder auf mich selber hinweisen. Dieser Schutzmechanismus hat mir schon wichtige Erkenntnisse geliefert, auch wenn es oftmals unangenehm war, die eigenen Missstände aufzudecken. Etwas in mir hat sich fast immer über irgendetwas aufgeregt. Jeden Tag, unzählige Male. Welch eine Energieverschwendung und obendrein noch wenig förderlich für die eigenen Ressourcen, die eigene Gesundheit. Ist Aufregen eine schöne Form der eigenen Energie? Fühlt es sich wirklich gut an? Es war hart zu erkennen, wie negativ ich früher doch über mich, das Weltgeschehen, also eigentlich alles hier, dachte und wie wenig es mir wirklich nützte, mich befreite und zur Verbesserung und Konfliktlösung beitrug. Je mehr ich die Schwierigkeiten sah, desto mehr bekam ich, wurde selbst Teil davon. Meine Sorgen und Ängste machten mich krank und zogen nur noch mehr Negatives in mein Leben. Wir ziehen das an, was wir ausstrahlen, was wir in uns tragen, was wir denken und fühlen. Dies lässt sich zwar schwer beweisen, aber gut am eigenen Beispiel beobachten, wenn man genau hinschauen möchte, wenn man sich traut, Verantwortung für die eigenen Gedanken zu übernehmen. Gehirnscans haben gezeigt, dass Menschen durchschnittlich 50.000 bis 60.000 Gedanken am Tag denken. Dies kann ich natürlich schlecht nachprüfen, da ich mir der wenigsten Gedanken wirklich bewusst bin, geschweige denn sie zählen könnte. Doch ich kann aufmerksamer werden, wenn ich weiß, welche Kräfte diese Gedanken haben. Wie viele dieser kleinen Geister drehen sich wirklich um die pure Lebensfreude, um Liebe, Miteinander und Lösungen. Wie oft denkst du wirklich über deine beste, schönste, freiste Version deiner selbst nach, nicht was du hast oder haben könntest, sondern wer du wirklich sein willst. Kommen die meisten unserer Gedanken nicht oft von dem Punkt, jetzt noch nicht da zu sein, wo ich gern sein würde? Das klingt mir eher nach Mangel, statt Selbstliebe und Akzeptanz. Betrachte gern die Ergebnisse in deinem Leben. Kannst du wirklich mit letzter Sicherheit behaupten, du hättest damit nichts zu tun? Ich halte das Gegenteil für realistischer und es wäre doch eine Probe am eigenen Exempel wert. Was hast du zu verlieren? Ich glaube, unsere Gedanken und Träume werden Realität. Wir träumen die ganze Zeit durch die Gedanken, die durch uns fließen, das meiste leider unbewusst. Sind nicht oft Dinge in deinem Leben geschehen, die du irgendwie vorhergesehen hattest? Egal ob positiv oder negativ? Wir alle wissen nicht, wie diese Realität letztendlich funktioniert, auch wenn wir versuchen, uns in trügerischer Sicherheit zu wiegen. Die Frage ist, was wir träumen und aus welcher Quelle dieser Traum entspringt. Dies kann ich beobachten und verändern lernen. Kommt mein Traum aus der Freude und zieht mit seiner positiven Ladung das an, was wir wirklich wollen? Oder träumt da ein kleines, verletztes Kind, welches sich immer ungeliebt und ungerecht behandelt fühlt und dementsprechend genau das dann in seinem Alltag wieder erschafft und gespiegelt bekommt? Träumen viele hier von der Schlechtigkeit unserer Spezies? Was wird wohl geschehen? Wir sind unglaublich schöpferische Wesen und wenn wir auch nicht die Macht haben, alles auf einen Schlag zu verändern, wir können unsere Sichtweise auf die Dinge maßgeblich mitbestimmen. Es ist, so gesehen, das Einzige, was uns bleibt. Holen wir doch die Macht zu uns zurück. Unsere Sichtweise wird uns neue Ergebnisse ins Leben bringen. Ob ich daran glaube oder nicht, es ist beobachtbar. Selbst wenn alles wirklich, wirklich schlimm scheint, wäre es doch hilfreich, das Licht noch zu erkennen, anstatt in Dunkelheit zu versinken. Oder? Die Welt ist ein Spiegelbild meiner selbst. Meist lebe ich nach denselben Mustern wie alle anderen auch. Warum also jemanden für etwas verurteilen, was ich an einer anderen Stelle der Zeit genauso mache, aber lieber nicht erkennen möchte? Was wäre? Wäre verurteilen zwar gesellschaftlich akzeptiert, würde es uns aber selbst am meisten schädigen, da wir mit dieser Energie genau das in unserem Leben wiederfinden, was wir nicht haben wollen. dass wir verurteilt werden, weil wir uns oder andere verurteilen, uns dann angegriffen fühlen, einen Grund haben zurückzuschlagen, nur um dann wieder angegriffen zu werden und so weiter. Und es beginnt mit der Frage, was ich denn eigentlich alles für verurteilenswert halte und warum. Den Teufelskreis kann nur durchbrechen, wer selbst die eigene negative Kraft des Verurteilens in sich entdeckt und wie oft wir in Verurteilungen denken. Und genau da beginnt die Freude der persönlichen Weiterentwicklung. Dort, wo mein Ego, also mein erdachtes Selbstbild, sich angegriffen fühlt, zieht es eine willkürliche Linie, während ich doch gerne grenzenlos, akzeptierend, mitfühlend sein würde. Denn das klingt irgendwie besser und produktiver als reaktiv, wütend, sich aus reinem Selbstschutz heraus verteidigen zu müssen, oder? Von welchem Standpunkt aus ließen sich wohl die weiseren Entscheidungen treffen, wenn wir ehrlich sind? Wenn wir wirklich eine freie Wahl haben, was würde die Liebe tun? Wunder erkennen für Anfänger Um Wunder zu erkennen, muss ich mich im Raum einfach nur umschauen. Die Gedanken, das Zwiegespräch im Kopf und vor allem das alte »Kenn ich alles schön« mal kurz an den Rand bitten und »Staunen«. Vielleicht dauert es ein wenig, aber wer hier nicht ins Staunen kommt, der verpasst das Beste. Denn eigentlich ist es doch ziemlich wundersam. Ich lebe. Und ich weiß nicht, wie lang ich in diesem Zustand verbleibe. Ich muss noch nicht einmal darüber nachdenken, nur wahrnehmen. Vor allem, wenn ich nicht darüber nachdenke, kann ich fühlen, was gerade unter der Oberfläche passiert. Das Unerklärliche enthüllt sich vorsichtig. Es entsteht Raum für Beobachtung. Vergangenheit und Zukunft sind nicht mehr wichtig. Zeitlosigkeit. Es wird stiller, entspannter und aufmerksamer. Endlich Ruhe, nach der ich mein Leben lang suchte. Es ist. »Doch, woher kommt es und wohin geht das?« fragt eine ängstliche Stimme in meinem Kopf, gerade wenn langsam Stille einkehren will. Sofort schaltet sich mein Denken wieder ein und versucht, die Kontrolle zu behalten über die Fakten, die es greifen kann. Denn dazu ist es ja bekanntlich da. Die sogenannte Schutzfunktion. Da ist der Stuhl, Laptop, Tisch. Kenn ich. Weiß ich mit umzugehen? Alles, was einen Namen hat, passt in eine Schublade. Wenn sortiert, dann gut. Die bekannte Ordnung ist wiederhergestellt. Der Rest ist zu groß, zu gefährlich. Mein Verstand will gern nur das sehen, was ihm passt, was ihm passend erscheint in meinem angelernten Weltbild. Doch ist der Tisch wirklich Tisch, wenn er zu anderer Zeit ein Baum war? Wenn er eigentlich nur Kohlenstoff ist? Wenn er dann gleichzeitig auf Quantenebene nur eine schwingende Energie darstellt, die ich als fest wahrnehme, woher weiß ich eigentlich, was Kohlenstoff und Quanten sind und nützt mir das wirklich was? Habe ich das wirklich selber herausgefunden oder sind das nur Informationen, die sich ganz schön wichtig nehmen, aber auch austauschbar wären? Und wer gab dem Tisch seinen Namen und warum ist allen so vollkommen klar, dass ein Tisch mit Tisch benannt ist und nicht anders? Warum wundert sich hier kaum jemand? Haben sich da irgendwann einmal Leute zusammengesetzt und darüber debattiert, dass dieses Ding nun so heißt und das in ein Gesetzbuch namens Duden geschrieben? Oder hat es sich womöglich seinen Namen selbst gegeben? Kann mir das jemand erklären? Oder ist auch das dann wiederum nur eine Vermutung, also eine nette Geschichte, die meinen Verstand befriedigen will? Hinter den Dingen verbirgt sich das Wie, das Warum, vor dem wir so gern die Augen verschließen. Denn da sind die heißen Themen unserer Zeit versteckt. Wichtiger als ein Virus oder ein Sack Reis, der gestern in China umfiel. Denn das passierte ja erst alles durch das Wie und Warum, welches wir noch nicht entschlüsseln konnten. Und dieses wie und warum kann ich lernen zu ergründen. Ich kann es spüren, wenn die Oberfläche sich beruhigt. Andere nannten es Meditation, die Kunst nicht zu werten, das reine Leben zu spüren, einfach nur da zu sein und anzunehmen, was ist. Dazu kann man sich hinsetzen, muss Mensch aber nicht, wenn laufen, stehen, arbeiten, Kaffee kochen und sitzen gleichsam Wunder darstellen, die es zu entdecken gilt. Also eigentlich jeder Moment. Immer wenn wir glauben, wir wüssten, wie es ist oder sein sollte, verpassen wir das Beste. Wer weiß, vielleicht kommen wir dadurch durch von oberflächlicher Symptombekämpfung ja irgendwann zu den Ursachen, zu unserer Entstehung, zu unserem Vergehen, zur geistigen Kraft unseres kollektiven Feldes, mit welcher wir unsere Gedanken in Realität umwandeln, zu unserer Existenz, die zumindest in unserem Kulturkreis so abgesichert ist, dass wir uns die Zeit nehmen könnten, Fragen zu stellen, für die andere Generationen bisher zu angespannt waren. Vielleicht, weil sie die Fragen auch nie stellten. Bist du bereit für die Büchse der Pandora? Dann gibt's hier keine Antworten, sondern nur noch mehr Fragen, um deinen Geist mit sich selbst zu verstricken, bis er sich demütig an den Rand stellt, zuschaut und dankbar etwas Entspannendes erkennt, statt alte Denkmuster ständig neu zu sortieren, um das notdürftig zusammengeschusterte Weltbild unter erheblichen Anstrengungen aufrecht zu erhalten. Die Gedanken Ursuppe Wie ich es schaffe, meine Gedanken über meine Finger in eine Tastatur fließen zu lassen, wie es möglich ist, dass diese Buchstaben auf meinem und später auf deinem Endgerät landen, wie du diese kleinen lustigen Striche und Kurven als Lichtreflexionen wahrnimmst, ihnen eine Bedeutung zuschreibst und eine Geschichte oder vielleicht sogar ein Film in deinem Kopf entsteht, wo ich halt noch nicht einmal weiß, woher meine Geschichte kommt, die ich hier gerade lese, hier bleibt für mich unerklärlich, wunderlich, seltsam, mysteriös, grandios, aufregend, abenteuerlich und dabei sitze ich nur auf einem Stuhl und schreibe oder lese vor, je nachdem. Wie funktioniert eigentlich mein eigenes System, welches sich hier Gedanken zum Leben macht? Mache ich die wirklich selbst oder kriege ich die rein, was ist Denken eigentlich? Funktioniert es nur, wenn ich Wörter verwende, die ich ja auch erst gelernt habe in meiner Kindheit? Und wenn jedes Wort für jeden Menschen eine andere Bedeutung hat, reden wir dann eigentlich über dasselbe, wenn wir das Wort Liebe oder das Wort Freiheit in den Mund nehmen? Müssten wir nicht in jedem Gespräch erst einmal die Begrifflichkeiten klären, damit wir nicht aneinander vorbeireden? Was ist überhaupt ein Gedanke, wenn WissenschaftlerInnen immer noch nicht wissen, wo diese Dinger sitzen, wie die aussehen und funktionieren? Irgendwas mit elektromagnetischer Schwingung habe ich ja mal gehört, aber ist das wirklich eine Erklärung? Scheinbar sind Gedanken ja für alles verantwortlich, was je geschaffen wurde. Jedes Auto, jede Kunst, jedes Haus, jeder Krieg. Am Anfang war etwas im Geist, das durch den Körper auf die Erde kommen wollte. Aber wie kam die Idee in den Geist? Kann ich wirklich behaupten, dies sei mein Gedanke, meine Idee, wenn ich deren Ursprung gar nicht kenne? Es erfordert schon ein sehr kleines, menschlich beschränktes Weltbild, um sagen zu können, das habe ich allein geschafft, wenn ich noch nicht einmal weiß, woher das Leben eigentlich kommt, welches sich durch mich entfaltet. Wo haben wir das gelernt? Viel zu oft halte ich für selbstverständlich, was an sich schon als reine Hexerei gelten müsste, dass in mir überhaupt Gedanken auftauchen und ich keine Quelle greifen kann. Keine Quelle, aus der doch etwas entspringt. Interessant. Hier nun ein kleines Gedankenexperiment. Wenn du dich auf das Spiel einlassen möchtest, bitte bitte ich dich um deiner selbst willen nur bis zur Fragestellung zu hören. Sollst du meine Erläuterung schon vor Spielbeginn kennen, suggerierst du dir selber ein Ergebnis und wirst mir dann unterbewusst in die Schuhe schieben, dir etwas eingeredet zu haben. Du könntest dann wohl das erleben, was ich beschreibe. Jedoch bliebe ein fader Beigeschmack, es nicht selbst herausgefunden zu haben. Wenn das Ergebnis eines Experiments schon feststeht, weil wir wissen, wo wir hinwollen, ist es dann überhaupt ein Experiment oder finden wir dann immer das, was wir finden wollen? Noch genauer, schaffen wir erst das, wonach wir suchen? Ernstzunehmende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen stehen immer wieder vor genau dieser Frage. Ich lade dich ein, die Augen zu schließen, ein paar Mal durch zu atmen und einfach nur wahrzunehmen, was passiert. So 15 bis 20 Sekunden lang. Du musst dich noch nicht einmal entspannen. Du darfst dieses Spiel auch gern komisch finden. Vielleicht ist alles ruhig in deinem Kopf. Vielleicht denkst du ein paar Worte alles ist gut so wie es ist. Du darfst einfach beobachten und musst erst mal rein gar nichts verändern oder verbessern. Nachdem du ein paar Sekunden beobachtet hast, frag dich innerlich, wenn du bereit bist, woher kommt wohl der nächste Gedanke? Lausche oder schau in dich hinein, beobachte einfach, was jetzt passiert. beobachten Untertitelung des ZDF, 2020 Aus welcher Richtung kam wohl der nächste Gedanke? Wo in dir ist das Mäuseloch verortet, vor dem du wie eine aufmerksame Katze gewartet hast? Denkst du in Worten oder in Bildern? Wenn ich Gedanken beobachten kann, wer ist dann diese Beobachterin? Und was bedeutet es dann für mein Leben, nicht selbst diese Gedanken zu sein, die von irgendwo aufsteigen? Wie fühltest du dich in der Lücke, die im Moment des aufmerksamen Wachens entstand? Probiere es gern erneut und immer und immer wieder. In dieser Lücke sind die größten Geheimnisse des Lebens versteckt, meint die östliche Philosophie. Sie ist das Leben selbst, welches in dir lebt. Sie ist die unfiltrierte Wahrnehmung des Jetzt. WissenschaftlerInnen würden es vielleicht als Quantenfeld beschreiben, das Nichts, aus dem alles erscheint. Unerklärlich, unbeschreiblich und doch wahrnehmbar. Wie kann aus Nichts etwas entstehen? Man könnte sagen, du bist gerade deiner eigenen Bewusstheit begegnet. Der Teil in dir, der wahrnimmt, immer präsent ist. Welcher aber nicht denkt oder denken muss, um zu existieren. Vielleicht hast du nun gerade deine erste bewusste Meditationserfahrung gemacht, indem du dich von deinem Verstand getrennt hast. Mehr ist es nicht. Du konntest den Denker oder die Denkerin in dir beobachten. Ohne Anstrengung, ohne Kloster. Du warst aufmerksam und still, ohne dich in die Stille zu zwingen, ohne dich irgendwo anders hindenken zu wollen oder zu müssen. Du warst einfach nur da. Dieses Dasein ist unser größtes Geschenk. Die größte aller Befreiungen. Ein Raum des Friedens, der immer in uns wohnt, egal wie stürmisch es da draußen auch zugehen mag. Ein Teil in dir, der nie verletzt wurde oder der verletzt werden kann. Dieser Teil wird niemals älter. Ein zeitloser Raum, der nicht von Zukunft und Vergangenheit abhängig ist, über welche wir halt nachdenken müssen, damit sie existieren. Das Jetzt ist immer nur Jetzt. Die Vergangenheit ist vorbei und die Zukunft wirst du nie erreichen. Denn dann heißt sie ja schon wieder Jetzt. Herzlich willkommen im Auge des Sturms. Genau da ist die Stille, die wir uns immer herbeisehnten, während wir noch darüber nachdachten, wo wir wohl als nächstes Urlaub machen, um endlich die Ruhe zu finden, die wir uns verdient haben. Ohne zu bemerken, dass das Denken selbst erst den Lärm erschaffen hat, der uns vor sich hertreibt. Wenn das Ego am schönsten, ruhigsten, blauesten, gelbsten, tollsten Strand der Welt steht und immer noch etwas zum Meckern findet, wie schrecklich wäre denn das? Und wie normal scheint genau das in unserer Lebensvorstellung zu sein? Doch es gibt eine Lösung und wir müssen dazu noch nicht einmal irgendwo hinfliegen. Sie ist immer in dir und in mir. Die Lücke zwischen den Gedanken, denn die ist ewig, immer gleich, friedlich, losgelöst von Zeit. Sie hat dich immer begleitet, dich beobachtet. Vielleicht ist sie ja du. Wer sind wir wirklich, wenn wir mal nicht darüber nachdenken, wer wir sind? Sind wir dann weg? Oder ist genau das Gegenteil der Fall? Wir sind vollkommen wach, präsent, einfach da. Dort ist kein Platz für Identitätsfragen, Geschlechtsmerkmale, Zukunftssorgen oder Leiden. Genau diesen Ort mag unser Ego nicht. Denn dort hört es auf zu existieren. Wir verlieren unsere Identität, die wir uns so mühsam aufgebaut haben, mit all seinen Geschichten, den Problemchen, Verletzungen und Spielen. Es speist sich ja gerade erst vom Denken und von allen möglichen Fragen, die doch hier und jetzt meist gar nicht so wichtig sind. Uns davon abhalten, wirklich in den Moment einzutauchen, uns durch ihn und in ihm aufzulösen. Zu sein, statt darüber nachzudenken. Bei den meisten Menschen müssen schon gewaltige Ereignisse am Selbst rütteln, dass der Verstand den ununterbrochenen Strom der Gedanken kurz einstellt und sie für kleine Momente das unkommentierte, reine Jetzt erleben. Extremsport am Limit. Unfälle. Sich erschrecken. Herzliches Lachen. Orgasmen. Extremer Schmerz. Und natürlich noch ganz viele andere, die dir sicherlich selbst einfallen. Oftmals sind wir zufällig dort und kriegen es nicht mit. Nur dort und nirgendwo anders. Wo ist zu Hause mehr als genau da? Ein paar Augenblicke, keine Gedanken. Ein paar Augenblicke, keine Wünsche und keine Sorgen mehr. Das Ende des Egos. Der Anfang der inneren Freiheit, welche man Stück für Stück ausweiten kann. Wäre es nicht schön, sich frei zu fühlen, egal wie die Umstände im Außen momentan erscheinen? Und aus dieser Freiheit heraus dann frischer, agiler, spontaner, intuitiver handeln zu können? Die entstehende Lücke zwischen den Gedanken ist deine reine, ungebundene Aufmerksamkeit. Auch bist du selbst diese reine Aufmerksamkeit und die lässt sich steuern. Je nachdem, wo du deine Aufmerksamkeit lagerst, liegt dein Schwerpunkt im Leben. Viele Menschen sehen immer das, was gerade nicht funktioniert. Doch um das zu ändern, muss ich nur meinen Fokus ändern und erkennen, was alles schon funktioniert. Kleine Erinnerung, wir leben. Können wir dafür selbst nicht schon dankbar sein? Das alles erleben zu dürfen? Menschen finden sich plötzlich in einer vollkommen neuen Realität wieder, die vielleicht gar nicht so dunkel ist, wie sie oft erschien. Erfahren sie ihre innere Welt des Nicht-Wertens. Die pure Erlösung. Manchmal tränenreich. Vor Glück, Erstaunen und Erleichterung. Eine Staumauer, die endlich brach. Reines Gefühl und seine Annahme. Statt darüber nachzudenken. Liegt deine Aufmerksamkeit vorrangig auf deiner Gedankenwelt, wird diese immer eine Möglichkeit finden, dich leiden zu lassen, dich vom Jetzt zu trennen, da sie mit vergangenen Problemen oder Zukunftssorgen verbunden ist. Bist du dort und mit Werten beschäftigt, bist du nicht wirklich hier und unvoreingenommen erst recht nicht. Manchen Menschen kannst du förmlich ansehen, wie sie ihre schweren Gedanken vor sich her und in jedes Gespräch tragen, jede Situation meinen bewerten zu müssen. Es ist anstrengend, macht ruhelos und krank, überhaupt immer alles in richtig oder falsch einzuteilen. Ich kann mich freuen, nicht hungern zu müssen oder ich kann über die Trockenheit des Brötchens nachdenken und oder obendrauf die Aufmerksamkeit aller anderen auf meine Negativität lenken. In den Momenten, wo deine Aufmerksamkeit auf deiner Aufmerksamkeit selbst, also im aktuellen Moment liegt, hat der Verstand keine Möglichkeit, Vergleiche anzustellen. Ohne Vergleiche gibt es kein Leiden. Ich kann nur leiden, wenn mein Verstand denkt, es sollte so nicht sein, anders wäre das jetzt besser. Wenn ich nicht wüsste, wie es eigentlich sein sollte, könnte ich jeden Moment so akzeptieren, wie er nun einmal ist und damit schon mal Schadensbegrenzung üben, indem ich nicht wie ferngesteuert leide und reagiere, da ich dem Moment ja ablehnend gegenüberstehe und eigentlich wieder weg will. Ich könnte viel eher bewusst entscheiden, wie ich denn wirklich reagieren würde. Wäre ich frei und wäre mit jeder neuen Situation in Akzeptanz verbunden, statt automatisch Widerstand aufzubauen. Denn jeder Moment ist einfach, wie er ist. So einfach und für das Ego so schwer zu akzeptieren. Doch Widerstand ist immer freiwillig und anstrengend. Oftmals nützt er mir noch nicht einmal irgendwas, wenn ich ehrlich bin. Selbst der heftigste Schmerz verliert so den Schrecken. Er verwandelt sich von einem Gefühl, welchem ich ablehnend gegenüberstehe, welches enden soll, zum reinen Ankerpunkt im Jetzt. Er lässt mich ankommen, wenn ich ihn wirklich spüre, statt von ihm wegzuwollen. Jeder Schmerz hat einen Grund, der sich uns ja offenbaren will. Man kann an Schmerzen leiden, muss Mensch aber nicht. Diese Sichtweise verändert nicht immer und augenblicklich jede Situation, doch sie verändert dich. Deine Sichtweise bestimmt darüber, ob du in Frieden bist und bleibst, zur Entspannung und Lösung beiträgst oder in den Kampf ziehst. Gegen dich selbst? Und Letzteres könnte wohl der Hauptgrund für jegliches Unglück auf dieser Welt sein. Oder nicht? Der bewertende Verstand, die Gedanken, sind Werkzeuge. Sie kommen, sie gehen. Wir können sie schwer kontrollieren, doch lernen uns von ihnen zu distanzieren, sie nur noch einzusetzen, wenn wir sie wirklich brauchen. Sie sind verknüpft mit gesellschaftlichen Mustern und Moralvorstellungen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Fast alle BewohnerInnen dieser Welt sind mit ihren Gedanken identifiziert. Wir glauben meist, diese Gedanken zu sein. Wir gehen davon aus, mit Gedanken alles lösen zu können, während doch Gedanken erst diese Probleme erschufen, da sie immer etwas finden, was gerade noch nicht stimmt. Gibt es kein Falsch mehr, gibt es kein Problem mehr und ich muss mich nicht wehren. Natürlich kann man das dann immer noch tun, es ist aber keine zwingend erforderliche Reaktion mehr, die scheinbar keine Wahl lässt. Ich muss mich dann nicht mehr in jedem Gespräch bis aufs Messer verteidigen. Habe ich mir denn meine Standpunkte wirklich selbst gewählt? Hatte ich überhaupt bisher eine Wahlmöglichkeit? Vielleicht liegen die Lösungen im Kern doch auf einer anderen Ebene, wenn wir das Denken mal kurz an den Rand bitten. Haben die Alten nicht gesagt, in der Ruhe lege die Kraft? Vielleicht kommt daher der Rat, erst einmal tief durchzuatmen, bevor wir kommentieren und unseren Senf zur Situation dazugeben. Und wo ist die Ruhe zu finden, wenn nicht genau dort, wo der Gedankenlärm endlich zum Erliegen kommt und ich eine viel größere Wahrheit erkenne als die, die ich erlernte? Dort liegt das Ich Bin, welches ja bekanntlich vor dem Ich bin dies und das kommt. Ich brauche das Wörtchen Gott noch nicht einmal zu benutzen, um zu verstehen, dass es größere Rätsel in diesem Universum gibt, als ich mir überhaupt vorstellen kann, wenn ich mich überhaupt traue, mir irgendetwas vorzustellen, was größer ist als meine kleine Gedankenwelt. Diesen Raum zu öffnen, kann Leben verändern, Leiden beenden. Es erfordert den größten Mut, die eigene Identität infrage zu stellen, das kleine, erdachte Selbst sterben zu lassen. Denn nichts anderes passiert in diesen Momenten des Nicht-Denkens. Das schmerzbeladene, geschichtsträchtige, sich selbst erdenkende Ego stirbt den Heldentod und genau davor will es mich die ganze Zeit schützen, indem es meine Aufmerksamkeit fesselt, mich sekündlich ins Reagieren zwingt und mir versucht einzureden, es sei ich. Ganz schön schlau, doch unnötig anstrengend. Das bringt mich zu der nächsten, rein praktischen Fragestellung. Wie kann ich jemals eine Idee, einen Gedanken und ein Ding, welches aus einem Gedanken entsteht, mit einem Copyright-Zeichen versehen? Und vor allem, wenn dieser Gedanke gut ist und allen helfen würde, wie kann ich den dann, den anderen, hier mitlebenden Wesen vorenthalten, möglicherweise sogar verkaufen? Anstatt zu sagen, hey ihr Lieben, ich hab da was Gutes reinbekommen, das solltet ihr auch wissen, packen wir selbst die Gedanken zur Rettung der Menschheit hinter eine Bezahlbarriere. Wie einfallsreich und traurig. Egos, die glauben, sich absichern zu müssen, die Angst haben, zu kurz zu kommen. Doch wo die Gedanken, die Ideen herkommen, wenn sie mir denn etwas nützen, sind doch immer viel, viel, viel mehr. Manche Menschen halten krampfhaft ihren halb verdorrten Apfel fest, der ihnen ihrer Zeit in die Hände fiel, ohne zu bemerken, dass sie unter einem Apfelbaum stehen, der sie mit den schönsten Früchten versorgt, aber nur, wenn sie die Hände frei haben, um Nachschub einfach aufzufangen. Wirklich neue Gedanken tauchen einfach auf. Aber nur, wenn ich das, was ich schon immer dachte, lerne zu vergessen. Der Gipfel der menschlichen Arroganz. Mein Gedanke. Meine Weltsicht. Meine Meinung. Mein Leben. Meins. Kann eine Zivilisation überleben, in der sich alle Wesen voneinander, von ihrer Umwelt, von der Natur, von der Schöpfung, vom restlichen Universum getrennt fühlen? Die sich zerdenken? Bringt uns diese Denkweise wirklich weiter? Geht es wirklich darum, was gedacht wird? Oder wie gedacht wird? Mein Vater hat damals immer gesagt, mach die Augen zu, dann siehst du, was deine ist. Vielleicht hatte er recht. Die Büchse der Pandora. Das Nicht-Wissen. Hast du schon jemals ein Elektron leibhaftig durch eine Leitung flitzen sehen? Ich meine das ernst. Ja oder nein? Das Bild eines Raster-Elektronen-Mikroskop aus dem Internet gilt nicht. Das Atommodell ist ein Modell. Eine Abstraktion. Eine Annäherung. Ein Versuch der Erklärung, wenn man bestrebt ist, die Welt in ihre Einzelteile zu zerlegen. Ich vertraue da meist der Wissenschaft, die das hoffentlich alles richtig beobachtet und beschrieben hat. Aber mit letzter Gewissheit sagen, dass es so ist? Und nicht anders? Und mich dann noch darum streiten? Man kann mich gern für dumm halten, aber ich weiß vieles wirklich nicht. Ich persönlich habe noch nie ein Atom gesehen. Wann hast du das letzte Mal eigenäugig überprüft, ob die Erde eine elliptische oder eher eine kreisrunde Bahn um die Sonne fliegt? Dir von oben angeschaut, ob die Kugel wirklich rund ist? Woher weißt du dann, dass es so ist, wie es ist? Hat dir vielleicht jemand ein Bild gezeigt und dir gesagt, dass es so sei? Vom Garten Eden über den Urknall bis hin zur Ausdehnung des Universums leider war ich nicht dabei, um zu bestätigen oder zu dementieren. Aber ich hörte Geschichten. Zuerst von meinen Eltern, dann von meinen Lehrern. Im Fernsehen und im Internet. Und manches glaube ich halt eher als anderes. Einfach, weil sich eine Geschichte irgendwie stimmiger anfühlt als die andere. Oder weil sich viele meiner Mitmenschen dazu entschlossen haben, eine Geschichte als wahr zu akzeptieren. Dort ist sie so lange wahr, bis die Mehrheit etwas Neues glaubt. Wow, was für eine wissenschaftliche Erklärung, lache ich mir ins Ohr. Aber ist es denn wirklich jemals anders, wenn es doch gar nicht in meiner Macht liegt, alles zu überprüfen, was ich höre? Aktivieren diese Fragen deinen rebellischen Geist? Bist du belustigt oder verärgert es dich, dass Fakten nur dann Fakten sind, wenn Mensch daran glauben mag? Was spürst du in deinem Körper in den Momenten des Nichtwissens, also der Unsicherheit? Vielleicht tut es weh, die eigene Unwissenheit so elementar zu spüren. Vielleicht wirst du angriffslustig. Es wirkt anfangs blasphemisch, Informationen in Frage zu stellen, die wir nur aufnehmen, statt selber herausfinden. Unser Ego verteidigt wahllos etwas, da wir uns nicht sicher sind. Sind wir sowieso nie, aber dazu kommen wir noch. Wären wir uns unserer Wahrheit sicher, würden wir uns wohl nicht angreifen lassen, sondern alles, was wir hören, als interessante Geschichte betrachten. Wir könnten entspannt atmen, fröhlich sein und für alle Kaffee kochen, während die noch immer streiten, ob es im Weltraum weiteres Leben gibt oder nicht. Ich meine, wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Planet hier zufällig im richtigen Abstand zu seiner Energiequelle, also der Sonne, steht, und dass wir uns hier allein in einem unendlich großen Universum den Kopf über unsere Existenz zerbrechen, der gerade mit tausenden Kilometern pro Stunde durchs Weltall rotiert, wenn ich den Erzählungen glauben darf. Kann sich hier wirklich einer von uns vorstellen, was Unendlichkeit bedeutet? Oder ist das auch nur ein schönes Konzept für alles, was wir uns nicht erklären können? Vielleicht ist es die Matrix und alles nur eine Einbildung. Wer kann es mit letzter Sicherheit sagen? Vielleicht hänge ich gerade kopfüber im Weltall und kriege es nicht mit. Wie kann ich dann behaupten, ich weiß, wie die Dinge sind? Und seit wann gibt es ein Oben und Unten im Weltall? Das gibt es doch nur in meiner beschränkten Geisteswelt. Ebenso wie die allseits beliebte Vorstellung, dass wir arbeiten müssten. Was? Doch, doch, also ich muss ja arbeiten, weil... Leider sind Arbeit und Müssen beides negativ konnotierte Worte, die beim Hörer sofort Schmerz und Abwehr auslösen, wenn sich das hörende System dabei ertappt fühlt, weit über ein Drittel der Lebenszeit mit Tätigkeiten zu beschäftigen, die es als nicht angenehm empfindet, sich also dauerhaft selbst verletzt, weil es denkt, es müsse so sein. Natürlich weiß ein Teil in uns, dass dieses Muster abstrus und Teil einer Einbildung ist. Daher wohl der stetige innere Kampf, da wir genau das versuchen zu verleugnen. Wir wissen, wo wir uns bescheißen und wo unsere eigentliche Wahrheit liegt. Nahezu alles hier könnte pure Freude sein. Ein weiteres Drittel verbringen wir im Schlaf, also damit uns von den restlichen zwei Dritteln zu erholen, die uns hier so stressen. Denn auch das Drittel Freizeit ist ja meist mit Aktivitäten gefüllt, die alles andere als entspannend und verbindend sind. Witzig eigentlich, dass es dann der Lieblingssport der Menschen ist, ihre Lebensweise, also ihr Müssen, auf Teufel komme raus zu verteidigen. Wenn Arbeit und Leben wirklich Freude machen, dann macht auch Müssen keine Probleme mehr und niemand fühlt sich durch diese Sätze angegriffen. Wie kommen wir also in die Freude, wäre die beste Frage, oder nicht? Interessant auch, wie Sprache unser Bewusstsein formt und Worte uns gut oder schlecht fühlen lassen. Vielleicht sollte ich die Leute nicht zu sehr verunsichern, fragt mich eine Stimme in meinem Kopf. Vielleicht halten die mich dann für verrückt. Okay, also dann lass uns mal den Rahmen ein wenig enger stricken. Um die Wahrheit kommen wir nicht herum, falls es diese überhaupt gibt. Fast alles hier fußt auf einer Annahme. Alles außer den Dingen, die ich wirklich selber herausfand und selbst da bin ich mir nie hundertprozentig sicher. Und wenn ich meine, den Grund für etwas herausgefunden zu haben, ist das maximal eine kleine Teilwahrheit, die ich so sehe, weil meine Geschichte es mich so sehen lässt. Ich gebe zu, eigentlich weiß ich gar nichts. Doch streite gern mit mir selbst, nur so zur Freude, manchmal auch, um andere aufzuwecken aus ihrem Ich weiß genau, wie es ist. Wenn überhaupt, dann glaube ich zu wissen und frage mich daher, wie können so viele Leute um mich herum so sicher ihre Annahmen verteidigen, die wie alles hier auf Sand gebaut sind, beziehungsweise maximal ein zeitlich begrenztes, beobachtbares Phänomen darstellen. Wir erkennen und bewerten etwas. Irgendwas, was passiert. Meinen, den Grund zu kennen, haken es als relevant oder unrelevant ab, je nachdem, wo wir innerlich eine Grenze ziehen und verurteilen Menschen, die zu anderen Schlüssen kommen, während unsere Schlüsse doch nur minimale Ausschnitte der Faktenlage beinhalten und das Diskutieren selbst nur dazu dient, unser Selbstbild zu bestätigen und drastischer ausgedrückt unsere kleine Existenz zu rechtfertigen. Denn wer sind wir, wenn wir mal keine Meinung haben, weil wir es wirklich nicht überblicken können oder weil wir einsehen, dass wir selbst an der Schaffung der Probleme mitgewirkt haben, wenn wir uns aus dem direkten Geschehen kurz rauszoomen und ein Stückchen weiter durch die Zeit blicken? Gut möglich, dass wir unsere Probleme eigenhändig herbeigezaubert haben, aber sie natürlich nicht erkennen möchten, damit wir selbst im Recht bleiben und uns zu den Guten zählen können, welche es natürlich nur gibt, wenn es auch die Bösen gibt. Es ist so einfach, erschütternd, schmerzhaft und befreiend. Ich habe Corona, die Sklaverei, das System und alle anderen Probleme mit erschaffen. Nicht immer sind die Folgen unseres Handelns sofort spürbar. Um Auto zu fahren, muss ich die Gedanken zu meiner Energiebilanz ganz weit an den Rand schieben. Ob ich dafür schuldig gesprochen werden kann, steht auf einem ganz anderen Blatt. Menschen mit einer weißen Weste sind im reichen Westen der Welt schwer zu finden. Mein Konsumverhalten quält diesen Planeten, lässt andere Menschen leiden, die für meine Bedürfnisse arbeiten. Wer weiß, in welcher Mine und unter welchen Bedingungen die Edelmetalle abgebaut wurden, die unter diesem Mikrofon versteckt sind. Wie viele hart arbeitende Menschen sind wohl an einem einzigen Frühstück beteiligt, welches wir uns Sonntagmorgens gönnen? Fair gehandelt oder lieber preiswert und unfair? Wer tief genug blickt, findet immer die eigene Beteiligung an jedem Phänomen dieser Welt. Ist das nicht mal die größte aller Verschwörungen? Aber Achtung, das Verstehen dieses Zusammenhangs könnte zu Demut führen und zur Erkenntnis, dass hier alle nur nach bestem Wissen und Gewissen handeln und niemand mehr zur Rechenschaft gezogen werden kann. Wenn das die Runde machen sollte, würde diese konfliktgeladene Welt, so wie wir sie jetzt kennen, aufhören zu existieren. Wäre das das Ende oder endlich ein neuer Anfang? Ein Praxisbeispiel. Nehmen wir an, deine Partnerin macht gerade Dinge, die dir nicht gefallen. Du scheinst zu wissen, warum sie so handelt und meinst, du müsstest jetzt mal so richtig sauer sein. Du fühlst Schmerzen. Vielleicht hat sie dich betrogen. Oder besser, vielleicht fühlst du dich nun betrogen, da der goldene Käfig nicht hielt, was er versprach. Natürlich kann dies nur zu Leid führen, wenn man ein einschränkendes Beziehungsmodell als Grundlage wählt, welches, warum auch immer, versucht, sexuelle Anziehungskräfte und den Freiheits- und Entdeckungsdrang ekstatischer Wesen auszuschließen. Um wütend auf einen anderen Menschen zu werden, musst du auch erst einmal ganz klassisch vergessen, dass du dir die Situation selbst gezaubert hast, da du ja diese Beziehungsform mit ihr entgegen aller natürlichen Triebe gewählt hast. Ansonsten müsstest du ja wütend auf dich selber sein oder würdest einfach lachend aus dem Raum gehen vor so viel Unsinn, den sie deiner Meinung nach verzapft. Oder du würdest ihr viel Freude bei ihren neuen Erfahrungen wünschen, von denen du sogar profitieren könntest. Aber du bist ja immer noch wütend. Warum? Hat sie dich zum Zusammenleben gezwungen? Oder hast du freiwillig zugestimmt, bei diesem Lebensexperiment dabei zu sein? Ebenso entscheidest du dich jeden Tag wieder, Nachrichten zu schauen oder zu hören oder Zeitungen zu lesen, die dich dann empören. Aufregen ist immer freiwillig und gleichzeitig eine Sucht, so wie alle Dinge, die Mensch nicht so einfach lassen kann. Leider gehört das zu den Fakten, die seltener verbreitet werden. Menschen glauben nur, sich aufregen zu müssen, muss man aber nur, wenn man sich selber nicht kennt. Vielleicht sucht sie Berührung von anderen, weil du in Liebesding einfach noch keine Ahnung hast, aber zu stolz warst, sie zu fragen, was sie wirklich braucht. Vielleicht sucht sie Berührungen von anderen, weil das die normale Verhaltensweise von sozialen Wesen ist, die sich jahrtausendelang gemeinsam ans Lagerfeuer kuschelten, in Zelten oder Höhlen wohnten. Haben wir nicht irgendwo gehört, dass Glück mehr wird, wenn man es teilt? Aber genau in diesem Subjekt der Betrachtung sollte es nicht so sein? Vielleicht ärgert dich deine Freundin ja aus purer Boshaftigkeit oder aus einer unbewussten Reaktion heraus. Weißt du wirklich mit letzter wahrhaftiger Sicherheit, warum sie so handelt? Es spielt keine Rolle, wie wir gleich sehen werden. Denn selbst, wenn du sie nach den Gründen fragen wolltest, kann es sein, dass du ihr in deinem Unmut sowieso keinen Glauben schenken würdest. Dein Blick ist getrübt durch den Schmerz, den du spürst. Vielleicht ist sie einfach so. Sie macht ja sowieso nicht, was du willst. Dann wäre es ja besser zu gehen, oder nicht? Vielleicht lässt ihre Prägung sie so handeln. Vielleicht hat sie in ihrer Kindheit traumatische Erlebnisse erfahren, die sie heute zu dieser Reaktion verleiten, weil sie selber gar nicht anders kann, als immer wieder wegzurennen, wenn jemand zu nahe kommt. Vielleicht hat sie Angst vor einer tiefen Bindung wie so viele hier. Dann wäre ja Mitgefühl schon besser als Wut, nicht wahr? Denn wie kann ich jemanden verurteilen, der aus einer Verletzung heraus handelt? Und wurden wir nicht alle verletzt? Vielleicht sind ihre unständige Moral erzogen zu haben. Dann könntest du auch diese Tatsache als Grund für deine Wut ansehen. Doch damit sind auch die Eltern der Eltern und deren Eltern mit in der Rechnung und die Umstände der damaligen Zeit, die die Erziehung so verbockt haben, dass du in ihrem Handeln nun ein das ist schlecht für mich erkennst, an dem du jetzt leidest. Darauf können wir nun auch noch schimpfen oder vielleicht doch lieber auf den Liebhaber wütend sein? Wie daraus eventuell erkenntlich wird, unser Verstand sucht sich in der Ereigniskette der Vergangenheit nun also irgendein Ereignis aus, welches als Grund für den Schmerz herhalten darf. Am besten so angelegt, dass man selber aus der Rechnung fällt. Je weiter man diese Gründe zu ergründen beginnt, desto schneller erkennt man die Willkürlichkeit der Auswahl. Doch was hat der Auslöser eigentlich mit deinem Schmerz und der damit verbundenen Wut zu tun? Nichts. Du leidest, weil etwas nicht so eingetreten ist, wie du erwartet hast. Hat das etwas mit ihr zu tun? Natürlich nicht. Es sind deine Gefühle. Du könntest ja auch gelassen reagieren, statt dich aufzuregen. Das würde den Frieden wohl schneller wiederherstellen, wenn du Frieden und Liebe anstrebst. Aber ja, es soll auch Menschen geben, die nur aus Gründen des gegenseitigen Dramas miteinander durchs Leben gehen. Einen Verantwortlichen zu haben für das eigene Unglück ist für viele Grund genug, um in einer beengenden, passiv-aggressiven Partnerschaft zu bleiben. Vielleicht wollte das Leben dir auch genau diese Erfahrung schenken, damit du endlich aufwachst und dich mit deinem Schmerz beschäftigst, der immer wieder hochkommt, dich aus deiner Mitte reißt, wenn etwas nicht so läuft, wie du es dir vorstellst. Kontrollverlust schmerzt in unserer Kultur. Und das nicht, weil du so bist, wie du bist, sondern weil Erwartungen und Glaubenssätze in dir schlummern, die du dir niemals selbst ausgedacht hast. Vielleicht gibt es gar kein Betrogensein, wenn man den Blickwinkel ändert. Und vielleicht sind andere Menschen nur Auslöser eines Schmerzes und nicht daran schuld. Vielleicht wird Schmerz erst so unangenehm, weil wir gelernt haben, ihn als unangenehm zu bewerten. Grundsätzlich ist er ja erst mal nur ein Gefühl, das durch uns zu mancher Stunde fließt. Vielleicht nicht ganz so angenehm wie Freude, aber immerhin eine vollwertige Seite der Lebensmedaille, die wir am liebsten verleugnen würden, oder? Netflix, Disney und den Märchen sei Dank wissen wir ja alle, wie der Prinz die Prinzessin retten darf und wie sie dann glücklich bis ans Ende lebten, ohne nach links und nach rechts zu schauen. Was für ein schlechter Witz, auf dem unsere gesamte Gesellschaft aufgebaut ist. Ein Witz, der uns ein Leben lang in Angst erstarren lässt, etwas verlieren zu können, was uns doch nie gehörte. Ein Witz, der uns Verträge eingehen lässt, im Namen der Liebe, während doch echte Liebe die letzte ist, die einen Vertrag oder Versprechungen nötig hätte. Kann ich dann eigentlich noch irgendeinem Menschen böse sein? Sind wir nicht alle die Resultate unserer Geschichten? Und Geschichte ist lang. Und ob uns die Geschichten, die wir uns erzählen, wirklich etwas nützen, dürfen wir selber herausfinden. Vielleicht leide ich heute, weil der Ur-Ur-Ur-Großvater meiner Freundin falsch abgebogen ist. Ja, dann habe ich wenig zu lachen, da ich das ja nun nicht mehr ändern kann. Das Einzige, was ich ändern kann, ist meine Sicht auf die Dinge und das wird Wunder bewirken. Ob nun Freunden, Wirtschaftslage, Klimawandel oder Krankheiten, die uns zu bedrängen scheinen, der Auslöser ist im Endeffekt egal. Die Frage ist immer, wie wir mit dem eigenen Schmerz umgehen, der doch unser Leben täglich mitbestimmt. Mit der Wut, dass das Leben doch nicht so einfach ist, weil sie uns immer erzählten, wie schwierig es doch wird. Mit der Traurigkeit, die uns immer mal wieder einholt, weil wir uns noch nie wirklich getrauten, unser Potenzial voll zu entfalten, unsere Wahrheit zu sprechen. Mit der Empörung, dass alle anderen einfach nicht das Richtige tun, wir aber selber genauso wenig. Mit der Einsamkeit, die wir schon immer in uns tragen, aber fleißig mit anderen Menschen zudecken wollten. Mit der Ohnmacht, nicht zu wissen, was hier eigentlich gespielt wird. Mit der sinnlosen Leere des Daseins mancher Stunden. Mit der Angst, etwas zu verpassen, aus der Form zu rutschen, unter zu gehen, bewertet zu werden. Mit dem Abgrundtiefen Ich bin nicht richtig so, wie ich bin, welches uns später zum Kompensieren und Konsumieren verleitet und nicht weil wir wirklich so wären, sondern weil wir zu Hilflosigkeit erzogen wurden und gelernt haben, Schmerz zu verstecken, als Unfein in den Keller zu räumen. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, habe ich als Kind sehr oft gehört. Es hat Jahre gebraucht, um zu erkennen, wie tief diese Worte mein Leben beeinflussten, mich zurückhielten. Fehler, Tränen, Schmerzen und Scheitern sind ja bekanntlich negativ belegt. Diese Seite des Lebens wollen wir ungerne fühlen, geschweige denn uns in unserer Schwäche zeigen, uns verletzlich machen. Wir reden nicht gern darüber, gehen dann aber doch zum Therapeuten oder zu Heilern, um zu erfahren, dass es dann doch hilft, sich mitzuteilen, statt Stärke vorzutäuschen. Nach zwölf Jahren Schule wusste ich immer noch nicht, wie mein Bewusstsein funktioniert, was dieses Ich sein soll, wie ich mit negativen Gefühlen umgehe, die immer an negativen Gedankenschleifen hängen. Im Gegenteil, das System Schule förderte mein Schlechtfühlen und den stetigen Kampf um Leistung und so gesehen ums Überleben. Und das in einem der reichsten Länder der Welt, wo niemand in einem Überlebenskampf feststecken müsste. Doch egal, wie gut es uns geht, dieser Kampf wurde uns allen eingeprägt. Er ist Teil unserer Leitkultur. Teil unserer Leitkultur. Teil unserer Denkweise. Und gleichzeitig nicht notwendig. Es ist nur der Kampf des Egos, welches sich an ausgewählte Wahrheiten klammert, wie ein Ertrinkender am Rettungsring, der doch einfach nur die Füße nach unten ausstrecken müsste, um auf festem Grund zu stehen. Scheitern ist okay. Schmerzen sind auch okay. Wenn ich nicht wüsste, wie eine Beziehung sein sollte, dann wäre jeder Tag mit einem Menschen an meiner Seite ein Zugewinn und pure Freude. Wenn ich nicht mehr auf Krampf Recht haben muss, dann gibt es keine Streits mehr. Jemand kann sich nur mit mir streiten, wenn ich mitmache. Wenn ich nicht wüsste, wie Leben eigentlich sein sollte, wäre jeder Tag ein neues Wunder. Es könnte alles so einfach sein, war gestern. Es ist alles so einfach, wird das neue jetzt. Und dazu muss ich niemand anderen ändern, sondern nur meine Glaubenssysteme überprüfen. Wir sind angelernte Systeme. Wir haben gelernt zu glauben und zu vertrauen. Alles, was wir zu wissen glauben, durften wir von vorangegangenen Generationen übernehmen. Wir haben gelernt, wir zu sein. Da wir uns in den ersten Lebensjahren vollkommen schutzlos in den Händen anderer befanden, die mit uns machen konnten, was sie wollten. Kinder kopieren einfach alles. Woher sollen sie sonst wissen, wie sie sich verhalten müssen, um akzeptiert und geliebt zu werden? Und ebenso können wir dies wieder verlernen. Wäre da nicht so ein anhaften an der eigenen Geschichte, an die wir unser Selbstbild mitknüpfen? Die meisten Verhaltensweisen haben etwas damit zu tun, in welchem Kontext wir aufwuchsen und was andere um uns herum glaubten zu sein. Musste ich ständig etwas tun, um geliebt zu werden? Wie oft sah ich Menschen an ihren Geschichten und selbst inszenierten Dramen verzweifeln? Wie oft hörte ich von Menschen, die ihr Leben beendeten, als ihr gesellschaftlicher Status zerbröckelte? Was lernte ich daraus? Was tue ich hier wirklich aus freien Stücken? Oder ist das alles hier nur eine Reaktion auf eine Reaktion? Ich schreibe, um die Welt zu sortieren, für mich, um Widersprüche zu verstehen, die an allen Ecken und Enden lauern und meinen Verstand in die Verzweiflung zwingen können? Man kann hier verzweifeln, das wäre sogar sehr akzeptiert oder man macht etwas draus, irgendetwas und die Eltern hatten es von ihren Eltern, was davon bin dann wirklich ich, wenn ich doch so ziemlich alles von anderen übernommen haben? Wie wir Arbeit sehen, wie wir manche Gefühle herbeisehnen, andere versuchen geheim zu halten, weil sie als nicht akzeptiert gelten, wie wir Zeit wahrnehmen, versuchen sie in eine Form zu zwängen, ob uns Sterblichkeit ängstigt oder ob wir gerade durch unsere Vergänglichkeit die volle Lebenskraft erfahren, welchem Weltkonzept wir nachhängen, für welche Lebensphilosophie wir uns begeistern, ob wir leiden oder glücklich sind, trotz oder gerade wegen der schwierigen Umstände, eine Frage der Denkweise nicht der Wirklichkeit Ich kann es gar nicht oft genug betonen, die eine Wirklichkeit gibt es ebenso wenig wie die eine Realität. Es gibt Milliarden von Sichtweisen und jede schafft ihren Beitrag zur Gesamtsituation, die niemals überblickt werden kann, doch alle werkeln daran herum. Oft glauben wir gemeinsam ein Phänomen zu betrachten, während doch jede Betrachtende ein anderes Detail wahrnimmt, anders fühlt, zu anderen Schlüssen kommt, anders dazu handelt. Bis ich 30 war, dachte ich, ich könne nicht malen. Schon im Kunstunterricht versagte ich, ich war nie zufrieden mit meinen Ergebnissen und blickte neidisch auf die schönen Skizzen der anderen. Nach der Schule fasste ich keinen Stift mehr an, weil ich wusste, dass ich das nicht kann. Irgendwann gab mir ein befreundeter Künstler nach dem dritten Joint ein Blatt Papier und den Hinweis, dass ja jeder Künstler oder Künstlerin sei und ich doch nur meiner Hand vertrauen müsse, dass die genau das aufs Papier bringt, was da jetzt hin solle. Ohne zu werten oder zu denken. Vor allem das Denken müsse ich abschalten. also die Augen und kritzelte irgendwas auf die weiße Fläche und wusste doch schon, dass ich mich danach schämen müsse. Als ich die Augen wieder öffnete, sah ich durch die wilden Striche eine Form, die nur hier und da durch weitere Striche ergänzt werden musste, um einen Vogel darzustellen. Ich war erstaunt, freute mich kurzzeitig wie ein kleines Kind und begann wild drauflos wieder und erkannte neue Bildchen im Bild. Auf einmal hatte ich Spaß. Plötzlich ergaben alle Muster, Fehler und Schattierungen einen Sinn, wenn ich darin nur einen sehen und hervorheben wollte. Schon beim Zeichnen wurde mir klar, was bis dato mein Problem gewesen war. Mir war gesagt worden, was Kunst sei und was nicht. Ich legte eine Messlatte an mich und die Vorstellung, wie ein Bild zu sehen hätte. Ich hatte Angst vor der Wertung anderer und selbst wenn diese Stimme nur als Stimme in meinem Kopf existierte. Mit diesem Text ist es ebenso. Da gibt es eine Stimme, die mir sagen will, so ein Wirrwarr kann doch kein vernünftiger Mensch wirklich lesen oder hören wollen. Doch sie ist nicht real. Das habe ich gelernt. Sie will mich schützen. Das ist okay. Doch ich wähle neu. Nun entstehen Bilder aus mir heraus, die ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen können. Umschlungene Figuren, die in wilden Wellen auf abenteuerlichen Planeten reiten und bunt verschachtelte Szenerien, die mich selbst und andere immer wieder zum Staunen bringen. Wow, endlich mal was Neues. Sogar und vor allem ohne sich etwas Neues angestrengt auszudenken. Ein Spiel. Unsere äußeren Systeme, allen voran die Schule, sind auf Reproduktion und nicht auf die Schaffung von Individualität ausgelegt. Blöderweise war ich nicht auf Reproduktion eingestellt in diesem Leben und hatte dementsprechend die ersten Jahre schwer damit zu tun, in diesem einengenden System zurechtzukommen, den Kopierer zu spielen. Ich durfte ja nicht herausfinden, was ich gerne tun würde. Mir wurde es tausende Stunden lang vorgegeben. Doch vielleicht möchte meine Seele wirklich etwas Neues erfinden. Vielleicht sind wir alle hier, um Neues und unsere Einzigartigkeit in die Welt zu bringen. Klappt dies nicht, können wir uns ja immer noch damit begnügen, zwischen Apple und Android zu wählen oder uns um unsere Automarken oder Fußballclubs zu streiten, mit denen wir nichts zu tun haben, außer dass sie von unserer Aufmerksamkeit erst existieren können. Irgendeine Identifikation braucht das Ego, wenn wir selber keinen Halt in uns finden. Will ich etwas Bestimmtes zeichnen, wie von mir verlangt wurde, habe ich bisher keine Möglichkeit, dass das Bild aus meinem Kopf auf dem Papier landet. Obwohl es früher als fehlerhaft bewertet wurde, war es doch meine größte Chance, mich neu zu entdecken. Durch das Verlernen der eigenen Vorstellung, wie es sein sollte. Meine Hand zeichnet, etwas in mir beobachtet, bewertet, verfeinert, lässt wieder los. Vielleicht will sich da ein unbeobachteter Anteil von mir ausdrücken, der schon weiß, was richtig ist, wenn ich wenigstens einmal am Tag keine Erwartungen habe. Irgendwie entspannter, die Macht mal kurz abzugeben und nur dem Prozess beizuwohnen. Oder wird das direkt als schizophren bewertet, wenn ich meine, dass ich nicht nur eine Persönlichkeit bin? Sind wir nicht in jedem Moment anders und neu? Warum sich überhaupt auf ein Selbstbild festlegen, wenn das Leben doch unendliche Möglichkeiten zum Probieren lässt? Hast du schon jemals vor einer Entscheidung gestanden, die du nur schwer treffen konntest? Also höchstwahrscheinlich ja. Etwas ist in dir für die eine Option, etwas in dir präferiert eine andere Option. Wie funktioniert das eigentlich, wenn du mit dir selber streitest? Wer in dir spricht und wer hört zu? Mit sich selbst zu diskutieren kann nur funktionieren, wenn verschiedene Anteile der eigenen Persönlichkeit aufeinandertreffen. Wie dieses System, dieses Wir wirklich funktioniert, ist bis heute nicht entschlüsselt. Wahrscheinlich sind wir alle mit multiplen Persönlichkeiten ausgestattet, nehmen es aber nicht wahr, da auch hier wieder ein Paradigma greift. Das Paradigma nur eine Person sein zu müssen. Es wäre ja verrückt, könnte man sich innerlich mit einem ausgewählten Team an Experten beraten, oder? Wo kämen wir dahin, würden wir alle mit uns selber sprechen? Naja, noch verrückter wäre es, das Streitgespräch zu beenden, ruhig zu werden, zu lauschen und dann intuitiv zu wissen, wo es lang geht. Ohne die Diskussion im Kopf. hat hat nicht die Intuition, also das Bauchgefühl immer irgendwie richtig gelegen und wir sind oft falsch abgebogen, während sie uns doch davor gewarnt hatte? Hat uns nicht doch letztendlich die Intuition dahin gebracht, hier hin, wo wir hin sollten in diesem Leben, um etwas Wichtiges über uns zu lernen? So gesehen waren alle Schmerzen, welche die Schule mir schenkte, dafür gut, mich selbst erkennen zu können, als der Teil unter den angelernten Mustern, neben dem Verstand. Waren nicht alle Künstler mehr oder weniger verrückt, also weggerückt von den üblichen Strukturen und haben nicht gerade ihre Eigenheiten diese Menschen zu etwas Besonderem gemacht, auf das wir zu ihnen aufschauen? Und das gilt nicht nur für Künstler. Henry Ford wurde von seinem Vater für verrückt gehalten, als er bekannt gab, Autos für alle bauen zu wollen. Aber da ich bei diesem Gespräch nicht dabei war, gilt meine Aussage nur unter Vorbehalt und ist nicht rechtsverbindlich. Gute Wissenschaftende setzen immer wieder alles auf Null, versuchen bisherige Denkansätze zu hinterfragen und fangen von vorn an, wenn sie nicht zum gewünschten Ergebnis kommen. Für uns Menschen könnte ja Lebensfreude und Frieden ein gutes Ergebnis sein, nachdem wir suchen könnten, oder? Wann wird diese Denkweise in unserer ach so wissensorientierten Gesellschaft endlich salonfähig, auf das wir uns schütteln vor Lachen, weil wir so lange gegen die Wände des Gestern gerannt sind. Wir könnten einfach durch die Tür gehen, wir könnten loslassen und neu probieren. Du fragst dich, wie das gehen soll? Meinen Erfahrungen zufolge ist es sehr einfach. Wir dürfen unsere Systeme mit neuen Fragen füttern. Zum Beispiel Wo ist denn diese Vergangenheit eigentlich, auf die sich immer alle berufen? Wo ist die Vergangenheit, über die du dich definierst? Wo ist zum Beispiel dieses eine blöde Ereignis, über das du dich immer wieder ärgern kannst? Ist es gerade da? War es gerade da, bevor ich daran erinnerte? Und wenn du nun meinst, du hättest keine Kontrolle darüber, was du dazu denkst oder fühlst, hast du dann die Möglichkeit, dein Leben freizugestalten oder hat dein Diener dein Verstand heimlich die Kontrolle übernommen und redet dir immer ein, wie arm du dran bist wegen diesem oder jenem, was fehlt oder zu viel ist. Ich lade ein zum Locker Bleiben, zum Atmen, zum Augenschließen, um dir selbst die Möglichkeit zu geben, etwas Neues zu entdecken. Wie stellst du dir die Zeit in deinem Inneren vor? Kannst du sie anfassen? Wo steht die Vergangenheit oder die Zukunft vor deinem Inneren Auge? Wenn du es nicht anfassen kannst, wie kannst du dir dann sicher sein? Und ist nicht alles nur noch eine Erinnerung? Muss diese Erinnerung Macht über dich besitzen? Wer wärest du ohne diese Erinnerung? Geht die Vergangenheit wirklich? Jegliche Vergangenheit existiert nur in meiner Vorstellungskraft. Als eigene Erinnerung oder als Erinnerung des kollektiven Feldes, welches sich uns manchmal offenbart. Paradoxerweise ist sie nicht da, doch kann ich mit meinem Bewusstsein dorthin reisen und das Erlebte wieder und wieder erfahren. Genauso als würde es gerade passieren. Vielleicht bin ich dann ja dort, wenn das Gefühl wieder genauso entsteht wie damals. Bewusst gereist ist dies eine spannende Sache. Doch meistens reist unser Verstand im Geheimen Unbewusst um zu vergleichen und uns daran zu erinnern wer wir sind oder nicht sind laut seiner Definition. Geschichte entwickelt sich unglaublich langsam wenn viele Wesen einer Gemeinschaft meinen zu wissen dass sich etwas nicht verändern kann weil es ja vorher auch nicht ging. Eine mühsame aber als normal anerkannte Denkweise die davon ausgeht dass Vergangenheit etwas Unveränderliches etwas Festes ist während sie doch nur im eigenen Kopf oder in den Köpfen vieler existiert Vergangenheit existiert im Geist doch ihre Muster bestimmen unser Jetzt auch Materie als verlängerter Arm des früheren Geistes reicht schon mal bis in die Gegenwart das was uns zum jetzigen Zeitpunkt als Fest erscheint zum Beispiel in Form des Lesegerätes welches du in Händen hältst oder in Form der Kopfhörer die deine Ohren umschließen doch zurück zum Geist aus dem alles entstehen kann wäre da nicht so eine Instanz die uns sagt was geht und was nicht geht die ist nicht außen die ist in uns diese Instanz die sich auf frühere Erfahrungen stützt die Frage ist ob sie uns hilft uns zum positiven zu verändern oder unsere Gemüter dauerhaft blockiert man könnte es als ich oder Ego bezeichnen ein Wächter der uns vor Unheil bewahren will denn was würden denn die anderen jetzt sagen wenn ich dazu muss mein Verstand vergleichen wenn ich mich heute nicht von der Stelle bewege weil ich denke ich kann es nicht oder weil mich ein vergangener Schmerz davon abhält dann nur weil mich meine eigene Geschichte gefangen nimmt die ja doch nur in meiner Vorstellungswelt existiert sich aber auch im Körper niederschlägt nicht ein Ereignis lässt mich leiden sondern wie ich darüber denke was ich daraus mache hart aber nützlich spricht da meine eigene Erfahrung da höre ich nun schon empörte stimmen die sich angegriffen fühlen da sie meinen dass ich mit diesen Aussagen ihren Schmerz herabsetze doch dies war gar nicht meine Absicht du darfst ihn gern fest und in Ehren halten wenn es dir hilft ich wollte nur eine andere Sichtweise auf die Dinge aufzeigen was du daraus machst bleibt dir überlassen also wenn Empörung hilft warum nicht wenn du wütend sein willst weil du meinst ich erkenne deine Geschichte nicht an die dich wütend werden lässt warum nicht doch ich habe sie gar nicht negiert nur in ein anderes Licht der Betrachtung gerückt Menschen regen sich so lange auf bis sie erkennen welche ihrer Gefühle aus der Vergangenheit gespeist werden die ja eigentlich vorbei ist und dass wir uns in jedem Moment auch genauso gut freuen könnten überhaupt am Leben zu sein wenn wir uns dessen bewusst werden was nützt es uns wirklich einen alten Schmerz zu verteidigen er könnte ja auch einfach ein Gefühl sein welches durch uns fließt doch wir verteidigen ihn wenn er Teil unseres Selbstbildes ist wir uns mit ihm identifizieren und plötzlich wird aus einem einmaligen Schmerz eine immer wiederkehrende leid getränkte Erfahrung durch unsere eigene Vorstellungskraft kleine Erinnerung ans Staunen dass wir das Glück haben in einer Gesellschaft zu leben in der alle Meinungen geäußert werden dürfen klingt ja schon besser als Hexen Verbrennung oder Weiterentwicklung par excellence die Evolution des Miteinanders ist ja schon da wir dürfen sie nur wahrnehmen Wahrnehmung schafft echte neue Realitäten oder Wiederholungen der alten Muster Ich lernte Opfer von Vergewaltigungen kennen und durfte an Prozessen teilhaben die mein Verständnis von Leid und Schmerz für immer veränderten Kurz kurz gesagt gelangten wir an Punkte der Auflösung sie schafften es aus dem Kreislauf auszusteigen der aus einem einmaligen Erlebnis eine immer wiederkehrende Tortur machte Frauen konnten ihre Angst vor Männern heilen und ich spürte mehrmals den Raum des Vertrauens den wir dafür zusammen aufbauen mussten dieser sichere Raum der Öffnung der Rückschau und Transformation war förmlich greifbar er war in der Luft zwischen uns um uns herum hier war die Magie des Lebens am Werk die jeden Schmerz besiegen kann der Schutzmodus des Egos sah sich in der Opferposition und wollte natürlich genau dort bleiben klar die Verletzung war geschehen und Teile des Schmerzes waren immer noch als Erinnerung gespeichert durch Atmen Körperarbeit und die Bereitschaft die Situation noch einmal aus der Beobachter Position zu betrachten das Gefühl zu begrüßen statt sich dagegen zu wehren drehte sich das innere Bild der gespeicherte Schmerz wurde freigesetzt konnte durch fühlt aber auch beobachtet werden und dadurch endlich komplett sogar unter Zeugen abfließen Die emotionale Ladung die jedes Mal im intimen Kontakt mit einem Mann angeregt wurde war wie eine Glut die dauerhaft unter der Oberfläche schwelte und sich immer wieder zu entzünden drohte Nun konnte das Feuer in einem sicheren Rahmen abbrennen aus der kalten Asche wurde letztlich ein phoenix geboren diese glut der vergangenen ungelösten schmerzen ist in fast allen von uns zu finden eine ansammlung alter verletzungen die geschluckt aber nicht vollständig akzeptiert und gelöst worden jedes wesen findet nun an einer anderen stelle trigger wörter oder Situation die diese glut zum lodern bringen plötzlich wird es heiß es zischt faucht explodiert kocht über wo wir doch gerade noch entspannt waren immer und immer wieder folgen daraus ähnliche Muster Kneipengespräche Liebesspiel Streits die glut wartet förmlich darauf angeblasen zu werden so lange bis wir uns wirklich mit ihr und nicht mehr nur mit unserer Reaktion beschäftigen wird diese emotionale Ladung bewusst beobachtet bekommen wir viel schneller mit wenn sie das nächste Mal im Begriff ist sich unbewusst zu entzünden und uns zu steuern voraussetzung ist der Mut im Moment des Aufloderns wachsam zu bleiben die Erregung wirklich im Körper zu spüren aber auf Pause zu drücken und nicht in eine Reaktion zu verfallen dort im Jetzt ist die Antwort zu finden sie ist das einzige Tor zu diesem alten Schmerz wenn er gerade getriggert ist und hochfahren will spüre dich beobachte dich verurteile dich nicht in In welchen Situationen übernimmt die emotionale Ladung die Kontrolle Eckart Tolle spricht in seinem Buch Jetzt die Kraft der Gegenwart noch intensiver über diese Heilarbeit er nennt das Glutnest den Schmerzkörper oftmals reicht es aus den Schmerzkörper zu fühlen zu benennen um ihm die Kraft zu nehmen wir müssen gar nicht wissen was alles genau in ihm in unserer Vergangenheit gespeichert ist er ist ja immer in uns Teil unserer Geschichte Teil der kollektiven Geschichte wir können nicht dagegen kämpfen doch schauen wir ihn an wird er erlöst zurück zur Täter Opfer Beziehung die selbst Teil des kollektiven Schmerzkörpers ist über wie viele Jahrhunderte Jahrtausende hinweg wurden Frauen von Männern unterdrückt können wir uns wirklich begegnen und lieben lernen wenn das alte Glutnest noch in fast allen schwelt werden wir die Feuerproben die uns das Leben schickt annehmen oder ausweichen die Frauen deren Heilungsprozesse ich unterstützen durfte konnten sich in der Beobachterin Position sogar in die Täter hinein versetzen diese verstehen und in die Vergebung kommen da sie spürten dass nur extrem unsichere und hilflose Menschen andere Menschen missbrauchen Menschen die selber verletzt wurden und deren Taten einen Schrei nach Liebe darstellen wenn man es so betrachten mag kein wirklich geerdeter und glücklicher Mensch beutet andere aus wenn wenn ich zulasse diesen Blickwinkel anzunehmen wird die Macht gebrochen die der Täter bis zum Moment der Heilung über sein Opfer hat umgekehrt könnten auch Täter so in die Einsicht gelenkt und die Verbindung zu ihren eigenen Schmerzen also den eigentlichen Ursachen ihres Machtmissbrauchs gefunden werden wenn wir Heilung statt Bestrafung anstreben wir sind schnell darin Täter zu erkennen und zu verurteilen doch was hilft es wenn unsere Gesellschaft so aufgebaut ist dass sie durch Überforderung Leistungsdruck und Liebesentzug immer mehr Täter hervorbringt Vereinzelung und Vereinsamung als Kollektiv Symptomen wir selber leben doch oftmals am Leistungslimit und verschenken Liebesentzug wenn der Gegenüber nicht das macht was wir wollen oder nicht nur weil es alle machen ist es noch lange nicht sinnvoll für das Überleben unserer Gesellschaft wenn ein Kind nicht das macht was Papa oder Mama will kriegt es eins auf den Deckel obwohl es sich vielleicht nur nach Nähe und Aufmerksamkeit sehnt kennen wir das nicht alle schaffen wir nicht alle unsere zukünftigen Täter und halten Muster aufrecht die es lohnt zu hinterfragen zum Beispiel ob es sich überhaupt jemals gelohnt hat eine Bestrafung anzuwenden über einen Menschen zu richten anstatt ihn oder sie wirklich verstehen zu wollen wenn ich davon ausgehe dass es Täter gibt sehe ich sie überall und wir sind durch die Weitergabe dieser Sichtweise daran beteiligt Täter zu kreieren während wir den Schmerz aktiv ausblenden aus dem diese Menschen handeln würden wir durch die Fassade aus Angriff Wut Beleidigung Verleugnung oder Lügen hindurch schauen sehen wir wohl einen sehr verletzten verängstigten Menschen Einen Schmerz den wir in ähnlicher Form wahrscheinlich selber in uns finden würden würden wir uns getrauen in unserem eigenen Glutnest zu stochern Was wäre wenn wir diese Muster nicht mehr da draußen in der Gesellschaft und zuerst in den anderen vermuten sondern erkennen dass Gesellschaft ein Gedanken Konstrukt ist welches wir uns eingeprägt haben welches durch uns lebt weil wir weil ich daran glaube welches aber auch ganz anders aussehen könnte sind Täter nicht meistens selber die Opfer eines Täters und so weiter wir schieben uns alle die ganze Zeit den schwarzen Peter zu und beklagen uns bei den anderen angefangen zu haben ganz schön clever wenn man von der eigenen Verantwortung ablenken mag das alte Spiel bleibt so im Rollen vielleicht scheint es schwer allein diese Konstrukte zu hinterfragen doch wo soll ich anfangen wenn nicht bei meiner eigenen Vorstellungskraft es gibt da draußen keine Täter oder wir sind es alle genau das wurde in der biblischen Geschichte und durch Jesu Christus Beispiel schon tausende Male erzählt mag man an ihn glauben oder nicht sei er eine Fiktion oder war er Realität sein Beispiel kennen wir alle diese eine Geschichte der Liebe Vergebung und Hingabe lebt bis heute und klingt tief in mir an als archetypisches Bild der Auflösung von Ungerechtigkeit Hass kann scheinbar nicht mit Hass bekämpft werden heißt es da und doch probieren wir es wieder und wieder Gewalt erzeugt Gegengewalt oder nicht und Gewalt beginnt schon in meinen Gedanken vielleicht ist etwas dran an der Thematik wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt halte auch die linke hin anders ausgedrückt Liebe deine Feinde wie dich selbst doch wer getraut sich wirklich so zu leben so zu handeln dann müsste man ja im entscheidenden Moment auf sein Recht verzichten das klänge ja wie klein beigeben oder könnte dahinter auch das größte Geschenk verborgen sein verlören wir dann nicht unser Gesicht würden wir uns opfern wenn wir auf unser Recht auf Notwehr Verurteilung verzichten oder zeugte es von Großmut wäre vielleicht das der Schlüssel die eigenen Waffen niederzulegen anstatt es von der anderen Seite zu erwarten wer zurückschlägt und Gerechtigkeit mit Rache verwechselt begibt sich auf dasselbe Level wie der der zuschlägt ist das dann gerechtfertigt vielleicht kann man ja machen aber bleibt ein Gegenangriff nicht doch ein Angriff da kam einer der Predigte Liebe einfach und radikal Liebe als Rezept für alles anwendbar in jeder Situation die einzige Zutat für ein kollektives Rezept welches Hass die Vergangenheit Verletzungen und Schuld zum Schmelzen bringt es scheint einfach wenn man jemanden sowieso gern hat und sich verbunden fühlt doch umso wichtiger und spannender bei Leuten die einem unfreundlich begegnen Liebe hat keine Grenzen also kennt sie auch keine Gegner sie schließt alle in die Rechnung ein revolutionär oder dafür wurde Jesus ans Kreuz genagelt er hätte fliehen können und tat es nicht er kämpfte nicht er leistete keinen Widerstand er vergab seinen Peinigern schon vor dem Tod und erlangte die Freiheit er erkannte die Illusion des Todes er brach aus den gewohnten Rollen aus Streit und Missgunst aus er fand und erzählte von genau dieser inneren Freiheit egal was passiert du bist frei das Leben in dir kann nicht verletzt werden du bist frei von Schuld und Opfertum frei von richtig und falsch Egal was dir passiert bist du für die Liebe ist die Liebe bei dir und trägt dich über jede Ungerechtigkeit löst sie sogar auf heilt selbst den Täter mit der Zeit führt ihn oder sie zu Einsichten oder seinen Strafen naja Karma kennt keine Grenzen ein gewalttätiger Mensch ist sich selbst die größte Strafe Geschichten von Leuten die zurückschlagen gibt es viele und viele wurden vergessen um die die wir nicht vergessen wollen streiten wir uns noch immer die anderen haben nämlich angefangen Geschichten von Leuten die wirklich vergeben konnten gibt es weniger doch die bleiben als leuchtende Sterne erhalten und leben bis heute Nelson Mandela saß 27 Jahre im Gefängnis bis er der erste dunkelhäutige Präsident in der Geschichte Südafrikas wurde nach seiner Freilassung wurde er gefragt was er nun gedenke mit seinen Peinigern zu tun die ihn damals mundtot machen wollten und verurteilten er tat nichts er vergab ihnen und schlug nicht zurück er führte Gespräche brachte ehemalige Feinde an einen gemeinsamen Tisch und Menschen konnten erkennen wie sehr sie sich zu Sklaven ihrer Vergangenheit gemacht hatten welch eine Erlösung in unserer Menschheits Geschichte und wieder dieselbe steile These wenn ich wirklich im Jetzt ankomme gibt es keine Erinnerung mehr keine Probleme kein Leid genau dort und nur dort ist Heilung und Vergebung möglich für mich selbst das hat noch nicht einmal etwas mit dem Täter zu tun wird das Jetzt voll erkannt und gelebt verliert das Konzept der Vergebung von selbst seine Bedeutung denn es gibt nur etwas zu vergeben gibt es auch einen Schuldigen in der Vergangenheit entweder ich oder der andere Ruht die Vergangenheit ruht auch die Schuldfrage ruht der Schmerz braucht es noch nicht einmal eine Aktion oder Reaktion Aus der Tiefe kann Frieden aufsteigen der schon immer in uns war wenn die turbulente Oberfläche sich beruhigt der unverletzte neugierige Beobachtender darf sich vorsichtig zeigen wenn die schmerzbeladene Geschichte ihre Bedeutung verliert und sich ohne Kampf auflöst wenn alter Schmerz komplett angenommen wird und abfließen kann denn seien wir mal ehrlich wenn ich immer noch wegen einer vergangenen Situation empört bin oder grolle mich aufrege oder verstecke wem schaden diese Gefühle die mich leiden lassen wirklich dem Täter verbessere ich damit die Situation oder trage ich dieses Gefühl tagtäglich in mir herum füttere es mit dem immer selben gedankenschleifen und durchlebe den Schmerz immer und immer wieder es ist als würden wir selber Gift trinken um es dem anderen heim zu zahlen um dann behaupten zu können die anderen würden uns zwingen weiterhin ihr Gift zu trinken faszinierend menschlich gesellschaftlich vollkommen anerkannt aber leider in der Tiefe krank und krank machend doch letztlich auch verbindend wenn wir bemerken dass wir alle gleichsam darunter leiden post skriptum viele menschen glauben dass innerer frieden also eine freiheit und unverletzlichkeit unabhängig der äußeren umstände bedeute nicht mehr handlungsfähig zu sein alles mit sich machen sich vielleicht sogar misshandeln zu lassen doch das gegenteil ist der fall wir sind reaktionsfreudig und agil gerade weil wir unsere reaktionen bewusster auswählen können statt von ihnen beherrscht zu werden liebe kann auch eine schlagkräftige antwort einen kraftvollen satz loslassen vielleicht kämpft sie auch auf ihre art wir können unsere alte wut aktiv hoch holen sie in tatenkraft verwandeln doch erst wenn wir sie wirklich bis auf den grund kennen lernen sie uns nicht mehr unterbewusst steuert das heißt jedenfalls nicht dass wir immer scheinheilig und in uns versunken lächeln und nichts tun da uns die welt nichts angeht ich kann nicht weil hart ausgedrückt und übersetzt ich bin das opfer meines eigenen lebens und das nur weil ich gelernt habe so zu denken weil alle immer so dachten weil man sich halt schlecht fühlt oder schämen sollte wenn man wenig geld besitzt wenn wir scheitern weil wir für immer zusammen bleiben wollten könnten glaubenssätze halt lauten oder 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 ganz einfach weil wir nicht gelernt haben adäquat mit unserem bewusstsein umzugehen immer noch versuchen gewisse gefühle nicht fühlen zu wollen ich habe also noch nicht einmal schuld an meinem gedankendilemma doch ich halte es weiterhin aufrecht wenn ich mir immer wieder ähnliche informationen zuführe ich lebe in meiner eigenen blase mit ihr und durch sie hindurch sie füllt sich mit immer mehr von dem was ich hineingebe im radio gibt es das unglück zu jeder vollen und zu jeder halben stunde dazwischen noch werbung und musik die wir in unterschiedlichen remakes schon tausend mal gehört haben wenn sich unerkannte genies also alle wesen hier so richtig beleidigen wollen schalten sie jeden tag ein und lassen sich von informationen förmlich bombardieren es gibt menschen die können in ihrer wohnung keinen moment der stille ertragen hören lieber die stimme des fernsehers vielleicht um die eigenen stimmen im kopf zu übertönen naja wenn das leben schon so unsteht spontan und unberechenbar ist wollen wir wenigstens ein stückchen beständigkeit erhalten oder nicht ein täglicher kopier vorgang weil wir gelernt haben als kopierer zu fühlen und zu sich aus der deckung zu wagen und stirnrunzelnd zu hinterfragen was zum teufel diese ständigen wiederholungen überhaupt bringen ob nun wetter verkehr oder irgendwelche neuen statistischen auswertungen zahlenreihen von hier bis zum mond die uns erklären wie gefährlich es gerade statistisch gesehen ist zu existieren in meiner inneren wahrheit gibt es nur eine 50 50 Chance entweder etwas stößt mir zu oder nicht wenn mir das leben eine aufgabe bringen will dann wird es das tun ob ich mich wirklich vor egal was schützen kann bleibt mir schleierhaft erfahrungsgemäß zog ich seit seit ich meinen inneren fokus auf das lenke was wirklich um mich herum ist wenn ich die dankbarkeit spüre existieren zu dürfen und mir vorstelle wie gut alles sein könnte ziehe ich viel häufiger situationen in mein leben die mir wirklich nützen mich weniger leiden lassen und eher dem entsprechen was zu diesem veränderten fokus passt durch schaue ich schicht für schicht die vielen kleinen ängste finde ich darunter vertrauen dass das leben für mich spielt und mir nur das bringt was sowieso auf meinen weg gehört mit allen hindernissen mit unserer magie haben wir kriege geschaffen zwischen den geschlechtern den hautfarben den religionen mit unserer magie können wir auch frieden schaffen wenn wir es uns wirklich erlauben vor zu stellen das heißt neue bilder vor uns zu stellen und mal einen moment nicht von dem punkt kommen dass es doch sowieso aussichtslos ist da jetzt noch nicht alle mit machen da fängt dann die kunst der rhetorik an das sich zeigen das vergnügliche spiel mit den worten um auch die kritischsten gemüter am küchentisch mal kurz zu entspannen dass sich eine neue vorstellung überhaupt äußern darf können wir einander zuhören lernen anstatt nur eine gesprächslücke abzuwarten um allen anderen so schnell wie möglich die eigene weltsicht aufs brot zu schmieren die oft aus der darlegung von schwierigkeiten unmöglichkeiten und leid besteht wie ich beobachten konnte bisher fehlen der mehrheit die bilder auf die wir uns zubewegen können doch je mehr menschen den zugang zu ihrem kern zum jetzt finden ihren fokus nach innen richten und dort ihre eigene welt der möglichkeiten finden desto eher wird grau zu bunt und dabei meine ich nicht die bilder auf den bildschirmen es sind bilder zukunftsvisionen und lösungen welche schon immer in uns warten entdeckt zu werden wenn wir ihnen raum geben unsere aufmerksamkeit schenken möglicherweise in den lücken zwischen den gedanken welche wir ja alle schon tausend mal durchkauten richten wir unseren fokus auf das was nicht funktioniert oder auf das was wir erreichen wollen wo unsere aufmerksamkeit hinfließt bestimmt auf existenzieller ebene unsere wahrnehmung des lebens sowie das leben was genau daraus folgt frage dich warum etwas nicht klappt dein gehirn liefert dir die gleiche leere auf die vergangenheit bezogene antwort welche auf begrenzungen abzielt es geht nicht weil da ist wenig raum für große sprünge auf die frage wie kann es möglich werden wie kommen wir von der dystopie in die utopie wie kann ich über meine begrenzungen hinaus wachsen wie kann ich endlich mit der vergangenheit frieden schließen die wie eine last auf meinen schultern liegt wie kann ich auch materiell in fülle leben und allen dienen mit etwas was mir richtig Freude macht wie kann ich die beste beziehung dieses lebens leben findet das leben wie selbstverständlich ganz neue antworten indem es mir neue situationen kreiert angefangen mit dem mut sich solche fragen überhaupt zu stellen und die eigenen bedürfnisse zu achten sich nicht auf beschränkungen zu fokussieren sondern auf die möglichkeiten die uns das leben schenkt kommunikation ehrlichkeit tiefe try and error wir lernen doch aus den fehlern die wir machen oder nicht die frage nach dem ist zustand und ob es ewig so sein muss die frage ist nicht was hier wirklich real ist sondern an was wir glauben oder glauben wollen und warum wir überhaupt das glauben was wir glauben und das wird uns keiner erklären das können wir nicht studieren das müssen wir fühlen indem wir an die Kanten beengender Glaubenssätze anstoßen wir könnten die Entdecker Abenteurer Eroberer unseres eigenen Daseins werden für die es keine Probleme sondern nur noch interessante Aufgaben gibt wie klingt das also starten wir mal mit der Hinterfragung des Ist Zustandes ich glaube dass die Erde eine Kugel ist obwohl ich nur Hinweise finde keine Beweise schönes Wortspiel wieder mal kein Witz ich weiß es wirklich nicht da ich sie noch nie von oben gesehen habe außer auf Bildern und denen vertraue ich damit dieser Staat existiert dieses System auf das wir alle gern schimpfen müssen Menschen daran glauben muss allen voran ich daran glauben wenn ich schon darüber rede damit wir alle dieses Spiel spielen können muss ich die Spielregeln kennen und mich ihnen verpflichtet fühlen wenn ich keine Erinnerung zum Thema Staat Intus hätte stünde ich ziemlich verdutzt vor der nächsten Polizei Beamtin welche glaubt dass eine imaginäre Linie in der Landschaft nur mit einem kleinen roten Heftchen zu übertreten sei ich wäre sehr verwundert würde dieser Mensch mich auffordern irgendetwas zu tun oder zu lassen ich würde sie fragen woher sie weiß dass sie ab hier über meinen Weg entscheiden darf sie würde wohl antworten dass es ihr göttliches recht wäre und alles weitere in einem Büchlein namens Gesetz stünde ich würde sie fragen was dieses lustige Büchlein sei aus welchem sie liest und auf welches sie sich beruft vielleicht wäre ich neugierig irritiert erstaunt überrascht oder belustigt in einem solchen Erstkontakt vielleicht würde ich mit Verständnis reagieren für diese Form von Größenwahn wohl eine Form von narzisstischer Persönlichkeitsstörung zu versuchen über andere zu bestimmen die dieses arme Wesen in sich trägt würde sie versuchen über mich Gewalt auszuüben könnte ich mich ja immer noch wehren Notwehr es heißt ja auch Staatsgewalt klingt von sich aus nicht sonderlich friedlich oder aber was nützt es einen Kranken anzugreifen der meint er wäre hier um mich zu beschützen braucht es da nicht andere Wege ihrem paranoiden ich zu begegnen sie nicht zu sehr zu reizen sie könnte ja gefährlich werden überreagieren wenn sie sich gekränkt fühlt ist ist sie in diesem Falle nicht schon ein Symptom der Krankheit namens Angst Angst vor mir ich stelle es mir anstrengend vor in jeder Bürgerin oder in jedem Bürger eine potenzielle Gefahr eine Bedrohung zu vermuten genau darauf berufsbedingt den inneren Fokus zu richten im Zweifelsfall versuche ich außerhalb der erlernten Spielregeln zu spielen erst wenn ich ihre Macht anerkenne kann sie wirklich Macht über mich ausüben ich erkenne die Macht an indem ich mitspiele in dem ich Angst habe in dem ich empört bin in dem ich Widerstand leiste auf meinen Reisen war ich in über 50 Polizeikontrollen verwickelt doch konnte ich Schmiergeld Zahlungen und übertriebenes Macht Gehabe stets mit Freundlichkeit und Unwissenheit zurückwerfen das Spiel nicht zu verstehen es nicht zu kennen ist meist die einzige Chance dem Spiel zu entgehen ich müsste noch nicht einmal auf Fragen antworten ich könnte lieb lächeln böse Zungen könnten mir jetzt unterstellen ich hätte etwas gegen Polizist innen wenn man dieses Gedanken Muster entsprechend lesen möchte doch darum ging es nicht es geht in diesem Text um Muster um Systeme nicht um echte Menschen jeder und jeder ist genau dort richtig wo er oder sie sich gerade befindet das Leben eines Menschen ist die Antwort auf die Fragen die sie sich stellen eine Polizistin hat andere Fragen als ich doch vielleicht sind wir uns darin einig ob Hierarchien wirklich so strukturiert sein müssen und ob das Wort Gewalt in Gewaltenteilung nicht erst das schafft vor dem es meint uns schützen zu müssen es suggeriert dass wir gewalttätig würden würde es das System nicht geben ist das wirklich so vielleicht schafft ein einengendes Denksystem auch erst die Gewalttäter die sich aus dessen hartem Griff befreien wollen der Staat ist zur Zeit der jenige mit den meisten Waffen um was zu erreichen Frieden und Freiheit Früher hat uns die Religion die Richtung vorgegeben heute scheint es das System zu sein aber nicht weil es so ist wie es ist sondern weil viele viele Menschen glauben diese Lebensversion mitspielen zu müssen und sich keine Zeit nehmen sich neue Versionen der Geschichte also ihrer eigenen Geschichte auszudenken neuen Vorstellungen Einlass zu gewähren Faschismus und Kapitalismus sind zuallererst möglich weil die Angst in uns regiert Gesellschaft ist ein Spiegelbild der als normal anerkannten Denkweise doch Geschichte hat sich immer durch die Menschen geändert die vorangegangen sind meist gegen die Meinung aller anderen ich weiß niemand steht gern allein neben der Herde das macht erst einmal Angst kann aber zur größten Kraft der Veränderung werden bis wir irgendwann merken dass wir da nie allein standen dass sehr viele Menschen da mit uns das treiben beobachten und sich nur noch wundern können oder tun wir das eigentlich alle hier ohne es die anderen wissen zu lassen vielleicht bin ich nicht der Einzige der verschiedene Verhaltensweisen auf diesem Planeten als kontraproduktiv einschätzt vielleicht gibt es diese Herde gar nicht deren Ausschluss ich fürchte ganz schön schlau so ein System das sich in jedem Geist bereit macht welcher offen dafür ist und suggeriert Wir brauchen es unbedingt sonst würde uns etwas fehlen und welches gleichzeitig nur existieren kann wenn möglichst alle daran glauben dass ihnen etwas fehle Wie haben wir uns je so in die Irre leiten lassen können Haben wir wirklich so viel Angst vor dem Leben selbst und ist diese wirklich real Warum haben wir alle dieses Betriebssystem in unseren Köpfen installiert so dass es dann um uns herum wirklich zu existieren beginnt Wären wir ohne das System ein Haufen Wilder und würden uns zerfetzen und sind diese Wilden nicht meistens die die wir für ihre Authentizität Naturverbundenheit und Gesellschaftsstruktur romantisiert haben Haben wir die nicht damals ausgerottet und versklavt damit wir endlich in Ruhe die dortigen Bodenschätze ausbeuten können für unsere goldenen Altarfigürchen Halsketten und unsere geliebten Smartphones Diese Wilden in Anführungsstrichen glaubten wenn ich den Geschichten glauben darf an die Einheit von Mensch und Natur an Kraftquellen jenseits des Verstandes an das Wunder des Lebens An was glauben wir heute wieder ein Beispiel die größte Kirche also die größte Glaubens Gemeinschaft in Deutschland ist derzeit Deutschland damit es existiert müssen viele daran glauben scheinbar finden wir etwas in dieser Instanz was wir verloren haben oder was uns genommen wurde Wer weiterhin Opfer bleiben will wähle bitte die zweite Version nach dem Komma Wir glauben es sei völlig normal dass uns irgendjemand regiert weil es schon lange so ist schon einige tausend Jahre Wow Was ist der Unterschied zwischen König und Demokratie Schauen wir nicht nach oben und warten auf Ansagen Haben wir uns das wirklich selbst ausgedacht oder ist es so weil es schon immer so war und uns Menschen versuchen zu erklären sie müssten uns vor anderen Menschen schützen und dass sie etwas haben was wir selbst nicht haben das System große Mutti und großes Feindbild zugleich eine Instanz die den eigenen Geist schützen und absichern soll bequem den Arsch abfedert und dann noch an allem schuld ist was hier schief läuft herrlich dieses Konstrukt kann sich nur ein Wesen zu eigen machen das Angst vor der vollen Eigenverantwortung seines Daseins hat das Angst vor sich selber hat ich schließe nicht nicht aus was wäre wenn wir diese Angst verlieren das eigene Betriebssystem defragmentieren erst einmal im Kopf indem wir nur wagen uns zu erlauben uns etwas anderes vorzustellen Dürfen Dürfen wir denn mit Gedanken spielen Dürfen wir es auch anders machen wer sollte uns aufhalten und warum hieß es nicht die Macht liegt beim Volke was wäre wenn Millionen Deutsche nicht mehr wählen gingen ihre Verantwortung bei sich behielten und nicht mehr Politikern in die Schuhe schöben auf die man dann schimpfen kann was wäre wenn das System einfach dadurch an Kraft verliere zögen wir unsere Aufmerksamkeit davon ab anstatt dagegen zu kämpfen und zu versuchen es zu verändern je mehr wir gegen etwas kämpfen desto mehr wird es sich vor uns schützen zerkratze einen Polizeiwagen und morgen werden neue Polizisten ausgebildet um zwei weitere Polizeiwagen zu füllen bis endlich alles überwacht und sicher ist vielleicht könnten wir unsere Energie in unsere eigenen Systeme investieren Systeme die sich wirklich am Gemeinwohl und nicht am Profit orientieren bei denen Gewinn nichts rein Materielles mehr darstellt sondern etwas was Lebensfreude und Möglichkeiten für alle garantiert was würde wohl passieren wenn Millionen Menschen ganz bewusst und freiwillig aus Deutschland austreten und anfangen sich selber zu organisieren Essen anzubauen und zu verteilen an eigene Kräfte glauben es wäre wohl die größte aller möglichen Revolutionen ließen wir unsere Feindbilder und Kämpfe fallen und würden die frei werdende Energie zur Verständigung und kreativen Lösung nutzen wir erinnern uns Feindbilder existieren erst einmal nur im eigenen Verstand der mich nur als richtig darstellen kann wenn es auch die Falschen gibt die das andersherum genauso denken was wäre wenn diese erwachten Menschen freiwillig 10-20% ihres Einkommens für ihren persönlichen Sozialstaat in lokalen Strukturen um sich herum aufwenden teilen verschenken anstatt ein System zu füttern welches schon über die Hälfte der Zwangsabgaben frisst die es sich ausgedacht hat und ich damit Prozesse unterstütze die konträr zu dem laufen was ich in meinem Leben als erstrebenswert ansehe wir müssten dazu noch nicht einmal neue Kommunen gründen oder unsere Wohnstruktur ändern es würde reichen sich dort umzuschauen und anzufangen wo Mensch gerade ist kollektive mit Nachbarn zu bilden zu tauschen zu teilen sich zu helfen man könnte in Richtung der Kibbutze schauen die schon seit langem gemeinwohlorientiert zusammenleben dort heißt es jeder gibt nach seinen Möglichkeiten und erhält gemäß seinen Bedürfnissen alles ist für alle da alternative Lebensmöglichkeiten werden schon allerorts gelebt verfeinert probiert leben ist ein Prozess ein Provisorium und wir können Teil einer besseren Welt werden trauen wir uns das alte hinter uns zu lassen warum sollte ich es bekämpfen denn von diesen vorsint flutlichen Gedanken des Widerstandes lebt Jahr zurzeit bin ich an Krieg Ausbeutung Umweltverschmutzung aktiv beteiligt ich fördere mit meinen Steuern einen Staat der genau dies unterstützt warum weil ich es muss weil es alle so machen ich könnte es auch lassen und wenigstens diese Beteiligung einstellen doch wie stehe ich dann da Darf man denn so etwas denken und woher will ich denn wissen dass das nicht alles im Chaos endet solche Gedanken überhaupt auszudrücken fragt meine Angst ich darf alles ausdrücken was ich für sinnhaft erachte und muss nur mit den Konsequenzen leben können meint meine Zuversicht welcher Stimme möchte ich wohl eher Glauben schenken ich sage ja gar nicht dass ich mir Chaos und Zusammenbruch wünsche es ist einfach nur ein Gedankenspiel welches dich womöglich an die Grenzen des Verständnisses bringen könnte welches ketzerisch wirkt da ich unseren scheinbaren Gott angreife vielleicht 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 hat dieser Text nun schlagartig in etwas feindliches verwandelt dein Weltbild ist ein angreifbares Konstrukt vor allem wenn es nicht auf tieferer innerer Wahrheit beruht es gibt genügend Menschen die dieses System als destruktiv ansehen aber dennoch für dessen Erhalt bis zum Ende kämpfen würden es mit Händen und Füßen verteidigen da es zur Zeit im Kollektivgeist an Alternativen fehlt und ohne Bilder wie es besser sein könnte werden sich wohl kaum Menschen bewegen die sich sowieso schon kaum zu bewegen trauen da muss man schon wirklich Abenteurer sein um zu sagen ich gehe ins Unbekannte ich gebe mich hin ich weiß nicht was passieren wird doch ich vertraue unserem Weg in die Freiheit ich nehme die Strapazen und Wertungen anderer auf mich nicht nur für mich sondern auch für alle anderen die jetzt noch nicht so weit blicken können und das beginnt schon wenn man Vorschläge offenbart die selbst in der eigenen Familie nicht zur Norm gehören Wenn wir alle durch bessere Kommunikation zuhören und Arbeit an unseren inneren Blockaden offener zueinander wären würde diese Angst vor dem Fremden dem Nachbarn neuen Gedanken dem Leben vielleicht mit der Zeit nachlassen von der ein solches System überhaupt erst lebt Irgendwann werden wir lachend zurückschauen auf eine Zeit in der Menschen sich gegenseitig für ihre Meinungen verurteilt haben anstatt die Diversität der Ansichten seien sie auch noch so angsterfüllt zu feiern Und selbst wenn alles vor die Hunde geht woher weiß ich dass Chaos schlecht ist Ist daraus in diesem Universum nicht alles entstanden Fehler und Zufälle Weiterentwicklung durchprobieren Ist das nicht die Definition und der Ausdruck der Evolution Leben und Sterben wir nicht alle Woher weiß ich dass Menschen nicht freundlicher hilfsbereiter und netter miteinander umgehen würden müssten sie sich wieder selber organisieren und um lebenswichtigere Dinge als die Not nicht erst wendig Der Zusammenbruch von festgebackenen sich um sich selbst drehenden Strukturen muss nichts schlechtes bedeuten 1,5% unserer Bevölkerung sind dafür zuständig uns über unsere Böden mit Essen zu versorgen während sie mehrheitlich auch gleichzeitig vergiften während die anderen an ihrer Komfortzone herum Doktoren um die Welt reisen dennoch sparen wollen und sich aufregen das gestresste Bauern natürlich auch den Boden und die Lebensmittel stressen die uns dann krank machen und die können das nur weiterhin so machen weil so viele Menschen konventionelle Artikel kaufen unter anderem meine Person es liegt also wieder an mir alles kommt zu mir zurück warum haben so wenig Menschen Lust die Hände in die Erde zu stecken um sich um die ureigensten Grundbedürfnisse zu kümmern warum halten wir es für wahrscheinlicher dass wir Menschen uns weiterhin bekriegen und die Erde zerstören statt dass wir uns die Hände reichen gemeinsam anpacken und dem unsäglichen Leid da draußen ein Ende bereiten nicht irgendwo auf der Welt wo wir gerade nicht hinkommen sondern da wo wir stehen und walten wenn alle anfangen vor der eigenen Haustür zu kehren ist es da schon mal sauberer als wenn wir alle genau wissen wo der Dreck beim Nachbarn liegt und nicht putzen weil der das ja auch nicht tut doch dazu darf ich erst einmal verstehen wie mein eigener Verstand meine Macht und Möglichkeit minütlich sabotiert ferne Probleme dauerhaft versucht oben zu halten gern darüber spricht und mich mit ihm identifiziert du bist was du ist woher kommt eigentlich Misstrauen also das Vertrauen in die Schlechtigkeit unserer Entscheidungen unserer Spezies sind das wirklich meine eigenen Erfahrungen mit der Welt oder habe ich mir da etwas einreden lassen weil um mich herum halt viele so denken weil ich mich selbst in eine ungesunde Feedbackblase begeben habe es ist ja immer einfach sich mit menschen zu umgeben die die eigene meinung teilen mit dem gefühl man habe die welt verstanden im sinne von wir wissen ja alle wie das hier so läuft letztens saß ich in einer runde von menschen bei denen das thema covid 19 hin und her diskutiert wurde dieser selbstgerechte ausspruch ist mir am tiefsten im gedächtnis geblieben betont mit einer prise zynismus bitterkeit und weltschmerz vielleicht ausgedrückt um einigkeit im chaos der meinungen zu erreichen um sich wenigstens darin einig zu sein wie scheiße doch alles ist um sich den eigenen schmerz das gefühl betrogen worden zu sein im wohlwollenden nicken der anderen bestätigen zu lassen die auch meinen die welt habe sich gegen sie verschworen opferitis humana ich konnte mich nicht zurückhalten und versuchte die quellen zu hinterfragen wir wissen halt nicht wie der Hase läuft niemand hier wir haben etwas gehört die eine Seite hört das eine die andere Seite will das andere hören gut möglich dass wir erst so viel leiden und oder in blinden aktionismus verfallen weil wir es nicht akzeptieren wollen vom Weltgeschehen mal einfach nichts zu verstehen wo wir uns doch selber noch nicht einmal ganz begreifen geht geht das nicht ganz tief in uns allen so je mehr ich von dieser Welt höre und sehe desto mehr fühle ich meine und die Unwissenheit aller Beteiligten hinter den Masken die wir alle schon vor Corona innerlich getragen haben Unwissenheit wäre an und für sich kein Problem würden wir alle dazu stehen mal mehr oder mal weniger Angst zu haben Problem ist die Überheblichkeit dass man mehr verstanden hätte als die anderen hier und die damit verbundene Abwertung der Menschen die auf einer anderen Position stehen ich kann die anderen gern für dümmer halten aber nützt es etwas schafft es Einigkeit oder Spaltung wenn ich überall Feindbilder und Schuldige sehe bin ich in einem dauerhaften Überlebenskampf verwickelt der nur immer wieder neue Feinde und Kämpfe zu meiner Blase heranzieht Impfgegner oder Impfbefürworter liegen alle richtig oder alle falsch um mal ein heißes Eisen aufzugreifen dieses Gefühl dass es immer schlimmer wird hilft uns das wirklich liegt das nicht maßgeblich an den Informationen die wir uns tagtäglich zuführen hieß es nicht mal du bist was du ist und ist nicht jede Form von Information dafür verantwortlich wie wir die Welt sehen Informationen können heilen oder uns schädigen auch Nahrung ist Information Essen kann gesund sein oder krank machen ebenso verhält es sich mit allen anderen Informationen die wir aufnehmen um sich dauerhaft unglücklich zu machen sollte man physisches wie psychisches Gift in den verschiedensten Variationen kombinieren und an Feiertagen um sich etwas besonders Gutes zu tun verdoppeln wir die Menge an Fett Eiweiß und Kohlenhydraten am besten in Kombination mit dem Nervengift Alkohol ich kenne mich daraus doch dazu später mehr ist es nicht unsere ureigenste Entscheidung welche Informationen wir in unsere Systeme hinein lassen oder läuft auch das was wir aufnehmen auf den Mustern die wir gelernt haben würden wir Nervengifte konsumieren wenn wir glücklicher wären konsumieren wir wirklich Gifte weil wir glücklich sind haben aber nicht auch alle Kompensationsstrategien ihre Berechtigung so lange bis wir uns den dahinter liegenden Schmerz wirklich anschauen und liebevoller mit uns umgehen anstatt uns selbst zu verletzen und wie sehen wir die Welt wenn wir schädigende Informationen mal eine Zeit lang komplett ruhen lassen und der Flut konsequent ausweichen verpasse ich wirklich etwas wenn ich die Negativität der Nachrichten eine Zeit lang ausblende wenn ich Sommer Palmen Sonnenschein auf Instagram nicht mehr verfolge da es mich immer und immer wieder daran erinnert was ich vermeintlich gerade nicht habe das Angebot ist bekanntlich vielfältig wenn ich doch jeden Tag wieder neue Informationen bekommen kann was auf der Welt schief läuft was mich nervt und welcher Wunsch noch unerfüllt ist den ich ja noch gar nicht kannte bevor ich ihn woanders aufschnappte was macht dies mit meiner Wahrnehmung von der Welt diese könnte ein Ort voller Wunder und Schönheit sein doch kann ich davon überhaupt etwas wahrnehmen wenn ich mir jeden Tag das weltweite Leid zuführe meine eigene Brille also zerkratze anstatt sie zu putzen machen uns die Konflikte am anderen Ende der Welt handlungsfähig sodass wir freudig für die Dinge losgehen die hier und jetzt getan werden müssen oder versacken wir kollektiv in einer Art Apathie und gehen für gar nichts mehr los wenn wir immer mehr davon sehen was gerade nicht läuft der Strand könnte sauber sein würden wir alle ein kleines Stückchen Müll aufheben doch da das Meer ja sowieso voller Plastik ist brauchen wir ja hier gar nicht erst anfangen oder warum schalte ich nicht einfach aus habe ich überhaupt die Macht zu entscheiden was ich konsumiere oder ist das schon zu einem Automatismus geworden noch noch einmal sucht ist alles was wir nicht einfach so entspannt wieder sein lassen können Informationen machen süchtig wir gieren nach leeren bildern und worten die mit uns wenig zu tun haben ob sie uns nützen oder auch nicht Hauptsache wir kriegen sie um uns irgendein oberflächliches Gefühl zu produzieren und sei es sich darüber aufzuregen sich über die anderen zu empören das Ego lebt von Schmerz Getrenntheit vom Leiden von Schuldzuweisungen und von dem was es nicht hat aber haben will Smartphones und Fernseher sind gute Wege dem Jetzt zu entfliehen wenn man sie unbewusst nutzt würde ich sie bewusst nutzen würde ich mich wohl öfter von ihnen lossagen fragte man die ältere Generation welche praktischen Vorteile es für das eigene Leben hatte jeden Abend die Tagesschau zu konsumieren würde man wohl die Antwort bekommen um informiert zu sein seit Jahrzehnten jeden Tag gut informiert doch was dies bedeutet wird kaum jemand ernsthaft erklären können denn was genau tut Mensch mit dieser Information was ist der Sinn dieser Übung würde man die jüngere Generation fragen was denn der Sinn darin sei jeden Tag mehrfach die Status Nachrichten aller Bekannten und Unbekannten da draußen aufzunehmen welche Antwort erhielte man wohl Dank des unerschöpflichen Informationsangebotes vor allem im Internet können wir uns auch für alle Zeiten Vorwürfe machen für das was wir damals mal gesagt haben denn das vergisst ja nicht unsere digitale Kopie ist ebenso stur wie wir und sie lebt länger wenn wir nicht aufpassen und sie braucht noch mal so viel Energie in den Servern wie unser reales kaufendes Ego wenn wir den Planeten mit Plastik bombardieren warum dann nicht auch im Internet selbiges mit der eigenen Meinung tun am besten dort wo ich Leute finde die genauso denken wie ich dort schaffen wir uns dann einen Raum in dem wir uns über das austauschen was schiefläuft um es natürlich auch genau da am Leben zu erhalten es dort virtuell nachzubauen eine Blase der Empörung die mit ihrer Negativität was genau dann zum Positiven verändert denn was und wer wären wir ohne unsere Thematiken und das Reden darüber wenn wir in einem Wunder leben in dem all diese Lebenseinstellungen und Denkweisen überhaupt möglich sind warum dieses dann nicht für den Erhalt unserer Existenz einsetzen indem wir die Paradigmen unserer Zeit einfach mal in Frage stellen was wäre wäre es andersrum was wäre würden wir uns nur noch Informationen zuführen die unser Leben ganz direkt betreffen würden wir aufhören eine digitale Kopie unserer Gesellschaft im Internet anzuhimmeln oder abzuwerten Politik Internet eigentlich alles ein Spiegelbild des allgemeinen Denksystems welches in allen von uns gespeichert ist wie würden wir wohl agieren oder von anderen wahrgenommen werden wären wir ein Anlaufpunkt der echten Stille der inneren Ruhe und des Friedens welcher nicht in jedem Moment kommentiert bewertet und das Drama mitspielt wie würden wir hier direkt vor Ort anders handeln wenn dadurch Energie und Zeit frei wird kämen wir wohl mehr da an wo wir sind und könnten hier besser aufeinander zugehen im Jetzt in dem meist gar nicht so viele echte Probleme vorhanden sind oftmals sogar gar keine wenn wir sie nicht andauernd in unseren Debatten hin und her drehen wie würde ich auf den Nachbarn reagieren den ich noch nie begrüßte weil ich zu viel mit meinen Sorgen beschäftigt war ein Lächeln auf der Straße welches meinen und den Tag einer Fremden versüßt statt auf dem Handy zu scrollen Wir könnten jeden Tag eine Menge von Menschen beeinflussen Wir tun es sowieso bewusst oder unbewusst Wir alle tragen unsere Energie von innen nach außen Eine freudige Lehrerin die voll in jedem einzelnen Moment ihrer Präsenz mit den Schülern ankommt kann jeden Tag das Leben von hunderten Kindern positiv beeinflussen die diese Energie nach Hause weitertragen und dort auf ihre Eltern ein wirken Das ist pure Macht Wir nutzen sie jeden Tag und sind uns dessen kaum bewusst Eine Lehrerin die sich täglich Sorgen macht und ständig mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt ist wird eine andere Energie weitergeben Wir verschenken Zeit Sie ist alles was wir haben und unglaublich wertvoll Zeit ist Aufmerksamkeit Es ist das Größte aller Geschenke da es die Liebe genau dorthin trägt wo sie sich entfalten kann nicht in der Zukunft nur immer genau da wo wir sind jetzt schau schau dich gern um fehlt dir in diesem Moment in diesem jetzt etwas für oder in deinem Leben oder musst du erst wieder daran denken wie fühlst du dich gerade nicht was denkst du was fühlst du wirklich doch wir wollen nicht zu viel auf einmal fordern von uns zu viel verlangen oder uns über anstrengen wir müssen gar nichts um noch ein wenig mehr Entspannung in den Prozess rein zu bringen wenn wir schon so oft darauf hingewiesen werden wie schräg wir doch alle agieren Evolution stoppt nicht das erste mal in der Geschichte dieser Erde leben hier Wesen die ihre eigene Entwicklung scheinbar aktiv mitbestimmen könnten und das auf verschiedene Arten wenn viele hier weiterhin wie ein Virus handeln werden wir den Wirt auffressen der uns unser Leben hier erst ermöglichte und weiterhin den anderen die Schuld daran geben dass sie es tun natürlich nicht wir selber klar oder vielleicht ist dies ja auch Teil des Gesamtprozesses Dinosaurier kamen auch und gingen wieder also alles gut so wie es passiert damit wir uns selber vernichten und Mutter Natur wieder etwas Neues hervorbringen darf vielleicht Wesen die mit den Anforderungen ihrer Umgebung nicht klarkamen wurden vom Leben schon immer vor die Entscheidung gestellt sich zu entwickeln oder unter zu gehen es ist schon irrwitzig dass wir mit den Anforderungen der Umgebung recht gut klarkommen zum Beispiel in lustigen Schutzanzügen im luftleeren Weltraum herumschweben doch nicht mit den Anforderungen die wir uns selber untereinander auferlegten Mutter Erde wird sich erholen mit oder ohne uns können wir uns neue Richtungen überhaupt vorstellen in die wir uns entwickeln wollen Ideen gibt es viele siehe zum Beispiel das Lebenskonzept der Permakultur weg von kurzfristiger Schadensbegrenzung hin zu einer neuen Form der echten Kreislaufwirtschaft beschäftigen wir uns nicht zur Zeit viel zu sehr mit den Symptomen also den Folgen unserer Geisteskrankheit als wirklich mit Deren Ursachen Dazu noch eine Anekdote aus meiner eigenen Krankheitsgeschichte Ich wurde mit nur einer Niere geboren Man nannte es ein Handicap einen Fehler Alle waren von Beginn an besorgt um mich und meine Gesundheit Ich lernte natürlich auch schnell ängstlich und besorgt zu sein Heute bin ich dankbar für meine Besonderheit die mir schon in jungen Jahren ein Erlebnis des Erwachens bescherte Mit 27 landete ich mit Nieren Versagen im Krankenhaus Ich wog 20 Kilogramm mehr als heute obwohl und gerade weil ich meinen Traum eben erst gelebt hatte eine zweijährige Weltreise Mein Wohlstand mein Luxus mein Komfort und mein Genuss Meine Blutwerte waren kurz vor dem Kollaps Ich hatte schon mit Anfang 20 viel zu hohen Blutdruck und schlechte Blutwerte nahm schon seit drei Jahren verschiedene pharmazeutische Präparate um meine Niere zu schützen so jedenfalls die Theorie Es lege in der Familie wurde gemutmaßt Meine Ärztin meinte damals wenn ich nicht sofort mit der Einnahme der Medikamente beginne würde sich mein Leben drastisch verkürzen Ich müsse diese Medikamente nun mein Leben lang einnehmen Zum Glück lag sie falsch doch handelte sie nur nach bestem Wissen und Gewissen Ich selbst war ja die Blockade in meinem System und wollte und wollte gar nichts anderes als eine schnelle leichte Verbesserung ohne mich groß zu verändern Doch Heilung funktioniert auf anderen Ebenen Nicht der Arzt heilt meinen Knochenbruch Er schient vielleicht mein Bein doch der Knochen wächst von selbst zusammen Form follows Function Übersetzt Meine Form also der Körper folgte schon immer meiner Funktion also dem Geist Denkfehler schlagen sich im Körper nieder dieser macht uns nicht einfach so krank Es hat Gründe Selbst die meisten Unfälle passieren aus Unachtsamkeit der Beteiligten Möglich dass es weniger wären wären wir mehr hier statt in Gedanken versunken Symptome behandeln ist immer nur die halbe Wahrheit Zur kurzfristigen Schmerz- und Schadensbegrenzung ist es hilfreich Hilfe in Anspruch zu nehmen natürlich Aber Heilung hat etwas damit zu tun wie wir leben ob wir uns selber annehmen lieben oder dauerhaft gegen unsere eigenen Interessen arbeiten Alles beginnt und endet in unserer Psyche Selbst wenn ich schwer krank werde kann ich darunter leiden oder anfangen meinen Weg wirklich anzunehmen zu ergründen durch ihn Frieden zu finden Damals konnte ich noch nicht so tief blicken wollte meine Gewohnheiten natürlich nicht ändern Wer will schon gerne das aufgeben was gesellschaftlich akzeptiert und als gut abgespeichert ist Überall wird doch beworben wie entspannend Alkohol wirkt und wie er zu unserer Freiheit passt Ein Bierchen am Meer eins beim Grillen eins beim Fernsehen aber halt jeden Tag Heute bin ich von meiner Abhängigkeit befreit und kann ab und an ein Glas Wein für den guten Geschmack trinken Früher war das undenkbar für mich da auf das eine Glas das zweite und dritte folgte Etwas in mir wollte das Bewusstsein verlieren also weg von hier statt den Moment voll anzunehmen und zu erleben Ging es nicht in allen Geschichten auch immer um das Maß der Dinge statt um krampfhaften Verzicht Der genetisch bedingte hohe Blutdruck wurde zwar als Familienkrankheit bezeichnet doch dies wirkte für mich zuerst wie eine Ausrede statt wirklich eine Hilfe zu sein nach dem Motto ja dann kann ich ja nichts dafür und das vielleicht auch gar nicht ändern ebenso wie manche Menschen ihr Sternzeichen für ihre Handlungen verantwortlich machen wollen also eine schnelle einfache Antwort doch falsch gedacht die eigentliche Familienkrankheit in den meisten Familien ist die darunterliegende Angst vor dem Leben die Traumata der Kriegsgenerationen Leistungs- und Optimierungsgedanken und der anerzogene Überlebenskampf die dann auch genetisch durch die Generationen weitergegeben werden während unser Verstand uns immer wieder innerlich und auch vor den anderen erklären will wir seien halt so wie wir sind nach diesem aufrüttelnden Ereignis mit einwöchigem Krankenhausaufenthalt stoppte ich meinen immensen Alkoholkonsum ernährte mich gesünder und hauptsächlich vegetarisch erst starr mit Ernährungsplänen unbefriedigendem Kampf und Verzicht später dann mit dem Gefühl mir wirklich gut zu tun erst war es der Horror auf so viele gute Sachen verzichten zu müssen dann fand ich meinen Frieden damit denn ich hatte etwas Schlechtes in meiner Kindheit einfach als gut abgespeichert weil es ja alle so taten nachdem ich mein Leben Stück für Stück neu sortierte viele meiner Ängste und Zukunftssorgen kennenlernte und abbaute dabei half auch der Konsum von Cannabis über etliche Jahre mich wirklich in mein Leben rein entspannen konnte und innere Sicherheit fand brauchte ich später keinerlei Medizin mehr um gesund und in Frieden zu leben viele meiner körperlichen wie seelischen Probleme lösten sich förmlich in Luft auf als ich mich wirklich annehmen und lieben lernte ich kam mehr ins Vertrauen ich hörte mehr auf meinen Körper und meine inneren Stimmen mehr im Jetzt statt mich um die Zukunft zu fürchten wer sich wirklich liebt hat auch kein Interesse mehr daran sich zu stressen oder zu schädigen oberflächlich betrachtet war mein Problem der Konsum ungesunder Sachen sich dann etwas zu verbieten macht meist noch unglücklicher auf einer tieferen Ebene des Verständnisses ließen mich erst meine Ängste so viel konsumieren und die hatte ich übernommen es sei nun dahingestellt ob genetisch oder angelernt ich überdeckte mein unglücklich sein da dürfen wir nun unsere innere Arbeit beginnen erst als ich diese Ängste also Teile von mir entspannte indem ich mich selber annahm entspannte sich auch mein Verlangen nach verschiedensten Genussmitteln und mein Körper dankte es mir noch ein kleiner Hinweis am Rander es ist nicht möglich gegen Ängste zu kämpfen da der Kampf ein Symptom der Angst ist es ist unlogisch ungesund ermüdend unnötig sich für die eigenen Fehler zu verurteilen etwas ausmerzen oder sich verbessern zu wollen wenn wir krank geworden sind weil wir unser Leben lang gegen unsere eigenen Interessen gehandelt haben wie unsinnig wäre es dann diesen Kampf nun weiterhin aufrecht zu erhalten indem wir nun krampfhaft versuchen uns verändern zu müssen Kampf bleibt Kampf bleibt anstrengend er ist ein Symptom des Egos welches sich selbst nicht lieben gelernt hat Kämpfe nicht gegen den Fehler an sei für den Fehler da wurde daher einer meiner Lieblingssprüche ich lernte mir selbst die Liebe und Aufmerksamkeit zu schenken die ich brauchte um mich halten zu können in meiner Unsicherheit ich entdeckte meine eigene Liebe um die meine Angst immer versuchte zu kämpfen am besten um sie von anderen zu bekommen haben wir nicht gelernt wir müssen für Liebe etwas geben doch ist das wahr hat nicht das erst zu den ganzen Mangelerscheinungen geführt die wir nun überdecken wollen ist sie nicht unser eigentlicher Grundzustand aus dem alles viel leichter geschehen könnte nun fühle ich mich acht Jahre später gesünder leichter und innerlich jünger als je zuvor ist ist eine Krankheit wirklich eine Krankheit oder nur ein Hinweisschild unserer Seele wie sehe ich das wie sehen es die meisten um mich herum was lässt uns da wirklich leiden unser Mangel an echter Entspannung vielleicht hat es auch etwas mit der Liebe zu tun nach der wir uns eigentlich sehnen Vom Paradies und der Liebe Einst gab es einen himmlischen Zustand welcher in der Bibel beschrieben steht Mann und Frau lebten glücklich zusammen ohne Scham und Schuld Heutzutage kann natürlich auch Wesen mit Wesen zusammen leben endlich Vielleicht tollten sie verspielt durch einen reichen Garten vergnügten sich keine Sorge trübte ihren Blick Vielleicht ist dies auch nur die schönste Idee und was für eine sie lebt in uns allen in unserem Wunsch nach einer erfüllten Partnerschaft und in unseren körperlichen Trieben unserem Freiheitsdurst was auch eigentlich keinen Widerspruch darstellt was dann passierte haben wir alle schon gehört wir fingen an uns zu schämen wir bedeckten unsere Körper und versteckten unser heiligstes voreinander anstatt es zu teilen hat sich daran wirklich etwas grundlegend geändert und könnte nicht genau das der Grund für so viele unserer Probleme sein die Liebe die wir zurückhalten ist die die wir dann zeitlebens selber vermissen die dann im Internet zur Schau angeboten wird welch ein trauriges Schauspiel viele glauben die Bibel das Christentum ein männlicher strafender Gott wären schon lange Geschichte wir hätten schon hinter uns gelassen was uns die Religion vermiste doch ist das wirklich so hätten wir die Paradigmen der alten Zeit schon reformiert dann wären wir doch wieder im Paradies oder nicht und wie könnte das aussehen was wäre wenn uns nur Scham und Schuld von diesem Zustand trennten und wäre es nicht ein leichtes diesen Zustand der Angstfreiheit wiederherzustellen ist die reine verspielte freudige Liebe nicht überall dort zu finden wo die Angst keinen Angriffspunkt mehr hat also durch genügend Vertrauen überflüssig wird oder schleichen dann schon schnell Gedanken Muster von der Seite heran die uns vor dem Verfall unserer Moral warnen würden wir alle hier freier miteinander umgehen und wenn du glaubst du hast dahingehend schon alle Ängste überwunden dann frag dich einmal ob du deinem Chef oder deiner Oma von deiner intimsten Fantasie genauso vorschwärmen kannst wie von deinem Lieblings Essen die Fantasien und Wünsche zu reden denn wäre es akzeptiert und normal würden wir wohl von und mit unseren Eltern lernen anstatt unsere Sexualität in jungen vor ihnen versteckt zu halten oder nicht wir lernen doch sowieso alles von ihnen wir könnten ganz unverschämt fragen und sie würden uns mit ihrer Erfahrung weiterhelfen in meiner Jugend war dann doch das Gegenteil der Fall der Gedanke dass die eigenen Eltern ein Liebesleben führten irritierte mich und viele meiner Generation schon das weist darauf hin wie wir unsere Sexualität immer noch betrachten was uns davor gelebt wird wir leben Versteckspiele und geben sie dadurch immer weiter wir haben eine Ordnung geschaffen in der die heiligste aufregendste schönste Verbindung zwischen den Wesen die Sexualität immer noch nichts normales darstellt sondern im Verborgenen gelebt wird vielleicht wirst du sagen das ist doch nur natürlich das schönste und heiligste vor dem Rest der Welt zu schützen und hinter verschlossenen Türen zu praktizieren und dass natürlich auch die Kinder davor geschützt werden müssen doch woher genau weißt du das 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 beste ist vielleicht haben wir unsere weltweiten probleme nur geschaffen weil wir uns zu tode schützen ist dieses versteckspiel nicht das genaue gegenteil von natürlich also im sinne der natur wäre es nicht natürlicher das zu zeigen und nicht zu verstecken was menschen sowieso miteinander tun ich meine wir wären nicht hier würden wir es nicht tun damit ein kind irgendetwas verstörend findet müssen erwachsene zuallererst mit ihrem verhalten ein beispiel setzen an dem ein kind sich orientieren kann ein kind wertet nicht das bekommt es erst von uns gelernt es findet interessant wunderlich spannend oder einfach schön finde ich also selbst irgendein Phänomen in dieser Welt verstörend werde ich ein dementsprechendes Verhalten an den Tag legen vielleicht reagiere ich verstört und mit Abwehr auf den Ist Zustand und genau das wird mein Kind dann kopieren und natürlich kann ich dann an meinem Kind wiederum ablesen dass es verstört ist und mich furchtbar echauffieren was diesem armen Wesen angetan wurde während ich doch selber erst die Reaktion vorlebte an der es sich orientierte welches es mir dann spiegelt interessant oder wir erschaffen unsere Spiegelbilder immer wieder neu so lange bis wir merken in welcher Falle wir sitzen und dass wir uns und alle folgenden Generationen dadurch entmachten das was uns vom Tier trennt welches sich in seiner Natürlichkeit niemals hinterfragt sondern einfach nur ist ist unsere Scham und was ist Scham anderes als Angst vorm Erkennen dass es alle tun und wie immer wir müssen zuerst darüber nachdenken was richtig und falsch sein könnte es beginnt im eigenen Kopf wir bekleiden und verstecken uns voreinander kein Tier wäre so unfrei wären unsere Verkleidungen und unsere Kosmetika eine pure freiwillige Freude also ein Spiel könnten wir sie nutzen oder es halt auch bleiben lassen je nach Wetterlage und Laune Freiheit ist nicht immer eine Sache tun zu müssen sondern eine echte Wahl zu haben doch in unseren Kleidern Frisuren und unseren Gesichtsmaskeraden ist diese Freiheit zurzeit noch nicht zu finden da wir sie tragen müssen um nicht schräg angeschaut zu werden weil wir unser Selbstbild damit verknüpfen und wir glauben wirklich wir sind eine höher entwickelte Spezies ist Angst und das daraus folgende Versteckspiel wirklich ein schöner Grund um sich von anderen Wesen abzuheben für uns als menschliche Gattung ist dies allemal als traurig zu bezeichnen wollten wir doch schon viel weiter und freier sein können wenn wir könnten wie unsere seelen wollten wäre da nicht der innere erhobene zeigefinger dass man ja so etwas nicht machen kann wir würden wohl rammeln wie die häschen denn was gibt es schöneres als in diesem spiel die batterien aufzuladen die zeit zu vergessen voll ins jetzt einzutauchen Ist dies nicht sogar die natürlichste Art, die Batterien aufzuladen? Und brauchen wir unsere energieaufwendigen Extremsportarten nicht erst, wenn der Bettsport zum Erliegen kommt oder nie wirklich gelebt werden konnte durch unsere Scham? Menschen, die nicht in ihrer vollen Liebesfähigkeit Ausdruck finden, versinken häufiger in ihren Kompensationsstrategien, so jedenfalls meine Beobachtung. In meiner Lieblingswelt wäre Liebemachen genauso akzeptiert wie Yoga oder Fahrradfahren. Und warum nicht einfach im Park, wenn es gerade passt? Wer sollte sich daran stören, wenn es doch sowieso alle machen? Was ist so unappetitlich an sich vereinenden Körpern, dass sie versteckt werden müssten? Nur weil jemand nicht so aussieht, wie ich es mir vorstelle? Wie arrogant und kleingeistig muss ich selber denken, um zu behaupten, jemand beleidige mein Auge mit seiner kopulativen Anwesenheit? Befremdliche Gedanken oder sinnstiftende Möglichkeiten? Was genau wäre so verschreckend daran für andere? Sie könnten ja wegschauen oder sich im besten Falle mit uns freuen. Wäre die Norm andersherum abgespeichert, könnte ich auch Leute dafür verurteilen, dass sie sich öffentlich Sachen in die obere Öffnung ihres Körpers schieben. Essen. Vielleicht wirst du sagen, das ist ganz und gar kein appetitlicher Gedanke. Doch hierbei verhält es sich wie mit den Geflüchteten auf dem Lande, die erst einmal schräg angeschaut werden. Das, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Das, was man nicht kennt, wird erst einmal kritisch beäugt. Erst, wer Bekanntschaft mit der Freiheit machen konnte, wird die Freiheit der anderen auch verstehen und begrüßen. Zumindest akzeptieren, anstatt sich direkt angegriffen zu fühlen. Wenn wir uns alle auf diese Entscheidungsfreiheit zubewegen, Halleluja, oder nicht? Und wie das gehen soll, dass dann irgendwann das alle so machen und man nicht mehr schräg angeschaut wird und sich die Norm ändert? Ja, die Norm hat sich immer geändert, wenn viele mitgemacht haben. Es muss jemand vormachen. Und wer soll dieser Je-Mensch sein, wenn nicht der, der sich dazu berufen fühlt, die Norm nicht mehr als Norm anzuerkennen und es einfach anders macht? Also alle, die glauben, dass sich was ändern muss, welche kein Interesse mehr an den alten Spielregeln haben, oder nicht? Es waren immer 3 bis 5 Prozent der Bevölkerung, die Anstoß zu Veränderungen gaben, laut Soziologen. Kam irgendeine Idee diesem kleinen Prozentsatz als sinnstiftend vor und veränderten die ihr Verhalten, war die folgende gesamtgesellschaftliche Welle nicht mehr zu stoppen. Es brauchte ein paar Jahre, bis in allen Discountern Bio-Lebensmittel zu kaufen waren. Waren früher nur Öko-Spinner und Hippies und Gutmenschen auf der grünen Welle anzutreffen, sind regionale, faire und gesunde Produkte heute in allen Regalen zu finden. Darauf warten, dass irgendjemand zu uns kommt und meint, ab jetzt sei dies und das erlaubt, ist ein wunderbares Trugbild, welches uns zu ewigem Nichtstun und Unglücklichsein verdammt. Die freie Gesellschaft wird niemals existieren, wenn wir sie nicht alle zusammen erdenken und dadurch erschaffen. Jedes Wesen auf seine Art, mit der größtmöglichen Akzeptanz für jegliche andere Lebensform. Die Angst, bewertet zu werden, ist wohl eine unserer größten Hindernisse, doch sie entspannt sich, wenn sie Mitstreiter findet, auf dem Weg in die gesellschaftliche und persönliche Freiheit. Und dazu dürfen wir ins Scheinwerferlicht treten, mit unseren Stärken und vor allem unseren Schwächen, nur um zu sehen, dass es den meisten anderen ähnlich ergangen ist. Das, was die meisten als normal ansehen, ist mindestens genauso verrückt, wie das, was diese Menschen als verrückt bezeichnen. Kann die Erregung öffentlichen Ärgernisses, also zum Beispiel ein öffentlicher Liebesakt, wirklich eine Straftat sein? Wie schaffe ich es, die Leute damit zu verärgern? Ganz im Ernst, es ist ja nicht so, dass ich sie zum Mitmachen drängen oder jemanden überreden wollte. Darum geht es ja nicht. Doch warum ist der Liebesakt ein Akt der Perversion, der versteckt werden sollte? Wem nützt das, außer den sowieso als überholt betrachteten kirchlichen Vorstellungen? Oder sind nicht nur diejenigen verbissen und verärgert, die es selber nie in ihrer vollen Schönheit ausleben durften, die schon immer Angst vor der eigenen Lust hatten und Leben im Allgemeinen irgendwie grenzwertig und unseriös finden? Ist es nicht erschreckend, dass wir Angst haben, uns in den Momenten tiefsten Loslassens, der Freude, der Hingabe, der Lust, zu zeigen? Oder ist es gerade ein Spiegelbild unseres Egos, welches gern immer die Kontrolle behalten will? Was könnten wir für eine Gesellschaft und für diese Gesellschaft schaffen, wenn wir die gelebte Liebe endlich aus dem Keller holen? Wenn Sex die schönste Nebensache der Welt ist, was soll dann die schönste Hauptsache sein? Arbeiten? Fernsehen? Um was geht es im Leben eigentlich? Nach was lächzt deine Seele, wenn du dich tief blicken lässt? Schreiben wir unsere Utopie? These. Wir haben immer noch ein Problem mit unseren Körpern. Als Kind gibt es nichts Schöneres, als mit diesem die Welt zu entdecken, zu betasten, zu fühlen. Unweigerlich kommen kleine Wesen an die Punkte ihrer eigenen Lust, entdecken ihre Genitalien. Als ich diese das erste Mal erkannte, fühlte ich mich ertappt. Ich hatte das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun, sich selber berühren, wie seltsam. Mein Körper und doch so fremd. Und das, obwohl es mir nie jemand verboten hatte. Da ist wohl ein kollektives Muster abgespeichert, welches sich lohnt zu hinterfragen. Wie tief diese Selbstverleugnungsmechanismen reichen und wie sehr sie unsere Umwelt belasten, kann man allein in unseren Bädern bestaunen. Chemiekeulen, um unseren natürlichen Duft auszumerzen. Verschiedenste Farbeimer für Gesicht, Nägel und Haare. Wir finden Teile von uns und Körperprozesse so abstoßend, dass wir lieber den halben Globus roden für unser Klopapier, um ja nicht mit unserem Anus in Berührung zu kommen. Wir könnten auch Hände und Wasser verwenden, wie in vielen anderen Teilen der Welt üblich. Mir hatte es zwar nie jemand persönlich versagt, doch ich wurde auch nie dazu ermuntert, meinen eigenen Körper zu entdecken und ich konnte es auch nirgendwo um mich herum erkennen, also erlernen. Ich lernte, ihn zu verstecken und nicht zu akzeptieren, wie er einmal ist. So ist es normal. Wie ich in unglaublich vielen Gesprächen mitbekam, ging es wohl ziemlich vielen meiner MitstreiterInnen so. Als Kleinkinder spielten wir aneinander, miteinander und unseren Körpern. Doch fühlten wir uns dabei sicher und angenommen? Auch wenn es wohl heute jeder sagen würde, dass dies nichts Schlimmes sei und dass es alle machen, es fühlte sich verboten an. Tut es manchmal heute noch. Doch warum? Und was macht dies mit Heranwachsenden, die eine magische Grenze überschreiten und dann wirklich aufeinander zugehen, miteinander die Liebe probieren wollen? Scham und Angst auf allen Ebenen statt Lebensfreude. Ekstase mit halbem Fuß auf der Bremse. Ich fühlte mich schrecklich überfordert, das Normalste der Welt und ich hatte keine Ahnung, außer dass im Biologieunterricht unzählige Male betont wurde, wie schlimm diese ganzen Krankheiten seien, die man sich einfangen könne. Das hat sich gehalten und eingebrannt. Daran knabbere ich immer noch. Lange Jahre verfolgten mich immer und immer wieder Albträume, in denen ich von meinen Mitschülern für meine Erektion ausgelacht wurde. Scheinbar meine größte Angst, entdeckt zu werden in meiner normalsten Menschlichkeit. Was wäre, würde man diese Muster umdrehen und Kinder ermutigen, die Lust zu entdecken? Würde man sie ihnen zeigen, ihnen vorleben? Welche Freude und Offenheit könnten Heranwachsende entwickeln, die sich nicht mehr von Grund auf voreinander schämen, sondern für die, die körperlichen Freuden etwas ganz Normales wären, die sich nicht mehr in die dunklen Ecken des Internets flüchten müssen? Die Pornoindustrie würde wohl aus der Schmuddelecke herauskommen und gleichzeitig drastisch an Bedeutung verlieren. Könnte man Fantasien einfach besprechen und miteinander ausleben, anstatt sie im Geheimen, sich schlecht fühlend, auf einem Bildschirm vorgefertigt und verzerrt dargestellt zu bekommen. Es ist kaum verwunderlich, dass Pornos einen Großteil des weltweiten Internetverkehrs ausmachen. Zeigen sie doch, was wir in der Realität schmerzlich vermissen. Wie sehr sich viele nach dieser Art der zum Ausdruck gebrachten Liebe sehnen. Die Welt vereint im kollektiven Liebeskummer. Traurig, aber beobachtbar. Ich hatte das Glück, in einer Familie aufzuwachsen, in der Körper gezeigt und nicht versteckt wurden. Nackt sein war kein Tabu und dennoch konnte ich als kleines Wesen nicht erkennen, dass irgendjemand mit dem eigenen nackten Körper Freude erlebt hätte. Eine Hand an der falschen Stelle platziert, nicht auszudenken, was andere dann denken könnten. War man am FKK-Strand, wurde peinlich darauf geachtet, den Körper unterhalb der Gürtellinie offiziell auszublenden. Klar, niemand wird gern ohne sein Zutun zum Objekt stilisiert und angegafft. Doch würde es so etwas überhaupt noch geben, wären wir alle freier mit unseren Körpern? Wären wir stolz auf sie? Wir müssten nicht mehr wetteifern, hätten hier alle gelernt, sich als schön zu betrachten. Warum feiern wir uns nicht für unsere Geschlechtsteile? Und sind die wirklich so schlecht, wie der Name ausdrücken will, oder finden wir da schon wieder die kirchliche Prägung, die uns bis heute verfolgt? Schon in unserer Sprache liegen alle Hinweise versteckt. Im Sommer erlebte ich ein Festival in Norddeutschland, welches mir als eine der freiesten und wohltuendsten Erfahrungen in Erinnerung bleiben wird. Ohne es zu planen, ohne zu forcieren, erlebten wir ein Stückchen Utopie, welches sich wohl in viele Köpfe einbrannte. Ein neues Bild war geschaffen. Neben der Tanzfläche befand sich eine große, schwarze Jurte mit innenliegendem Feuer, welches Tag und Nacht brannte. Des Nachts war der Raum immer gut gefüllt. 40 oder 50 Leute befüllten den Raum mit Wärme und Behaglichkeit. Manche kochten Tee am Feuer oder essen, andere musizierten, sangen, trommelten, spielten. Andere stimmten spontan mit ein, hörten auf, wieder andere schliefen, massierten sich oder vögelten. Nichts war seltsam, keiner staunte oder alle staunten und freuten sich. Alles folgte einer natürlichen Ordnung, wie es vielleicht vor tausenden Jahren auch gelebt wurde. Alles durfte sein. Wir waren sicher. Nirgends gab es ein Hinweisschild oder Regeln, nichts war erlaubt oder unerwünscht. In einem Raum des Friedens muss nicht darauf hingewiesen werden, friedlich zu bleiben. Warum auch? Der Raum sortierte sich selbst, mit all seinen Aufgaben, aber auch Möglichkeiten. Es gab immer genug Tee, immer genügend Holz, es war immer sauber. Und wenn es das nicht war, kam jemand auf die Idee, sauber zu machen und Holz zu holen und fand, wie von selbst, MitstreiterInnen. Niemand wurde schräg beäugt, ein jedes Wesen konnte das nach außen tragen, was es gerade für angemessen hielt. Männer wurden von unbekannten Frauen zum Kuscheln eingeladen. Der Grat an Offenheit, sich geborgen fühlen, Verbindung, Genuss und Intimität wird mir für immer als gelebtes Zeichen der Freiheit in Erinnerung bleiben. Suchte ich für das Wort Anarchie eine Szene, hier wäre sie zu finden. Menschen lieben und spielen, wenn man sie lässt. Man stelle sich für ein paar Augenblicke eine Kultur vor, in der nicht ein Mensch auf der Bühne steht und tausende Zuschauer sind, sondern eine Art des Beisammenseins, in dem jedes Wesen den eigenen Teil der Kunst spontan beifügt, selber ganz bewusst Akteur des Moments wird. Welch eine Befreiung und Potenzierung der Möglichkeiten, vor allem ohne vorgefertigte Regeln, Abläufe, Proben, großes Technikaufgebot. Ist das wahre Leben nicht meistens ein spontaner Akt und gestaltet sich am interessantesten, wenn wir unsere Grenzen überwinden, uns beteiligen, nicht gewertet werden? Zuschauer sein ist die eine Sache. Mitmachen eine ganz andere. Was könnten wir dadurch an Energie einsparen und doch durch unsere Verbindung erschaffen? Irgendwo las ich mal den Spruch, Gott ist am glücklichsten, wenn seine Kinder spielen. Und was ist Spielen anderes als neue Spielarten zu erfinden, jedes einzelne Mal? Welche Folgen die Unterdrückung unserer natürlichen Triebe, unserer Spontanität hat, sehen wir in den Missbrauchsdelikten der katholischen Kirche. Das, was seit tausenden Jahren als verboten gilt, schlägt zurück, vergiftet das, was es eigentlich schützen wollte und schaffte eine Gesellschaft, in der alle nach dem einen streben, ohne es zuzugeben. Wir sind Wesen, die auf allen Ebenen nach Verbindungen streben. Lieben ist unsere Natur, aber der körperliche Akt soll gerade nicht dazugehören. Natürlich ist das Lebensglück nicht einzig und allein im Sexualakt zu finden und dennoch ist es ein elementares Puzzlestück, welches uns einiges an Leid ersparen könnte, würden wir es ganz offiziell in das Bildnis menschlicher Existenzen einfügen, in all seinen Facetten. Vielleicht würden wir dann sogar erkennen, dass es nie um den körperlichen Akt ging, sondern um die darunterliegende Erfahrung der Verbindung, nach der sich unsere Seele sehnt, wenn wir die Körper spielen lassen. Der physische Körper als Vehikel, um psychische Einheit, also spirituelle Vereinigung, erfahrbar zu machen. Tantra und Ficken, zwei gleichwertige Seiten einer Medaille, für mich eine der einfachsten und wirksamsten Möglichkeiten, die Trennung zwischen den Wesen, die Enge von Zeit und Raum und Körpern, aufzuheben. Das Wertungsfreie jetzt und die Einheit aller Dinge wirklich zu erleben, anstatt darüber nachzudenken. Fantasien waren gestern, wenn wir heute die Fantasie sein können. Nachdem viele Religionen den Körper auf der Suche nach der Gotteserfahrung kasteiten, maltretierten oder ihn gänzlich ausschließen wollten, wäre das eine bahnbrechend neue Idee auf dem Weg in eine neu erfundene Zukunft. Mit Freude und Leichtigkeit, statt Verdruss, Müssen und sich Zwingen. Sind wir nicht Wesen in, gerade durch und mit unseren Körpern? In einer Gesellschaft, welche die Sexualität von Grund auf tief verehrt und feiert, würden Fälle von Missbrauch weitgehend ausgeräumt. Den Gottesdienst feiern bekäme eine ganz neue Bedeutung. Niemand würde sich etwas mit Gewalt nehmen, was frei verfügbar wäre. Macht über andere auszuüben, wäre weniger attraktiv, wenn man durch Offenheit und Herzlichkeit viel eher ans Ziel kommen könnte. Vielleicht wäre Sexarbeit eine gesellschaftlich akzeptierte, hochbelohnte Tätigkeit, Spannungsabbau und Aggressionsprävention, Heilung durch intime Körperarbeit. Ein Dienst an der Gesellschaft, aber ohne Leistungs- und Finanzdruck. Wie an voriger Stelle schon erwähnt, würden wir wohl weniger Täter produzieren, nehmen wir dem Schreckgespenst die Angst und dem Verbotenen die Attraktivität, indem wir die gesamte Debatte, also das weltweit agierende Muster, in ein neues Licht heben. In einer Gesellschaft, die alles haben und produzieren kann, vermissen wir dennoch eines am meisten. Die Liebe, tiefe, offene, hautnahe, stabile Verbindungen, ohne bewertet zu werden. Und das geht schon im eigenen Kopf los. Für was schämst du dich immer noch? Was hast du noch nie jemandem erzählt, wenn du ehrlich zu dir bist? Wäre da nicht der Anfang einer neuen Geschichte zu finden? Sex war nie das Problem. Kein Sex ist es schon eher. Wir haben uns selbst das Paradies vermiest. Mit der Befreiung der Sexualität würden, wie Dominosteine, weitere Probleme purzeln, über die wir uns schon lange die Köpfe zerbrochen haben, welche ohne Liebe, Offenheit und Hingabe einfach nicht zu lösen sind. Bei einer Scheidungsrate von über 50 Prozent, was fehlt uns in einer Partnerschaft? Welche Erwartungen und antrainierten Ängste zerren an unseren Möglichkeiten und lassen uns leiden? Ich stelle mir gerne eine Gesellschaft vor, die öfter hier und jetzt ankommt. Alte Gedankenmuster erkennt und transformiert. Menschen, die die Fülle der Gedankenlosigkeit erkennen, anstatt unter selbsterdachten Mangelzuständen, also dem Lärm des Egos, zu leiden, sich in Zukunftssorgen und vergangenen Streitigkeiten plagen. Nein, eine Gesellschaft, wo Menschen sich verschenken und Liebe ein Akt der Freiwilligkeit, wie auch der Anteilnahme und Heilung ist. Wir könnten uns häufiger, intensiver und freier miteinander verbinden, mehr mit anderen Wesen lernen, dadurch mehr in unsere wertvollen Partnerschaften einbringen. Eifersucht könnte der Vergangenheit angehören, würden wir das Schöne miteinander teilen, anstatt die besten Stücke für uns behalten zu wollen, in dem Glauben, es gäbe nicht genug und wir müssten etwas schützen oder verheimlichen. Da reden wir doch schon wieder von Angst und nicht von Liebe. Vielleicht würde dich, deine Frau, ihrer besten Freundin frohen Herzens ausleihen, ginge es ihr gerade nicht gut und sehnte sie sich nach Nähe. Man kennt sich ja und vertraut sich, warum also nicht auch diesen Kanal der Freude und der Freundschaft nutzen? Vielleicht würden wir uns letztendlich doch für die Monogamie entscheiden, doch aus anderen Gründen als bisher. Ja, freiwillig, statt aus der Angst heraus etwas verlieren zu können. Und wie immer, es geht mit uns selbst los. Wir können nur so viel Liebe verschenken, wie wir in uns entdecken, wie wir uns selber lieben, mit all unseren Besonderheiten und Fehlern. Wir würden umso mehr Liebe verschenken, wie wir wüssten, dass wir sie eigentlich uns selber schenken, wenn Geben und Nehmen zwei Seiten einer Medaille sind und wir uns etwas Gutes tun, wenn wir anderen etwas Gutes tun. So viel zum alten Spruch Gib das, was du haben willst. Die meisten Ängste sind psychologisch angelernte Konstrukte. Alles, was wir aussenden, kommt zu uns zurück. Wählen wir die Angst, wird sie uns immer wieder in den unterschiedlichsten Situationen begegnen. Flucht, Versteinerung, Verteidigung, Angriff sind die Folge. Wählen wir Vertrauen und Hingabe, werden wir davon mehr erleben und der Kampf verblasst. Leider wählen die meisten Menschen unbewusst ihre Ängste oder besser, die Angst wählt für sie. Wenn ich an den Punkt komme, mir diese Ängste mutig anzuschauen, vom Reaktionär in den Beobachter zu wechseln, nehme ich ihnen den Schrecken und ihre Macht. Sie können mich nicht mehr kontrollieren. Es macht dann sogar Freude, sich eine Angst herauszusuchen, sie zu spüren und ganz bewusst mit einer neuen Handlung zu überschreiben. Barfuß, tanzend, lachend, singend in der Stadt spazieren und dafür bewundert oder schräg angeschaut zu werden, hielt ich früher für unmöglich. Heute lebe ich das, was sich einfach, natürlich und gut anfühlt. So gut es geht. So lange und immer wieder, bis unsere Versteckspiele Geschichte sind. Also als reine Illusion erkannt werden. So oder so bringt uns das Leben jede Lernaufgabe, die wir brauchen. Sieht sie im ersten Moment noch so unbefriedigend aus. Wir können nicht vor uns selber fliehen. Wie sonst erklären wir es uns, dass viele Menschen ähnliche Muster in verschiedenen Partnerschaften immer wieder erleben. Eifersucht, Kontrollsucht, den Wunsch, die andere Person zu verändern. So lange, bis die Beziehung unter den Mustern zerbricht und eine neue Partnerschaft gefunden wird, die auf Ähnliches hinausläuft. Jeder, der gibt, braucht einen, der nimmt. Und morgen ist es andersrum. Ciao, ciao, veraltete Rollenbilder. Wären wir mehr im Jetzt, dadurch zufriedener, würden wir wohl weniger kompensieren, dadurch weniger Energie verbrauchen, weniger Müll produzieren. Wir würden öfter stehen bleiben und den Moment tief genießen, anstatt den kleinen Genussbefriedigungen des Egos zu folgen. Wir würden nicht verzichten oder uns einschränken, fänden wir die tiefe und ehrliche Freude in unserem Sein, gerade weil wir nicht jeder Sucht hinterherrennen, die uns kurzzeitige Befriedigung verspricht. Und die Genüsse, die wir dann wirklich wählen, wären tiefer und befreiender. Wir würden unsere Partner noch tiefer schätzen und ehren, würden wir sie nicht für selbstverständlich nehmen und sie für unser Unglücklichsein verantwortlich machen. Wirtschaftswachstum und Kapitalismus wären nur noch auslaufende Randerscheinungen, die nicht mehr bekämpft werden müssten. Sie würden einfach nicht mehr zu unserer Wahrnehmung passen und unsere Ökonomie würde sich transformieren, wenn Menschen weniger Dinge kauften, die sie sowieso nicht brauchen. Sinnentleerte Produktionen würden nur noch kurze Zeit aufschreiend beworben, dann aufgegeben, wenn unsere Finanzspritzen versiegen. Ein kurzes Aufbäumen der Wirtschaftswachstumsexperten. Menschen in der Schwebe, die sich dann neu finden dürfen, mit Hilfe aller anderen, wenn ihre Kapazität frei wird. Dies wird einfacher als gedacht, wenn wir Veränderung als Teil des Lebens begreifen und der Verstand uns nicht mehr einredet, wir seien das, was wir tun. Wir könnten so viel mehr ausprobieren und spielen, würden wir nicht an dem leiden, was früher einmal war. Wir könnten Eigenverantwortung und Teilen lernen. Da Gewalt nie mit Gewalt bekämpft werden kann, würden wir wohl Wege der Verständigung finden, um Konflikte zu entladen und alten Schmerz zu heilen, anstatt zu projizieren und Schuldige zu suchen. Wege, die schon immer in uns waren, würden wir sie in den ruhigen, aufmerksamen Lücken zwischen den Gedanken wahrnehmen. Würden wir aus dem Frieden und der Intuition heraus handeln, die immer in uns verankert ist, anstatt zwanghaft das gedanklich hin- und herzudrehen, was ja schon früher nicht funktionierte. Ein Mensch, der die Fülle des eigenen Daseins im Inneren erkennt, seine eigentliche Freiheit, wird teilen statt horten und wissen, dass da immer mehr sein wird, egal von was. Vor allem, wenn wir das geben, was wir auch selbst gerne hätten. Und wie immer geht es genau dort los, wo wir sind. Jeder Moment ein neuer Anfang. Hier und jetzt. Woher kommt wohl dein nächster Gedanke? Hast du ihn? Oder hat er dich? Fehlt dir schon wieder etwas? Oder erkennst du das Wunder, in dem du dich befindest? Das Wunder, welches du bist. Die Magie des Lebens und wie wir sie nutzen können. Wenn du meinen Ausführungen bis hierher folgen konntest, wenn das spontane, immerwährende, elementare Jetzt, der einzige Moment, den wir jemals leben, zwischen meinen Buchstaben in deiner Seele Anklang findet, oder dir vielleicht schon lange ein Begleiter auf deinem Weg ist, wenn die Wunder des Lebens für dich nicht nur leere Worte sind, und du noch staunen kannst, demütig und dankbar durch die Augen des Geistes schaust, der dieses Formenspiel hier erschuf. Hier folgt nun der letzte Abschnitt unserer Reise. Zu den kleinen und bald großen Zaubereien, die das Leben uns schenkt, sollten wir ihm wirklich vertrauen. Ich habe lange gehadert, wie ich von dieser Magie sprechen soll, ob ich es soll oder darf, ob Menschen dafür bereit sind, mich verlachen, für bekloppt halten. Aber wenn ich schon hier gelandet bin, dann dürfen die das auch. Andere nannten es Manifestation, Mano, die Hand, etwas handfest machen. Schon als ich vor zwei Monaten diesen Text begann, wusste ich, dass es darum in der Tiefe gehen soll. Ein Ausweg aus dem anstrengenden Schlamassel des Ego-Kampfes. Doch ich wusste nicht, wie davon erzählen. Das Leben kann auch leicht sein. Dass es schwer ist, ist die Lüge, die uns immer erzählt wurde, der unser Ego am liebsten vertraut. Doch es steht uns das zu, was wirklich zu uns kommen soll. Es geht um Geld, welches aus jeder Quelle zu uns kommen kann. Es geht um Wege, die sich für uns entschlüsseln. Es geht um Zufälle, also etwas, was dir vor die Füße fällt, was dir auf deinen Weg gelegt wird. Es geht um Tore ins kollektive Bewusstsein. Es geht um Geschenke, Situationen und Menschen, die dir das Leben zum Lernen, zur Mitarbeit und zur Freude anbietet. Es brauchte knapp 100 Seiten und einige Arbeitswochen, um mich zu getrauen, meine Geheimnisse zu teilen, die doch jeder hier irgendwie nutzt und kennt. Es ist zwei Uhr in der Früh, in einem kleinen Fischerdörfchen in Portugal. Ich stehe mit meinem treuen Begleiter, Mr. Pink, mein Wohnmobil und seit vier Jahren meine Wohnung, seit einer Woche am Strand. Versinke täglich neu in meinem selbst erdachten Schriftsteller-Rollenspiel und bin vor dem Einschlafen fertig geworden mit Redigieren und Überarbeiten. Färtsch. Dieses Büchlein war eigentlich schon zu Ende geschrieben, sollte in einer Woche herauskommen, doch ich wache auf. Es weckt mich. Ich habe doch noch gar nicht alles gesagt, was ich sagen wollte. Mir noch nicht alles von der Seele geschrieben, was mir da auf der Zunge brennt, mir Sicherheit gibt, mich leitet. Mein Herz klopft aufgeregt, es formen sich Worte in mir und ich muss aus dem Bett springen, den Rechner aufklappen, schreiben. Da will etwas raus. Es traut sich. Endlich. Um es in den Worten Hermann Hesses auszudrücken, lasst uns der goldenen Spur folgen, die unser Leben sowieso bestimmt. Ein Traktat nur für Verrückte. Aus dem Steppenwolf. Und nur für Lebensgläubige. In Klammern die Bibel. Sind wir unvoreingenommen und offen? Vertrauen wir dem Licht unseres Herzens und dem wunderbar chaotischen System dieses Daseins. Versuchen nicht, jede Möglichkeit zu Tode zu denken, um unser verunsichertes Ego mit Schlössern und Ketten abzusichern. Betrachten wir jeden Moment unseres Weges als neuen Anfang. Dann bietet uns auch das Leben selbst in jedem Moment mehrere Wege an. Einen schweren und einen leichteren. Mit Ketchup oder Mayo. Mit Kampf oder Hingabe gewürzt. Und gerade dann, wenn wir müde vom Kämpfen, wenn alles vorbei und aussichtslos erscheint, wenn wir verzweifeln, hilflos sind, es wird uns dahin führen, wo wir hin müssen. Gerade dann, wenn wir uns hingeben, annehmen, was ist. Das Leben kann und wird uns brechen und tut es für uns. Besonders, wenn wir ihr lange nicht zuhören. Leben gebärt sich in jedem Moment neu. Es muss also weiblich sein, oder nicht? Es zwingt uns immer in die Wahl oder es schenkt uns Wahlmöglichkeiten, je nach Sichtweise. Aber es spielt doch immer für uns. Es stellt uns in jedem Moment vor neue Entscheidungen. Liebe oder Angst. In ihren tausend versteckten Formen. Wir stehen täglich vor tausenden Möglichkeiten. Die meisten davon entscheiden wir unbewusst, aus Gewohnheit. Die größeren wollen wir oft planen. Und genau da wird es anstrengend. Doch was wäre, könnten wir in jedem Moment intuitiv wissen, also spüren, welches die richtige Entscheidung wäre, wenn wir unser persönliches Wollen hinten anstellen. Der Ausgang eines jeden Streitgespräches wäre offen. Wir müssten uns ja nicht streiten. Durch uns könnte eine spontane, wirklich neue Lösung sprechen. Ein Jobverlust wäre kein Leid mehr, sondern der Beginn eines neuen Weges, welchen uns das Leben selbst anbietet. Krankheiten könnten wir anders, durch uns, in uns heilen, fänden wir Zugang zu unserer Quelle, die unter allen Schichten des Denkens verborgen liegt. Die Abzweige des Lebens selbst würden uns zum Kern unserer Existenz führen, zu unserer eigenen unermesslichen Kraft. Wir dürften wirklich voll vertrauen, auch wenn du es bisher vielleicht noch nie getan hast. Frage dein Leben nach dem richtigen Weg. Dann sieh genau hin. Lausche. Spüre in dich hinein. Es klingt so einfach, so absurd und doch so einleuchtend. Bitte um Führung. Wo sollte der Weg anders zu finden sein, als genau in dir, wenn du anfängst zuzuhören. In meinem letzten Wanderurlaub nutzte ich keine Karte. Wollte nirgendwo hin, ließ das Leben mich führen. Ich war den ganzen Sommer ohne Ziel unterwegs. Fuhr Zug, trammte kreuz und quer durch Deutschland. Hatte keine inneren Regeln. Ich wollte laufen, zu mir finden und schauen, wo ich rauskomme. Was könnte ein besseres Training sein, als einfach loszugehen und endlich mal die ganzen Ziele und Pläne hinter sich zu lassen. Viele Nächte durfte ich allein verbringen. Lernen, ohne andere mein Glück zu finden. Wenn ich wirklich Menschen und Kommunikation nötig hatte, traten sie in mein Leben. Manchmal stand ich an Weggabelungen und wusste nicht, wohin abbiegen. Ich lauschte. Es war an einem Sommerabend in Mecklenburg. Ich wollte mir einen Platz für mein Zelt suchen, doch hatte gar nicht so richtig Lust auf Zelten. Es wurde schon fast dunkel. Der Wanderweg führte offiziell nach links. Da hätte ich lang gemusst, doch irgendwas in mir zog mich nach rechts. Hinter der nächsten Biegung im Wald fand ich eine alternative, bunt zusammengewürfelte Wohngemeinschaft in Bauwegen und LKW, bei der ich dann mehrere Tage verbrachte. Bingo. So erging es mir nicht nur einmal. So lasse ich mich täglich durch den Dschungel an Möglichkeiten führen, wohl wissend, dass es keine falsche Abbiegung gibt. Lebe die Fragen, die sich dir stellen. Doch sieh genau hin, was du denn erfragst. Du erhältst es. Wie oft wollte ich, irgendeiner Idee folgend, unbedingt irgendwo hin. Habe keine Mühen, Kosten und Energieverbrauch gescheut, um das zu bekommen, was ich wollte. Hatte nur noch das Ziel im Blick. Verpasste den kompletten Weg, war dauernd in Bewegung und voreingenommen. Das Leben konnte mir nichts zeigen. Meine Aufmerksamkeit lag doch immer fern in der Zukunft. Wie viel hast du schon geopfert? Wie viel Zeit deines Lebens darauf verwendet, deine Ziele zu erreichen? Klar war es, dass das immer irgendwie wert, würden wir im Nachgang sagen, doch es könnte auch so viel einfacher sein. Das Leben folgt deinen Fragestellungen. Wenn die Frage ist, wie komme ich möglichst weit von hier weg, zum Beispiel von hier aus in die Mongolei, dann kann man das Ergebnis in mehreren Filmen bestaunen, die wir auf YouTube produzierten. Es war nicht einfach. Ich habe mich mehrfach überarbeitet. Es war oft auch gar nicht so erfüllend, wie es von außen erscheint. Es waren halt nur die Wünsche meines Egos, um dann durch diesen Weg genau das zu erkennen. Genau dieses eigene Wollen, dieses Ziehen am Leben kostet unser Kollektiv ungeheure Mengen an Energie. Innerlich wie äußerlich. Es ging fast immer um meinen persönlichen Willen. War selten wirklich orientiert am Wohl der Gemeinschaft. Genau das wirft uns das Leben dann selbst vor die Füße. Alles kommt zu uns zurück. Das nächste Opfer könnte so viel einfacher werden. Du bräuchtest nur, dein Ego zu opfern. Die Vorstellung von deinem Weg. Deine Erwartungen. Es ist so viel einfacher, als es vielleicht klingen mag und so viel weniger schmerzhaft, wenn wir freiwillig mit dem Weg gehen, als festzuhalten. Der Kampf wäre sofort vorbei. Du würdest da hingelangen, wo das Leben dich sowieso hinführen will. Du würdest da ankommen, wo du sowieso schon gerade bist und von dort aus entspannter agieren. Du würdest Hingabe praktisch leben. Es wäre sogar obendrein noch spannender. Endlich ein echtes Abenteuer, statt alles wie im Reisebüro durchzuplanen und dann exakt das zu erhalten, was im Prospekt angeboten wurde, nachdem man hart arbeiten musste, um dafür bezahlen zu können. Wenn du mutig genug bist, biete doch dem Leben einfach deine Dienste an, anstatt zu fordern. Diese Einsicht, diese Absichtserklärung hat mein Leben um Welten einfacher gemacht und mich an magische Möglichkeiten geführt, von denen ich vorher nie zu träumen wagte. Ich erhalte viele Geschenke, da ich mich dem Leben schenke, in jedem wachen Moment. Nach Jahren der Anstrengung bat ich in einem verzweifelten Moment des Kampfes inständig darum, dass das Leben mich nimmt, mich für seine Zwecke benutzt, dass ich mich nun hingebe, dass es mich doch bitte jetzt führen kann. Ich wollte lernen, allen zu dienen, statt das Leben in meinen Dienst zu zwingen. Der Lohn ist seit diesem Moment tiefer. Mit Geld nicht aufzuwiegen und selbst das fließt auf vielen einfachen Wegen zu mir. Ich verschenke meine Arbeitszeit. Menschen schenken mir ihre Wertschätzung in unterschiedlichen Formen zurück. Das Leben lässt uns nicht hängen. Es hilft uns auch materiell und gibt uns das, was wir wirklich brauchen. Und es benutzt vielfältige Wege, wenn wir achtsamer laufen und auf den Weg schauen. Wenn du magst, schreib dir Briefe, formuliere deine Wünsche, sei ehrlich, sprich es aus, denke es immer und immer wieder. Solltest du lernen wollen, deinem Leben, also dir selbst, zu vertrauen. Wenn wir unsere Gedanken umprogrammieren lernen, ziehen wir mit diesen Gedanken andere Dinge in unsere Welt. Beweisbar? Keine Ahnung, aber für mich auch überhaupt nicht interessant. Ebenso wie chinesische Medizin, Akupunktur, alte Heilkunst schon vor tausenden Jahren praktiziert wurde, herausgefunden durch Erfahrung und Probieren. Es weiß keiner, wie es funktioniert. Letztens las ich dazu den passenden Spruch, es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Brauche ich für Dankbarkeit irgendetwas? Brauche ich für Glücklichsein wirklich das, was ich meine zu brauchen? Oder muss ich nur das Leben spüren, was gerade hört, atmet, sich durch diesen wunderbaren Körper ausdrückt? Wenn du nun an der nächsten Kreuzung des Lebens stehst, in der nächsten Diskussionsrunde, in Kontakt mit deinen Liebsten, wie willst du dich heute entscheiden? Wie würde die freiste, schönste Version deines Selbst reagieren? Lange durchdacht, abwägend aus Angst, aus einem Sicherheitsbedürfnis heraus? Oder wirst du genau hinhören, versuchen in einer Lücke, echten Raum für Neues zu schaffen? Das Ego will Recht haben. Was willst du? Frage dich, atme, lausche, sieh hin. Wir sind alle Botschafter füreinander. Wirst du auf Zeichen, Worte und Bilder achten, die dir das Universum schickt? Vielleicht findest du die Antwort im nächsten Gespräch, im nächsten Lied, im Radio, vielleicht als Aufkleber an der Laterne. Vielleicht hörst du Wörter in dir, die dich führen, je aufmerksamer wir in exakt diesem Moment sind. Wo wir unsere Aufmerksamkeit lagern, wird maßgeblich unseren Weg beeinflussen, schrieb ich vormals. Du bist selber die Aufmerksamkeit und du kannst dich verschenken. Wenn wir also unserem Leben lauschen lernen, wird es uns führen. Ich rede nicht von Theorien, ich lebe praktisch. Genau dort, wo wir sind, und nicht erst irgendwann. Doch dazu müssen wir wirklich dort sein, wo wir sind, anstatt in der meist sorgenvollen Gedankenwelt herumzuhängen. Das Universum scheint auf Analogien aufzubauen, nicht auf starrer Schwarz-Weiß-Logik. Auf Vergleichen, Beziehungen und Metaphern, die wir entschlüsseln dürfen, wenn wir mit den Bildern kreativ spielen, die wir erhalten. Manchmal hängen Gedanken zwischen uns im Raum, alle denken daran, einer spricht es aus und alle wussten es vorher. Fühlbare Verbindungen hinter den Kulissen. Manchmal entdecke ich ein neues Thema für mich, höre ein noch nie gehörtes Wort und im nächsten Telefonat bezieht sich meine Gesprächspartnerin darauf. Letzte Woche las ich in einem Buch von einer anderen Autorin namens Amy Tan, von der ich noch nie etwas gehört hatte. Zwei Stunden später krame ich in einer Bücher-Verschenke-Kiste in einem Nachbarhaus und finde ein spannendes Buch. Natürlich von dieser Autorin. So finde ich im Übrigen alle meine Bücher. Ich suche nicht danach, ich schaue, welche Inhalte mich finden wollen. Dabei sind Cover, Autor oder Genre egal. Mich hat schon viel gefunden, was ich wirklich brauchte. Auf Fenster oder Parkbänken oder in den Regalen meiner Freunde. Meine Hand wird schon das Richtige greifen. Wenn ich intensiv an Menschen denke, kann es sein, dass sie sich prompt melden. Ich nehme das Handy in die Hand, um anzurufen und die geliebte Person meldet sich im selben Augenblick. Hallo, kollektives Bewusstsein. Im Sommer stehe ich an einer Kreuzung und ein LKW mit der Aufschrift Duschel fährt vorbei. Kein gewöhnlicher Name und doch der eines guten Freundes, an den ich jetzt schon ewig nicht gedacht hatte. Intuitiv weiß ich, dass wir Kontakt haben werden. Noch am selben Tag ruft er an. Wundersam, aber in meiner Lebensphilosophie irgendwie nur logisch. Heiligabend nach Mitternacht. Nach einem schönen Abend mit meiner Familie komme ich heim auf den Dresdner Wagenplatz. Ich packe meine Geschenke aus und finde nun die Ruhe, den Brief einer lieben Freundin zu lesen, der ich gerade sehr nahe stehe. Sie schreibt vom deutschen Winter und Schneebergen und Schneebellen. Sie weiß nicht, dass ich am nächsten Tag in Richtung meiner Verwandten nach Schneeberg fahre. Das finde ich lustig und irgendwie passend und im nächsten Moment knallt es an mein Fenster. Als ich heimkam, war es noch trocken, doch in der letzten Viertelstunde hat es angefangen zu schneien. Meine Nachbarn veranstalten eine Schneeballschlacht. Da ich in meinem Wohnmobil lebe, darf ich alle ein, zwei Wochen meine Wasserkanister nachfüllen. Im Winter ist dies manchmal nervig, anstrengend und ich schiebe es vor mir her. Manchmal gehe ich dafür los, doch vor einigen Wochen dachte ich bei mir, warum das Universum nicht mal nach Wasser fragen? Vielleicht fährt ein Nachbar auf dem Wagenplatz etwas holen und erledigt das für mich mit. Doch natürlich bin ich ungeduldig. Ich gehe los, frage die Nachbarn, aber am Wunsch ziehen klappt nicht, wenn es doch um Vertrauen geht. Keiner kann mir helfen. Ich könnte jetzt enttäuscht sein, alle Hebel in Bewegung setzen oder einfach schauen, was passiert. Manchmal klappt es ja erst im letzten Moment. Als cleverer Kunde und Kind des Universums entscheide ich mich loszulassen und gehe meines Weges. Nach dem Mittagessen komme ich zurück und siehe da, das Rohrsystem des Nachbarhauses wird gerade gespült. Da läuft Wasser aus einem Hahn einfach in den Abfluss, direkt neben unserem Wagenplatz. Ich muss nur den Kanister darunter halten. Irrer. So wie Wasser fließt, kann auch Geld fließen, wenn wir die Worte Geld im Verstand nicht direkt mit Arbeit kombinieren würden. Es ist, als wären die zwei Worte im Kopf zusammengenäht. Doch das ist halt einfach ein Glaubenssystem und entspricht nicht der Wahrheit. Denken wir heute an Geld, ziehen wir meistens Arbeit an, aber das müsste eventuell nicht so sein. Es geht ja nie um Geld, sondern eigentlich um das dahinterliegende Bedürfnis. Es geht um unseren Wunsch, irgendwie glücklich zu leben, nicht um das Werkzeug selbst. Was ich dafür meine zu brauchen, ist ja auch erst mal nur Teil meiner Geschichte. Ein großes Haus oder eine Jurte am Waldrand. Ich kaufe mir ja auch keinen Akkuschrauber wegen des tollen Akkuschraubers, sondern weil ich Löcher bohren möchte. Oder? Geld ist da. Es ist auch nicht schlecht. Die Frage ist, wie wir es nutzen und verteilen. Es gibt sogar genug davon. Es hat ja jemand geschaffen, der immer mehr davon schafft. Es kommt aus einer Quelle und geht zur nächsten. Es wandert von einer Hand in die nächste. Es ist im Fluss. Bin ich auch im Fluss oder wollen hier alle zwangsläufig Talsperren spielen für später? Oder hält genau das den natürlichen Fluss auf? Ist das nicht genau die Zukunftsangst des Verstandes, der uns suggeriert, es könnte ja bald zu wenig da sein? Ist es wirklich wichtig, wie es zu uns kommt? Vielleicht gibt es immer mehr Möglichkeiten, als wir lernten und neiden wir es den Menschen, die es leichter bekommen als wir selbst? Vielleicht denken die einfach anders darüber. Da könnten Hinweise aufs eigene Denksystem versteckt sein, welches anzieht oder abstößt. Etwas, was ich eklig, komisch, dreckig, scheiße finde, kommt wohl nicht gern zu mir. Ich wehre mich ja dann förmlich dagegen, oder nicht? Letztes Jahr stand ich kurz davor, ein kleines Häuschen im Süden von Brandenburg für 20.000 Euro zu erwerben. Mir fehlten exakt 2.000 Euro. Doch ich wusste, das wäre kein Problem, würde sich schon irgendwie ergeben. Zwei Tage später rief mich mein Vater an und meinte, Oma hätte ihre Aktienpakete aufgelöst und alle Enkelkinder erhielten 2.000 Euro. Ich fiel aus allen Wolken und dankte. Der Hauskauf kam später nicht zustande, da ich mir unsicher wurde. Ich hatte also weder etwas gewonnen noch verloren. Einige Tage darauf bekam ich eine Mail meiner ehemaligen Partnerin, die, warum auch immer, die Gerichtskostenhilfe unserer Scheidung zurückzahlen musste. Es waren, natürlich, knapp 2.000 Euro. Warum sollte ich das nicht jetzt aus leichtem Herzen einfach bezahlen und ihr die Last von den Schultern nehmen? Haben wir uns nicht zutiefst geliebt, gefördert und gegönnt? Aus gutem Grund? Was ich verschenke, kommt zu mir zurück. Probier es gern aus in deinem Maße, aber nicht, um dann etwas zurückzuerhalten. Das wäre ja das alte Spiel des Tauschhandels, was wir durch den Kapitalismus um uns herum gerade beobachten können. Doch darum geht es nun nicht mehr. Es geht um die Fülle, wirklich etwas zu verschenken, ohne eine Antwort zu erwarten. Das nennt Mensch seit jeher Großzügigkeit. Können wir das Leben nicht nur mit denen, die mir nahe stehen, sondern einfach mit allen, die uns begegnen? Selbst einem Fremden kann ich vollen Herzens geben, auch ohne Bedingungen zu stellen, helfen, wenn Hilfe nötig ist. Wenn die Ärmsten der Armen sogar ihr letztes Huhn schlachten und ein Festessen auftischen, wenn der Gringo, also ich, mit seinem Weltreiseauto spontan vorbeigefahren kommt, was können wir dann alles tun? Selbiges ist auf meinen Touren oft geschehen. Die Reichen halten gern zurück, haben keine Zeit. Die Armen in Anführungsstrichen die geben. Liegt Reichtum nicht im Herzen und müssen wir ihn nicht nur erkennen? Wir erinnern uns, das, was wir im Außen erleben, ist ein Spiegel des eigenen Innersten. Wir werden genug haben, wenn wir nicht festhalten, sondern mit dem Fluss gehen. Nach Ausbeutung oder Kooperation, also Handeln, wäre hier noch eine Variante des Wirtschaftssystems zu finden, eine, welche auf den Fluss des Lebens vertraut, nicht auf Abhängigkeiten und Schuld. Ich lebe und probiere das, so gut ich es kann. Wer, wenn nicht wir, wann, wenn nicht jetzt? Bevor ich meine Filme, also meine Vollzeitarbeit, 2018 kostenfrei ins Netz stellte, fragte ich mehrere Internet-Marketing-Fachleute, was sie von meiner Idee hielten. Sie hielten mich für verrückt. Niemand würde je freiwillig für etwas Geld spenden, was umsonst angeboten würde. Ich lachte mir so ein bisschen ins Fäustchen und dachte, jetzt erst recht. Wo kann ich Vertrauen üben, wenn nicht da? Seit dieser Zeit haben mir tausende Menschen Geld gespendet, damit hunderttausende die Filme sehen konnten, manche ganz wenig. So viel sie halt können, manche sehr viel. Das Leben gleicht sich immer aus. Das Geld kommt per Paypal oder aufs Konto, ohne Zwischenhändler. Ich schalte keine Werbung. Mund-zu-Mund-Propaganda war schon immer die beste Strategie, doch dies klappt nur mit einem wahren Inhalt, der aus dem Herzen kommt und damit auch das Herz des Nehmenden zum Erblühen bringt. Eine echte Geschichte oder eine Dienstleistung, die wirklich gebraucht und dankbar angenommen wird. An die 100.000 Euro kamen in drei Jahren zusammen, welche ich wie eine normale Einnahme versteuere und mit den Mitwirkenden verrechne. Das Geld wurde mir geschenkt. Daher kann ich es auch einfach weiter verschenken. Und doch ist es ein klassisches Unternehmen. Der Lockdown 2020 hat uns alle zum Innehalten gezwungen. Zwei Tage bevor unser letzter Film als Premiere ins Kino kommen sollte, wurde alles abgeriegelt. Wir hatten gerade noch die letzten Plakate geklebt. Innerlich war ich irgendwie auch erleichtert, nicht auf die Bühne zu müssen. Also kam der Film nur online raus und erreichte viel schneller und effektiver Reichweiten, die ich in keinem Kino geschafft hätte. Kein Schmerz, kein Verlust, einfach Veränderung. 2020 hat mir das beste Jahr in zehn Jahren Selbstständigkeit beschert. 42.000 Euro Komma 42 Cent. Warum ich meine Zahlen hier so öffentlich ausplaudere, über die man ja sonst nicht reden sollte, dazu kommen wir gleich. So oft denken Menschen, es ginge nicht. Dann kommt einer, der weiß das nicht und der hat das dann einfach gemacht. Seit ich immer mehr Geld und meine Zeit inklusive meiner Arbeitszeit verschenke, habe ich mehr von beidem und nicht mehr das Gefühl, etwas verpassen zu können oder zu wenig zu haben. Gerade die Menschen, die meinen, erst in der Zukunft etwas geben zu können, wenn die Fülle da ist, verpassen das Beste, da sie im jetzigen Moment dauerhaft von einem Zustand des Mangels ausgehen. Entscheide ich mich, die Fülle zu sein, damit zu spielen, sie zu verkörpern, fällt es auch dem Leben leichter, mir zu glauben und das zu mir zu bringen, was ich ja sowieso in mir habe. Ich kann es nicht erwarten, doch es funktioniert. Ich habe ja die innere Wahlmöglichkeit, die Fülle zu erkennen, denn jeder hat etwas zum teilen und dann ins Verschenken zu kommen oder ich kann glauben, dass ich zu wenig hätte und halte mich zurück. Dann wird sich halt auch das Leben mit seinen Geschenken zurückhalten. Bin ich aufmerksam, sendet es mir fast täglich Botschaften, vor allem wenn ich in Ruhe und freudig mit mir bin, denn dann achte ich die Zusammenhänge, nehme die Zeichen an, statt daran zu zweifeln oder sie zu übersehen. Irgendwann begann meine Beziehung zur Zahl 42. Laut Douglas Adams und seinem Buch Per Anhalter durch die Galaxis ist sie die Antwort auf alle Fragen. Natürlich ist das eher als kosmischer Witz zu verstehen, aber für mich funktioniert dieser Witz. Sie bringt mich immer ins Jetzt, leuchtet als goldene Spur meinen Weg. Sie ist einer meiner Anker. Ich fühle mich sicherer, wenn ich sie wahrnehme. Alles Illusionen? Warum nicht? Getraue dich doch deine eigene zu finden, wenn du magst. Am Neujahrsmorgen schalte ich mein Handy Es ist 8 Uhr 42 Guten Morgen neues Jahr. Sie begegnet mir meist als erste Zahl des Tages, die ich wahrnehme. Manchmal auch auf meinem Solarregler, der dann 42 Watt oder 42 Prozent oder 12,42 Volt Ladespannung anzeigt. Wenn ich das Handy anschalte oder nach vielen Stunden wieder mal drauf schaue, 42 Prozent Akku um 15 Uhr 42 Immer der richtige Moment. Wenn meine Liebsten mir Nachrichten schicken, zur richtigen Uhrzeit mit 42 Sekunden Länge der Sprachnachricht. Wenn ich auf der Autobahn an der Abfahrt 42 vorbeifahre und denke, ich sollte mich mal umschauen, ob ich noch eine finde, sehe ich, dass seit meinem letzten tanken genau 42 Kilometer auf der Anzeige stehen. Wenn das Navi noch 42 Kilometer bis zur nächsten Abbiegung zeigt und es gleichzeitig 7 Uhr 42 ist, ich könnte ja auch einen Kilometer oder eine Minute früher oder später hinschauen. Wenn ich gedankenverloren an der Kreuzung stehe, ein Auto mit dem Nummernschild 42 vorbeifährt und ich gleichzeitig den Impuls verspüre, ich sollte doch mal auf die Bahnhofsuhr schauen, die dann auch selbige Ziffer verkörpert. Verrückt oder das Normalste der Welt? Ich suche nicht nach diesen Momenten. Wer aufhört zu suchen, beginnt zu finden. Ja, so ein alter cleverer Spruch. Sie zeigen sich mir, sie erinnern mich. Dann wundere und freue ich mich. Ich bin richtig auf meinem Weg. Manchmal, wenn ich unsicher bin, frage ich auch nach meinem Wegweiser. Er taucht aber erst auf, wenn ich vom Wunsch selber losgelassen habe. Suche ich krampfhaft nach der 42, um mich richtig zu fühlen, davon ausgehend, dass das jetzt also noch nicht ganz richtig ist, finde ich keiner. Dieses Phänomen durfte ich unglaublich meinen Wundern führe, Wünsche, die erfüllt wurden, Überraschungen des Universums oder Zeichen, die ich mir selber schicke. Es gibt einen Spruch in der Bibel, der so oder so ähnlich lautet. Wenn zwei oder mehr in meinem Namen zusammenkommen, dann werden Wunder möglich. Es wäre ja nicht so, dass sie nicht sowieso dauernd da wären. Wir können sie dann einfach besser spüren. Vielleicht hat es etwas mit unserem kollektiven Bewusstseinsfeld zu tun, welches uns Türen öffnet, kommen alle mal wirklich dort an, wo sie gerade sind. Auf dem beschriebenen Festival mit Jurte in Norddeutschland durfte ich erleben, immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Beschenkt zu werden oder für andere im richtigen Moment das Geschenk zu werden. Die Energie der Menschen des Ortes war friedlich, war intensiv. Viele, also eigentlich alle, waren wirklich dort, auch gedanklich. Gegen Ende, in der Aufräumphase, gab es einen Tisch mit Lebensmittelresten, die verschenkt wurden. Kisten weise Essen, alle bedienten sich. Ich beobachte, wie ein junger Mann mit Freund und Hund hinzukommt, die Packen mit Milch, Soja und Mandelmilch betrachtet, sich dann umdreht, um seinem Begleiter mitzuteilen, er könne leider nur Hafermilch trinken. Er wendet sich ab, sein Hund stupst ihn an und bittet um eine Streicheleinheit. Er beugt sich zu ihm hinunter. Nur einen Augenblick später kommt ein der Küchenjunge und bringt eine ganze Kiste Passt. Wir alle schauen uns an und lachen herzlich. Das Universum erfüllt unsere Wünsche oder es öffnet Türen in unserem Bewusstsein, schaltet sie zusammen, sodass wir auch dasselbe erleben, es spüren, die Verbindungen erkennen, die immer zwischen uns sind. Auf andere Weise erging es mir schon mehrere Male so beim Musizieren in der Gruppe. Ein jeder war Teil des Moments, ging voll in den selbst beigetragenen Klängen auf und Räume öffneten sich. Wie so oft im Spiel mit der Kunst und in der Kommunikation. Einst spielte auf einer Party ein Gitarrist eines meiner Lieblingslieder Heart of Gold von Neil Young. Es ist schon weit nach Mitternacht, Moment, förderliche Substanzen fließen durch unsere Körper, sechs oder sieben Leute singen, trommeln sind voll im Lied. In der Hingabe. Auch ich bin selig. An einer bestimmten Stelle beginnt das Solo der Mundharmonika. Wohl das Beste, was ich kenne. Wir haben keine Mundharmonika hier, doch auf einmal hören wir sie. Wir hören sie alle. Sie ist im Raum. In uns, zwischen uns. Alle Beteiligten schauen verdutzt auf, schauen sich in die Augen. Wir erkennen die Tiefe des Moments. Da ist soeben ein Kanal aufgegangen. Wohin auch immer. Woher auch immer. Ich gehe sogar spontan in den Nebenraum, um zu schauen, dass nicht von dort jemand heimlich mitspielt. Da spielt niemand. Und doch war da mehr. In uns. Ähnliche Tore zum Unbewussten erlebte ich in Heilprozessen mit Freunden. Wir saßen am Lagerfeuer und erzählten von unseren Steinen auf dem Weg. Eine gute Freundin berichtete von einer immer wiederkehrenden Angst, die sie einhole, sobald sie ihre Wahrheit erzähle. Sie getraute sich nicht, in ihre volle Kraft zu kommen, als Heilerin tätig zu werden, wo sie doch gerade eine Theta-Healing-Ausbildung absolvierte. Doch zum Glück war sie da nicht allein. Wir alle hatten Ähnliches auf unterschiedliche Art schon erlebt. Angst will uns vor unangenehmen Begebenheiten schützen, so lange bis wir ihren Ursprung kennen. Ich bat sie spontan, die Angst zu spüren, zuzulassen, statt sie zu verurteilen, sie direkt anzusprechen. Wo im Körper sie sich verstecke, was genau sie fühle. Sie ging in sich hinein und sah Feuer. Sie spürte Hitze, etwas zog in Richtung Vergangenheit. Sie gelangte zum Ursprung ihrer Angst. Sie fühlte die Verbrennungen der Hexen vor langer Zeit. Scheiterhaufen der Angst. So oft wurden Frauen für ihr heiliges Wissen ihre gebärende Macht, ihre Liebe, verbrannt, gefoltert und unterdrückt. Diese Erinnerung lebte in ihr, als kollektive Erinnerung oder als Erinnerung aus einem früheren Leben, wieder Weiß oder Erklärbar und auch nicht so wichtig. Aber es war da und prägte ihr jetzt. Es war spürbar und begegnete ihr immer wieder, sobald sie sich die Worte vor Augen rief oder anfangen wollte, danach zu handeln. Nachdem sie diese Verbindung erkannte, mit Erlaubnis der Angst, deren Ursprung fand, also hinter die Kulissen schaute, war sie frei. Begegnete ihr die Angst wieder, konnte sie sie erkennen, sich bedanken und doch einen neuen Weg in die Sichtbarkeit wählen. Sie konnte nun die Angst kontrollieren statt andersherum. So oder so ähnlich lassen sich alle Ängste und Unsicherheiten im Leben durchschauen, indem wir sie wirklich betrachten und annehmen, statt ihre Symptome bekämpfen. Ich begegnete vielen Frauen mit ähnlichen Ängsten. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, bis wir uns wirklich in der Tiefe sehen und vertrauen können. Und gleichsam ist der Heilungsprozess schon in vollem Gange, wenn wir überhaupt erst in die Tiefe schauen. Denn dort lebt auch unser ewiges Vertrauen, ungebrochen und unangetastet. Bevor ich nach Portugal zum Überwintern aufbrach, verbrachte ich einige Tage in der Wohngemeinschaft von Freunden in Mecklenburg und startete mit der Arbeit an diesem Text. Da begann mein Flow und der Prozess des sich ehrlich Zeigens kein Blatt mehr vor den Viel habe ich im Internet schon von mir geteilt, doch immer eine Stufe tiefer zu gehen war ein langer Prozess. Auch meine Angst vor der Sichtbarkeit holt mich immer wieder ein. Eines Abends saßen wir in der großen Küche, hörten Musik und tauschten uns aus. Ein Song läuft, den sie mit dem einen Menschen verbinden, der diese Gemeinschaft erst möglich werden ließ. Er verstarb vor einigen Jahren und hinterließ den großen Hof, den sie nun alle bewohnen. Er hat sie alle hierher gebracht. Scheinbar war er, live, ein wahrer Schatz. alle danken ihm auf ihre Art. Er lebt in der Erinnerung, Erzählung und Lobpreisung wieder auf. Plötzlich flackert das Licht. Die Musik geht aus. Kein Stromausfall, doch irgendwas ist gerade passiert. Die Energie im Raum ändert sich. Alle sind still, schauen sich an und wissen, danke, dass du da bist. Nicht danke, dass du da warst. Danke, dass wir immer da sind, wenn wir in den anderen weiterleben dürfen, dass wir nie nicht sind. So als kleines Trostbonbon fürs Ego, welches natürlich ungern seine Existenz aufgeben möchte. Doch etwas in uns stirbt nie. Eins und eins wird immer eins ergeben. Wir sind Ideen und doch viel mehr als das. An was werden sich Menschen erinnern, wenn die Geschichte zu Ende geht, die du jetzt verkörperst? Danksagung jeder Schritt jede Entscheidung jeder Schmerz jedes Hindernis jede Liebeserklärung jedes kleiner jedes größer jedes richtig und jedes falsch macht uns zu exakt den Menschen die wir hier und jetzt gerade sind. Ich würde diese Worte hier nicht lesen können. Du würdest sie nicht hören, wären nicht exakt die Dinge in unserem Leben passiert, die passierten, um genau hier zu landen. Vor zwei Jahren schrieb ich an meine Wand, die vollständige Akzeptanz dessen, was ist, also unseres Lebensweges bleibt wohl die größte Herausforderung. Die größte Herausforderung und damit das größte Geschenk des inneren Wachstums. Ich danke meinen Förderern. Ich danke meinen sogenannten Gegnern, also allen Andersdenkenden, ohne die ich meine Position nicht finden könnte. Ich danke meinen liebenden Eltern, die mich immer unterstützten, meiner quirligen Familie, meinen mutigen Lehrern, meinen engen und fernen Freunden, meinem Umfeld für ihr Dasein, für ihre Anregungen, für ihre Kritik, für ihre Spiegelungen. Ich danke allen WegbegleiterInnen, von denen ich lernen durfte. Für die Mitarbeit an diesem Projekt danke ich insbesondere Lucia, Emma, Elisabeth, Tina und dir. Für die musikalisch-spielerische Untermalung des Hörbuchs danke ich Theo, Nil, Christian, Matthias, Thomas und dem Teil in mir selbst, der sich damit kreativ ausdrücken und zeigen möchte und sich endlich getraut, die Nicht-Perfektion zu leben, zu lieben und zu teilen, auf das wir die Freude, Leichtigkeit und das Leben selbst wieder als das erkennen, was es ist. Ein Spiel, vielleicht eines auf Leben und Tod aber dennoch ein Spiel.